Nice, dass du zu einem weiteren Resident Evil 4 Remake Guide hier auf dem Kanal mit am Start bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Spielmodus Veteran ganz easy auf S-Plus-Rang freischalten kannst. Dafür bekommst du die Trophy S-Plus-Klasse-Ermittler und du erhältst natürlich auch wieder Abschlusspunkte für die abgeschlossene Herausforderung. Die kannst du anschließend dann zum Beispiel im Boni-Shop für den freigeschalteten Hühnerkopf ausgeben. Und wir werden hier in dem Video keine Glitches verwenden. Wir werden keine, ja, irgendwelche anderen Tricks benutzen. Wir werden dafür 4 Stunden und 40 brauchen. Und ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, hey, das ist relativ lang. Aber um den Spielmodus Veteran auf S-Plus-Rang freizuschalten, müssen wir einfach nur unter den 5,5 Stunden bleiben. Und der Vorteil hier im Guide, weshalb der auch ein bisschen länger ist für dich, der ist einfach der, dass ich wirklich Step-by-Step dir ganz ausführlich zeigen werde, wie du hier am besten durchkommst. Als kleine Besonderheit ist zu sagen, das ist bei mir jetzt der vierte Durchgang gewesen. Und der vierte Durchgang ist es deshalb, weil du siehst jetzt hier auch schon als Besonderheit, wir haben hier zum Beispiel noch das Accessoire, den Helm von Hank. Der bringt dir zum Beispiel die Möglichkeit, dass du die Zielhilfe, egal in welchem Spielmodi, aktivieren kannst. Das haben wir jetzt hier einfach mal auf. Außerdem hast du die Möglichkeit, wenn du dann zum Beispiel schon in einem Spieldurchgang Professional, also Profi abgeschlossen hast, dass du auch die Boni-Waffe, die Chicago Sweeper freischalten kannst. Und die ist so ein bisschen der Schlüssel, um hier auch durch den Veteranenmodus durchzukommen. Denn wenn wir genug Spinell freigeschaltet oder bekommen haben, dann haben wir die Möglichkeit, die Chicago Sweeper mit unendlich Munition über das Spezial-Upgrade-Ticket zu versehen. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel dafür, um hier auch wirklich im Spielmodus Veteranen ganz easy in einer super Zeit durchzukommen und das Ganze auf S-Plus-Rang freizuschalten. Ja, das nur als Erklärung. Unten in der Videobeschreibung findest du auch nochmal wirklich eine Step-by-Step-Anleitung, was du im ersten Run machen musst, wo du dazu die Videos hier auf dem Kanal findest. Alles verlinkt. Was du im zweiten Run machen musst, da hast du nämlich dann zum Beispiel auch schon das ewige Messer, dadurch, dass du im ersten Lauf alle Aufziehkastellan-Figuren gefunden hast. Mit dem ewigen Messer kannst du dann nur ein Pistolen- und Messer-Run machen. Denn das ewige Messer kannst du auch wirklich als Unzerstörber dann ausrüsten. Im dritten Lauf empfehle ich dir dann zum Beispiel den Profi-Modus mit dem unendlich Raketenwerfer anzugehen. Da hast du nämlich dann wirklich in deinem dritten Durchgang, sprich im zweiten New Game Plus, genug Peseten auch zusammenbekommen, um ganz easy den Raketenwerfer mit unendlich Munition vom Händler zu erhalten. Also wirklich Step-by-Step das Ganze erklärt und du solltest dann in deinem vierten Durchgang auf jeden Fall hier im Dorf direkt an der ersten Schreibmaschine jetzt hier auch schon die Möglichkeit haben, in der Aufbewahrung das ewige Messer mitzunehmen und dann auch hier natürlich die Chicago Sweeper. Ja, viel erklärt, viel erklärt, schon einen ganz druckenden Mund davon. Aber einfach nochmal wichtig zu erwähnen, wie wir natürlich hier im Run jetzt reinkommen, wie wir angehen das Ganze und dadurch bringen wir uns natürlich einen gewissen Vorteil auch noch mit. Wir haben einfach die Möglichkeit, mit unendlich Munition bei der Chicago Sweeper relativ schnell voranzukommen. Der Trick bei der, oder die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist jetzt am Anfang die, natürlich erstmal hier nicht in die Bärenfalle zu laufen, aber nein, wirklich jetzt einfach nur, ja erstmal wirklich auch die Chicago Sweeper mit unendlich Munition zu versehen. Dafür müssen wir erstmal diese Aufträge, wie erwähnt, beim Händler abarbeiten, um an genug Spinell zu kommen, damit du dann ab Kapitel Nummer 7 auch wirklich die Möglichkeit hast, direkt die Chicago Sweeper mit unendlich Muni zu versehen. Wir sind jetzt hier im Dorf angekommen und das Erste, was du machen solltest, geh hier oben rechts zu der Dame, die sollte immer wieder hier so spawnen oder da so stehen oder gerade am Hochgehen sein. Die killst du mit Stealthkill und gehst dann hier in die Hütte und hier kann es manchmal sein, dass in der Kiste jetzt kein Schießpulver ist, sondern zum Beispiel eine Granate und Handgranaten sind jetzt hier für die Angriffswelle im Dorf so wirklich ein bisschen, ja das Mittel, um relativ gut durchzukommen. Wenn du dann, wie jetzt hier in meinem Fall, tatsächlich noch keinen Alarm ausgelöst hast, das ist so ein bisschen Glückssache, manchmal kriegen die Bewohner das dann mit, dass du die eine Oma gerade eben schon irgendwie per Stealth gekillt hast, falls das so bei dir sein sollte, dass die dich nicht mitbekommen haben, dann kannst du hier hinten in die Ecke gehen zu der zweiten, hast gesehen, wir haben da auf dem Weg noch ein grünes Kraut mitgenommen, können diese zweite hier, die zweite Dorfbewohnerin, auch noch per Stealthkill platt machen und haben noch eine weitere Kiste, die wir looten können, ohne dass uns sonst irgendjemand mitbekommen hat. Anschließend gehst du dann ins Zentrum vom Dorf und jetzt geht hier wirklich auch die Angriffswelle los und jetzt ist so ein bisschen unsere Mission, hier, ja, die Dorfbewohner so ein bisschen zusammenzutreiben. Falls du jetzt wie hier auch mal von einem Bewohner irgendwie angegriffen wirst, dann ist das Ganze nicht schlimm. Wichtig ist, dass du zum Beispiel hier als nächstes ins Haus hinein springst, in die Hütte und hier in der Kiste, da ist immer eine Handgranate drin. Außerdem kann hier in der Kiste auch noch eine zweite Handgranate sein. Falls das jetzt bei dir so ist, wie hier bei mir, das ist, sag ich mal, wirklich so der Worst Case, du hast nur eine Handgranate bekommen, dann ist das Ganze nicht schlimm, denn ich werde dir jetzt zeigen, wie wir uns da wirklich gleich, ja, einen gewissen Vorteil mit der Handgranate oder mit einer zweiten, die wir gleich noch finden werden, ja, verschaffen. Denn durch das Zusammentreiben der Gegner haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn wir da dann Handgranate reinwerfen, dass wir relativ schnell viele platt machen. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Hütte wieder, in diese Scheune und schießen da oben die Laterne ab und dadurch sollte auf jeden Fall auch der Ochse da drin entzündet worden sein. Der macht vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Dorfbewohner noch platt. Und falls du jetzt hier auch wieder gegriffen wirst oder mehrmals da gegriffen wirst, das Ganze ist nicht schlimm, üb das ruhig auch so ein, zwei Mal. Du hast hier mit Sicherheit auch schon ein bisschen Heilung noch dabei, verwende die ruhig und dann wird das auch relativ easy für dich laufen. Du musst so ein gewisses Feeling natürlich dafür bekommen, wie jetzt auch auf dem Schwierigkeitsgrad die Gegner hier sich anfallen. Du hast gesehen, jetzt haben wir hier schon die Handgranate benutzt, weil da waren relativ viele Gegner zusammen. Dann haben wir hier nochmal einen zweiten so ausgeschaltet und dann begeben wir uns jetzt hier langsam in die Hütte. Wenn jetzt irgendwie der Typ mit der Motorsäge früher bei dir angekommen sein sollte, dann geh einfach ab dem Moment, wo diese Zwischensequenz kommt, hier in die Hütte, geh hier oben an den Schrank und hol dir dann gleich die Handgranate. Ich geh jetzt erstmal hin, hab erst versucht, hier noch den Typen abzuknallen, ist mir nicht ganz gelungen, aber dann machen wir ihn einfach so platt. Wichtig ist, dass wir hier die Leiter umstoßen, sodass wir ja hier nicht noch weitere Gegner haben und anschließend ist so ein bisschen der Schlüssel zu dem Ganzen, hier aus dem Fenster zu springen. Denn relativ viele von den Gegnern haben sich jetzt hier unten am Haus versammelt. Wenn du hier gegriffen wirst, ist das Ganze nicht schlimm. Die zweite Handgranate, die wir gefunden haben, die wirfst du jetzt einfach nur hier in die Menge hinein und dadurch hast du wirklich jetzt schon einen mega Vorteil. Du hast schon ein paar Gegner platt gemacht und ich meine insgesamt brauchen wir oder müssen wir 15 Gegner gekillt haben bei dem Angriff, damit dieses Szenario endet, damit dann auch die Kirschenglocken geläutet werden und du dann wirklich hier die Gegner nicht mehr am Hals hast. Leider Gottes können wir natürlich hier im New Game nicht auf die Kirschenglocken schießen, beziehungsweise wir können es schon mit der Pistole machen, wenn wir hier oben aufs Dach von der Hütte gehen. Aber ja, das Ganze bringt uns natürlich nichts, weil die Reichweite von der Pistole nicht so groß ist, dass wir das Ganze treffen können und ein Gewehr, was bis dahin reichen würde, haben wir leider nicht dabei. Auch die Sprotflinte, die wir jetzt gerade mitgenommen haben, die reicht dann natürlich bei weitem nicht. Ja und so musst du dir einfach so ein bisschen den Weg bahnen. Das Ganze, was jetzt hier passiert, ist natürlich alles auch so ein bisschen zufallsbasierend. Also ab dem Moment, wo du aus der Hütte rausgesprungen bist und diese zweite Granate dann in diese Traube geworfen hast, musst du halt ein bisschen schauen, dass du natürlich hier so vorankommst, dass du nicht die ganze Zeit in die Gegner hineinläufst und dass du dir die so ein bisschen vom Hals hältst. Hier oben auf dem Dach kann ein ganz guter Spot sein. Du kannst nämlich natürlich hier unten in die Gegner reinschießen und das Ganze bringt für dich hier auch den Vorteil, dass die Gegner hier so ein bisschen nach und nach hier oben dann natürlich auch ankommen und das verschafft dir einfach nochmal so ein wenig Zeit. Außerdem kann der Typ mit der Kettensäge auch dir den Vorteil bringen, dass er manchmal in die Menge so reinhaut und wenn das passiert, ist natürlich umso besser und dann solltest du relativ schnell die Welle auch hinter dich gebracht haben. Hier in dem Moment war das jetzt so, die Gegner haben von uns abgelassen und wir können uns vom Dorfplatz auf den Weg zum Bauernhof machen. Hier ist zum Beispiel links noch eine Hütte, da findest du was drin. Hier oben sind noch zwei Hütten, hier gehen wir auf jeden Fall nochmal rein, denn hier gibt es einen Schatz, hier gibt es einen Rubin. Ich empfehle dir natürlich auch, nimm alles mit, was du irgendwie so greifen kannst, bei dem du dich irgendwie auch daran erinnern kannst, wo da zum Beispiel noch Schätze sind. Ich habe das jetzt hier im Guide auf ein gewisses Minimum reduziert. Wenn du natürlich den ein oder anderen Schatz trotzdem noch mitnimmst, dann ist das umso besser, denn das bringt dir natürlich auch beim Händler wieder ordentlich peseten und die können wir natürlich gebrauchen. Hier kannst du speichern, du kannst natürlich hier bei deinem Run auf Veteran, um S-Plus-Rang freizuschalten, so oft speichern, wie du willst. Auf Profi würde der Guide hier theoretisch auch funktionieren, aber da darfst du natürlich nicht über die 15 Mal Maximum speichern kommen. Hast du jetzt gesehen, wir haben hier schon ein blaues Medaillon abgeschossen. Nehmen uns jetzt hier noch den Schatz mit, und zwar die Halskette, so dass die natürlich nicht in den Tümpel da fällt. Nehmen uns jetzt hier noch eine weitere Medaille beziehungsweise ein weiteres blaues Medaillon mit. Hier war jetzt der Endgegner, so ein bisschen der Ochse. Das kann manchmal echt nerven. Muss so ein bisschen aufpassen. Hier hat er uns jetzt nochmal einen vollen Hit mitgegeben, aber ist nicht weiter schlimm. Wir heilen uns an der Stelle einfach mal und wir bekommen auf jeden Fall gleich noch genug Heilung. Dann hier rechts ist auch noch ein weiteres Medaillon, das nehmen wir auch noch mit. Kannst du mit dem Messer zerstören oder halt auch abschießen, ist an und für sich egal. Und das ist halt wichtig, wie gesagt, diese ganzen Aufträge für den Händler, die werden wir abarbeiten, damit wir direkt im Kapitel Nummer 7 natürlich auch dann schon die Möglichkeit haben, uns für die Chicago Sweeper unendlich Munition mit dem Spezial-Upgrade-Ticket zu gönnen. Wir gehen jetzt hier rein, du hast gesehen, wir haben das grüne Kraut noch mitgenommen. Hier zerstören wir noch die beiden Kisten. Hier bekommen wir ein bisschen MP-Munition und die Dame, die hat uns zum Glück nicht weiter erreicht. Hier Achtung, ducken, nicht explodieren lassen und hier hinten um die Ecke gibt es noch ein gelbes Kraut. Das solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen, denn das erhöht natürlich auch in Kombination dann nochmal unseren Energiebalken, wenn wir das Ganze auch noch zum Beispiel mit einem grünen Kraut kombinieren und uns gleichzeitig noch heilen. Hier oben gibt es das vierte blaue Medaillon, das nehmen wir auch noch mit. Hier unten um die Ecke gibt es die Nummer 5 und dann haben wir hier Kampf den Medaillons den ersten Auftrag für unseren Händler auch abschließen können. Wir springen hier trotzdem nochmal nach unten, das muss jetzt nicht unbedingt so sein, also du hättest jetzt theoretisch auch in die Hütte da schon direkt hineingehen können, aber ich möchte hier noch einen weiteren Schatz mitnehmen und wir haben außerdem auch noch die Möglichkeit, da hinten gibt es nochmal zwei Fässer und wenn da zum Beispiel dann nochmal Handgranaten oder so drin sind, dann ist es auf jeden Fall cool, wenn du das auch noch mitnehmen kannst. Hier hinten einfach raus, runter springen und dann haben wir hier die Möglichkeit, auch noch das Fass zu plündern. Hier gibt es den Schatz und wie gesagt, wenn du das natürlich mit Edelsteinen dann kombinierst, dann hast du die Möglichkeit, relativ schnell da durchzukommen beziehungsweise mehr Peseten zu bekommen, um dann dir natürlich auch noch besseren Stuff zu kaufen und der ermöglicht es dir vielleicht auch schneller im Spiel voranzukommen. Küchenmesser nehmen wir mit, das Holzrad brauchen wir natürlich ganz wichtig und ja, der Typ, der jetzt hier kommt, das ist auch wieder so einer mit einer Ochsenmaske, den ignorieren wir an der Stelle. Falls er dir irgendwie zu nahe kommt, einfach aufpassen, im richtigen Moment natürlich R3 drücken, um dich dann zum Beispiel zu ducken, aber so auf dem Weg, wie ich dir das jetzt hier zeige, geht das auf jeden Fall und ich weiß, man kann hier schneller durchkommen, aber es ist halt wichtig, hier vielleicht noch das ein oder andere auch an Peseten mitzunehmen oder an Schätzen mitzunehmen, die dir später auf jeden Fall noch gut helfen können. Jetzt springen wir hier wieder einfach nach unten und können dann da hinten auch gleich raus und haben den Bauernhof damit auch hinter uns gebracht und haben damit fast auch Kapitel Nummer 1 schon fertig. Wir kommen natürlich jetzt gleich noch an diese, noch nicht an die Fischfarm, aber noch an so eine kleine Siedlung. Ich glaube, es heißt auf der Map auch Siedlung und da siehst du, da kommen die Gegner schon durch unser Laufen und durch unser, ja, verwinkeltes Laufen, gerade eben am Bauernhof, haben wir uns so einen Moment Zeit verschafft. Manchmal kann es auch sein, dass die nämlich, wenn du zu schnell schon hier hochrennst, dass die Gegner dir direkt auf der Pelle hängen und dann kann es halt passieren, dass du hier drauf gehst. Deshalb dieses, ja, extra nochmal diese Runde laufen beim Holzrad einsetzen. Die hat uns schon einen gewissen Zeitvorsprung dann auch gebracht und dann sind wir hier relativ schnell durch. So, Achtung, hier unten kommt jetzt eine Dorfbewohnerin und entweder, manchmal kann es sein, dass du sie einfach nur mit 1, 2 Schüssen stunzt und dann einfach weiterläufst. Manchmal kann es auch sein, dass du einfach so an ihr vorbeilaufen kannst. In dem Moment hier war ich mir ein bisschen unsicher, weil sie relativ früh von uns was mitbekommen hat. Deshalb habe ich da einfach mal zweimal auf sie geschossen und ist nicht tragisch. Wir haben kein Munitionsproblem hier irgendwie in den Folgen. Macht ihr da keine Gedanken. Wir können genug Zeug auch herstellen und dann ist das wirklich ganz easy zu machen. Hier schießen wir jetzt auch einfach aufs C4 und dann hier hinten noch auf die Kiste. Achtung, hier vorne gibt es eine Bärenfalle und hier sehen wir schon, unser Inventar ist voll und ja, wir benutzen jetzt beziehungsweise sammeln, kombinieren das ein oder andere, damit wir hier zum Beispiel auch nochmal den Stoff mitnehmen können. Hier musst du ein bisschen aufpassen auf die Gegner. Der ein oder andere wird dich eventuell hier treffen. Nimm dir da eventuell auch die Zeit, um dann vielleicht nochmal den ein oder anderen abzuschießen, aber bedenke immer, jedes Mal, wenn du stehen bleibst, um zu zielen, kommen dir natürlich die anderen Gegner auch nochmal ein ganzes Stück näher. Hier können wir jetzt einfach mal gucken, was wir zum Beispiel auch schon herstellen können. Können jetzt hier zum Beispiel Flintenmunition nochmal ein bisschen herstellen und können dann hier den Rohstoff mitnehmen und dann hier das C4, das kannst du entweder so entschärfen oder du nimmst halt Abstand und schießt darauf. Hier gibt es nochmal eine Handgranate, die ist nicht fest dort, also dort kann auch Pistolenmunition oder sowas liegen. Schau auf jeden Fall immer in diesen Schrank hinein, denn jede Handgranate, die du natürlich noch mit dabei hast oder mehr hast, die bringt dir einen gewissen Vorteil und den schießen wir jetzt einfach hier mal mit der Schrotflinte ordentlich was zwischen die Ohren und dann haben wir auch hier das Kapitel Nummer 1 gleich hinter uns gebracht und müssen jetzt hier nur noch in den Keller schauen und dann sind wir dort auch gleich ja, mit Kapitel Nummer 1 fertig. Hier hinten, wie gesagt, da gibt es nochmal unseren Punkt, wir überspringen hier die Zwischensequenz und dann gibt es nochmal die Übersicht. Kapitel Nummer 1 hast du damit abgeschlossen, du wirst wahrscheinlich auch ungefähr bei 15 Minuten sein, ist eine gute Zeit, geht theoretisch schneller, aber mach dir keine Gedanken, wenn du 15 Minuten brauchst, dann brauchst du die und das ist alles fein. Wir speichern dann hier an der Stelle auch das erste Mal und ja, können damit dann auch hier ins Kapitel Nummer 2 springen und auch hier gibt es am Anfang wieder eine kleine Zwischensequenz, auch das überspringen wir natürlich, das müssen wir uns alles nicht anschauen, einfach nur, wie gesagt, wegdrücken und dann haben wir jetzt hier an der Stelle erstmal natürlich keine Munition, keine Waffen, nichts bei uns, wir sind hier unten in dem Keller jetzt und ja, müssen natürlich erstmal an unseren Stuff wiederkommen, das wirst du alles schon kennen, das hast du alles auch schon bei deinen Läufen mit Sicherheit so durchgemacht und ja, nehmen uns hier das Messer und jetzt einfach hier nach oben und aufpassen hier an der Stelle, wirklich ihn jetzt hier per Stealthkill ja, ausschalten, nicht dich entdecken lassen, ansonsten, ja, wirst du da keinen Spaß haben bei dem Kampf, ähm, dann hier, er, er ist so eine Plaudertasche, bei dem kannst du dann einfach außen rum rennen, der will nämlich dir erstmal irgendwie eine Story texten und ja, das nutzen wir einfach, rennen um ihn herum, können anschließend dann hier den Kollegen noch per Stealthkill ausschalten und haben dann hinten die Möglichkeit auch das Rad direkt zu drehen, das müssen wir drehen und dann weißt du ja, in der Fabrik gibt es dann auch noch drei Ratten, die werden wir auch gleich noch ausschalten, theoretisch kannst du das jetzt auch hier mit dem Messer machen, aber ich will das Messer nochmal ein Stück weit schonen und hier, er hat jetzt uns nicht entdeckt beziehungsweise nicht mitbekommen, manchmal wenn er direkt wieder auf dich zukommt, dann ist das nicht schlimm, entweder, ja, ignorierst du ihn einfach, das hat bei mir am häufigsten geklappt oder aber du umläufst ihn irgendwie beziehungsweise schaltest ihn halt mit dem Messer aus, eventuell, falls das bei dir nicht direkt klappt, wir haben hier unser Savegame vom Kapitel Nummer 1 vom Ende noch, dann kannst du das auf jeden Fall auch nehmen und kannst es dann einfach nochmal probieren, sodass es vom Timing her passt. So, jetzt machen wir uns hier auf die Rattenjagd und müssen mal schauen, hier hinten in der Ecke, da muss die erste Ratte sein, da ist sie auch schon, dann gehen wir hier wieder hinten zu der Plaudertasche, da steht sie, die schalten wir auch aus und dann finden wir hier hinten in der Ecke auch die Ratte Nummer 2, auch die killen wir, hat noch nicht funktioniert, jetzt hat es geklappt und nehmen uns natürlich hier auch nochmal ein Kraut mit, müssen wir mal schauen, wir kombinieren das hier an der Stelle einfach mal so, musst du natürlich ein bisschen schauen, was du vielleicht eingesammelt hast, hier auf jeden Fall den Saphir mal noch mitnehmen, dann hier hinten, mal schauen, da gibt es auch nochmal ein bisschen Pistolenmunition, passt auch schon wieder nicht mehr in unser Inventar, ist halt so eine Sache, wir müssen da uns immer ein bisschen ausprobieren, wo kann was funktionieren, können wir vielleicht was herstellen, falls es mal nicht der Fall ist, dann macht ihr da nicht zu viele Gedanken, dann lasst dann lieber auch was liegen, das ist nicht weiter wild, oder aber was du auch machen kannst, wenn du jetzt siehst, du hast wenig Energie, dann benutzt zum Beispiel ein Kraut oder sowas, ja, das haben wir jetzt hier gemacht, haben ein bisschen unsere Energie noch aufgepusht und haben dann die Munition noch mitnehmen können, du siehst, auch hier, das hätten wir alles viel, viel schneller machen können, aber ich habe ja wie erwähnt gesagt, du bekommst von mir den ganz ausführlichen Guide und dann wird dir nichts mehr entgehen, du wirst ganz easy wirklich hiermit abschließen können, es gibt logischerweise die ein oder andere Herausforderung, die wir trotzdem meistern müssen, auch den ein oder anderen Gegner, der dir sicherlich richtig, richtig hart auf den Sack gehen wird, aber sehe das ein bisschen als Motivation hier auch, dass du das trotz allem mit genug Übungen hinbekommen kannst und dann sollte das auf jeden Fall für dich kein Problem sein. Hier die Dame haben wir gestunnt, haben einmal auf sie geschossen, dadurch greift sie uns nicht an und hier gibt es jetzt eine Möglichkeit relativ schnell auch durchzukommen und zwar springen hier einfach nur nach unten und geh dann hier direkt nach rechts, hier den Typen ein oder zweimal anschießen, sodass er ein bisschen da rumtaumelt, dann hier auf das Fass zum Beispiel direkt auch schießen, dadurch wird die Kollegin da drin schon mal beziehungsweise die da auf uns zukommen wollte, die wird schon mal ausgeschaltet, dann hier die Leiter nach oben und dann gibt es hier einen Typen mit Dynamit und im Idealfall schießt direkt aufs Dynamit und hier hast du auch gesehen, wie hart die Zielhilfe gearbeitet hat, das ist halt ein gewisser Vorteil echt und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal dieses Wappen, was wir ja auch als Schalter brauchen und das hat auf jeden Fall jetzt nicht wahnsinnig lang gedauert, es gibt nämlich hier auch Möglichkeiten, dass du dich irgendwie in so einer Hütte nochmal verschanzt und dann wartest, bis die ganzen Gegner da erstmal irgendwie hier weg sind, aber wie gesagt, da müssen wir uns überhaupt nicht Gedanken machen und auch hier siehst du, ich werde das ein oder andere Mal natürlich auch getroffen von den ganzen Dorfbewohnern, aber das ist nicht weiter schlimm, mach dir da nicht so viele Gedanken, ich habe erst überlegt, boah, soll ich hier nicht so einen perfekten Run zeigen, aber im Gegenteil, ich denke, es ist für jeden auch irgendwo immer ein bisschen besser mal zu sehen, wie das Ganze natürlich nicht direkt funktioniert oder wie wir hier auch wirklich kurz vorm Draufgehen sind, denn ja, so verlierst du nicht die Motivation, wenn du da irgendwie siehst, wie hier eine No-Hit-Run ablegt, dann, ja, weiß ich nicht, kann das natürlich auch demotivierend sein, wenn du, wirst es dann irgendwann vielleicht aufgeben oder nicht mehr versuchen wollen, weil du denkst, ach nee, so ein No-Hit-Run braucht keiner, also wie gesagt, von daher, ich lasse meine Fehler hier lieber drin und zeige dir dann einfach auf dem Weg, wie das relativ easy klappt, hier in die Hütte rein und hier gibt es noch ein gelbes Kraut, das ist ultra wichtig, das nehmen wir noch mit, kombinieren wir natürlich hier unten direkt auch mit dem grünen Kraut und du hast auch gesehen, da war ein Erste-Hilfe-Spray, alles so Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen, so und hier ist wieder die Oma von gerade eben, die wir natürlich auf unserem Weg in dieses kleine Dorf oder in diese kleine Siedlung hinein schon das erste Mal gestunt haben und dann sind wir relativ gut hier durchgekommen, heilen uns hier nochmal kurz und das hat echt nicht lang gedauert und hier kannst du halt Zeit liegen lassen, wenn du dich da wirklich großartig mit den Gegnern beschäftigst und das brauchst du einfach nicht, was du natürlich auch gemacht haben kannst, dass du im Vorfeld nochmal beim Händler zum Beispiel gespeichert hast, kannst du alles machen, hier in dem Fall haben wir es jetzt einfach so gemacht und wir kommen trotzdem richtig, richtig gut durch. So, jetzt hier in dem nächsten Abteil, da müssen wir jetzt hier den Typen einfach nur mit dem Messer killen, das haben wir auch gemacht, so haltbar ist unser Messer jetzt an der Stelle auch nicht mehr, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann hier unten durch, hier hinten gibt es nämlich nochmal ein paar Kisten, hier gibt es nochmal Rohstoff L, den können wir auch mitnehmen. Für das Schnellsortieren musst du einfach nur L3 drücken, ich meine L3, ja L3 war es und genau, dann wird alles schnell sortiert und wird auch schnell dann, wenn Platz ist, ins Inventar aufgenommen. Hier gibt es nochmal Schießpulver, Peseten und hier hinten gibt es noch einen Saphir und jetzt sollte sich der Dude hier hinten rechts in der Ecke befinden und jetzt gibt es hier noch eine ältere Dame, die ist noch so ein bisschen ja benommen oder ich weiß nicht, die braucht halt einfach ein bisschen länger, bis die checkt, dass da einer kommt. Ja und dann kannst du an ihr relativ einfach vorbeilaufen. Hier oben gibt es zum Beispiel auch noch einen Schatz, hier jetzt über uns, hier hinten gibt es auch noch einen, den kannst du zum Beispiel mitnehmen. Ich habe gehofft, dass es hier ein bisschen schneller funktioniert vom Schießen, aber hat relativ lang gedauert und du musst halt einfach nur aufpassen, durch den Krach, den wir hier machen, haben wir halt den Typen mit der Motorsäge aufgeweckt und den kannst du aber grundsätzlich ignorieren. Renn einfach schnell an ihm vorbei, pass natürlich hier auf, dass du nicht in die Bärenfallen hineintrittst und dann kannst du hier relativ schnell auch diesen Part komplett hinter dir lassen. Auch da nochmal eine Bärenfalle, hier gibt es noch eine weitere Truhe, auch das nehmen wir noch mit und hier in dem Schrank, da gibt es noch einen Rubin, auch den natürlich wir auf jeden Fall mitnehmen und hier hinten nimm dir ruhig den kleinen Schlüssel mit. Musst du nicht unbedingt, aber wirst du gleich sehen, wenn wir wieder zurück ins Dorf kommen, dann werden wir da auf jeden Fall noch was mitnehmen können. Hier ist das ganze Weizen, Schwein und Kind, um das Rätsel hier das Schloss zu knacken und dann bekommst du hier die Kristallkugel als Zugang gleich oben für die Tür. Hier, nimm ruhig die Sprotflinte und zwiebel den einfach zweimal ordentlich was rein und dann hast du hier die Möglichkeit auch relativ schnell oben anzukommen. Hier noch das rote Kraut mitnehmen und dann kannst du hier oben die Kristallkugel einsetzen und hier müssen wir einfach das Ganze nur erstmal nach unten bewegen, haben jetzt so ungefähr ein Symbol zum Erkennen, drehen das Ganze einmal um 180 Grad und dann sehen wir auch schon, dann haben wir das Symbol, das Las Plagas Symbol und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, ja, in den Raum zu kommen, nehmen noch die Pistolenmunition mit und haben den Insignienschlüssel. Nice, damit hast du auch Kapitel Nummer 2 schon hinter dich gebracht und wir sind noch nicht ganz bei einer halben Stunde angekommen. Vom Video jetzt hier von der Spielzeit an sich ist es ein bisschen weniger. Wir sehen das hier unten, 23 Minuten. Kannst du dir natürlich auch immer nochmal über Pause aufrufen, kannst du das Ganze nochmal ansehen. Ja, und dann nutzt einfach natürlich auch hier den Abschluss vom Kapitel beziehungsweise den Beginn Beginn vom Kapitel Nummer 3, um nochmal zu speichern und dann, ja, sind wir im Kapitel Nummer 3 schon angekommen. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag, wir sind gut, wir kommen wirklich gut voran und mach dir keine Gedanken, du wirst das wirklich ganz leicht hinbekommen. Mit den Save Games mach dir da auch keine Gedanken, es wird easy klappen. Hier geh nach rechts, nachdem du aus dem Haus vom Dorfaufseher rausgekommen bist und befreie natürlich den Hund, denn der wird uns später nochmal in einem weiteren Kampf einen gewissen Vorteil bringen. Mit dem Insignienschlüssel können wir jetzt auch hier durch und begeben uns jetzt wieder auf den Weg zum Dorf. Hier rechts gibt es nochmal eine kleine Hütte, solltest du auf jeden Fall reingehen, denn hier gibt es noch eine Kiste, da haben wir jetzt in dem Fall Schießpulver nochmal gefunden. Möglicherweise ist da bei dir auch was anderes drin, aber du siehst, wir sind relativ gut ausgestattet, wir haben eine Granate, wir haben natürlich auch die Chicago Sweeper, wir haben unsere Pistole, wir haben die Schrotflinte, also wir sind relativ gut equipped, was unseren weiteren Weg hier betrifft. So, jetzt hier unten im Dorf wieder angekommen und jetzt musst du hier aufpassen, schieß hier hinten erstmal das Schloss auf von dieser Tür und das wird dir gleich einen gewissen Vorteil bringen, aber bevor wir da hineingehen, gehen wir hier nochmal in diese Hütte und wir haben ja gerade eben den kleinen Schlüssel noch mitgenommen und hier hast du die Möglichkeit noch einen Schatz mitzunehmen und zwar den alten Kompass. Hier aus dem Schrank ist es schon das ein oder andere mal passiert, dass da irgendwie noch ein Gegner rausgesprungen ist. Ich weiß nicht, ob das davon abhängig ist, wie du in der ersten Welle vom Dorf das Ganze überstehst oder nicht. So, jetzt wird hier der Turm gesprengt und dann einfach schnell hier hinten reinrennen. Achtung, nicht ins C4 laufen und dann hast du die Möglichkeit, hier nämlich diese Hunde, die dich da hätten angreifen wollen, relativ leicht hinter dich zu bringen. Achtung, hier gibt es wieder einen Gegner, den einmal anschießen, dass er halt einfach taumelt und dann hast du die Möglichkeit, hier auch ganz easy an die Tür zu gehen und mit dem Insignien-Schlüssel in den nächsten Part. Achtung, hier in der Kiste ist eine Schlange, aber die brauchen wir, also eine Viper, die brauchen wir an der Stelle, denn es gibt ja noch einen weiteren Auftrag für den Händler, in dem wir drei Schlangen, drei Vipern abgegeben haben müssen. Hier habe ich jetzt geguckt, ich konnte das Ganze nicht mehr mit dem Kraut oder mit den grünen Kräutern kombinieren, weil ich an der Stelle zwei grüne Kräuter miteinander kombiniert habe, zwei grüne und ein lila oder rotes Kraut miteinander, das geht halt leider nicht. Und ja, aber wir haben trotzdem ein bisschen Platz geschaffen für den Händler und haben dann auch den Stuff noch mitnehmen können. Hier den Stoff, den Rohstoff L, den brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Hier nochmal Schießpulver, auch sehr nice. Und dann gibt es hier hinten noch einen weiteren Schrank, da gibt es noch einen Schatz und den solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen. Ne, beziehungsweise Blindenmuni. Blindenmuni ist auch wie ein Schatz. Ich hatte da irgendwie auf dem Schirm, dass da noch ein Schatz drin war. Aber ist nicht weiter schlimm. So, und hier siehst du auch Kampf der Medaillons und die, ja, den Auftrag für die drei Ratten in der Fabrik. Und das haben wir auch schon abgeschlossen. Wir kaufen jetzt hier auch schon mal die, die, ähm, die, die eine Viper. Genau. Und dann haben wir das auf jeden Fall auch gemacht. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, ähm, für den Lauf mit nur Pistole und nur Messer. Den kannst du zum Beispiel auch ganz gut kombinieren, sodass du nicht mehr mit dem Händler sprichst. Also das war damals mein zweiter Run. Wie gesagt, das Ganze findest du unten in der Videobeschreibung. Und in dem zweiten Run habe ich dann nie mit dem Händler gesprochen. Kannst du nämlich so machen. Ähm, dafür bekommst du auch eine extra Trophy. Hier haben wir jetzt die, den Auftrag Grabsteine abgeschlossen, indem wir diese zwei, ja, diese zwei Symbole an den Grabsteinen zerstört haben. Kannst du mit dem Messer machen. Kannst du auch mit der Pistole machen. Das ist hier natürlich freigestellt. Und dann bist du in der Kirche angekommen. Du bespringst natürlich hier diese ganzen, ja, Zwischensequenzen, diese ganzen Anrufe und so weiter. Das brauchen wir uns alles nicht gönnen. Und dann hast du hier die Möglichkeit auch nochmal zu speichern. Kannst du auf jeden Fall gerne machen. Schadet nicht. Und falls du den kleinen Schlüssel im Dorf nicht eingesetzt hast, dann kannst du das auch hier im Raum machen. Hier in dem Raum gibt es nämlich auch nochmal einen Schrank, bei dem du dann den kleinen Schlüssel einsetzen kannst. Und da bekommst du dann auf jeden Fall auch nochmal einen Schatz. So, jetzt sind wir hier auf dem Weg zum See. Wir sollen nämlich den See überqueren. und hier beschäftige dich nicht mit diesen Gegnern hier am Anfang. Das ist wirklich Zeitverschwendung. Einfach so schnell wie möglich hier hochgehen, die Leiter hochklettern. Auch hier, die sind alle irgendwie mehr mit sich selbst beschäftigt, als die, dass die uns da wirklich irgendwie was antun. Aber hier musst du dann aufpassen. Hier, der eine will dich auf jeden Fall angreifen. Hier auch einfach aufpassen, das Ganze nach Möglichkeit einfach parieren und dann relativ schnell einfach hier durchrennen. Du kannst dich auch da hinten an so ein rotes Fass stellen, kannst dann da versuchen mit den Gegnern irgendwie das Ganze aufzunehmen. Das kostet nicht so viel Zeit, also das kann auf jeden Fall auch ein guter Plan sein, dass du dich mit den Gegnern da irgendwie nochmal auf dem Weg beschäftigst. Aber ich würde es dir einfach nicht empfehlen, weil auf dem Weg, wie ich es dir jetzt hier gezeigt habe, kommst du relativ schnell durch. Dann Achtung, hier hinten gibt es schon einen dieser Hunde und gerade eben konnten wir im Dorf noch relativ schnell denen aus dem Weg gehen. Aber ja, in dem Fall jetzt hier bringt es nichts, denn es sind gleich zwei an diesem Platz und die schalten wir einfach aus, damit die uns hier nicht irgendwie nochmal, ja, auf den Zünder gehen. Dann Achtung, hier oben, da gibt es einen Schatz, den nehmen wir auch mit und du hast vielleicht gerade eben schon in der Ferne gesehen, da ist auch noch ein blaues Medaillon. Das werden wir allerdings erst später mitnehmen, denn wir werden ja hier an dem Punkt auf jeden Fall auch nochmal vorbeikommen und ja, dann wirst du auch nochmal sehen, wie du da an alle Medaillons kommst, um einen weiteren Auftrag für den Händler abzuschließen. Hier eine weitere Kiste, dann hier nochmal zwei Kisten, alles was wir so unmittelbar auf dem Weg einfach antreffen können, zerstört es einfach und nehmen da mit, was du bekommen kannst. Das wird dir später auf jeden Fall helfen. So, hier gibt es dann eines dieser Sechsecke, was wir dann später auch noch einsetzen werden, um noch an einen weiteren Schatz zu kommen. Das kommt aber erst, ich meine, im Kapitel Nummer 4, Kapitel Nummer 5, ich meine, irgendwie so, Kapitel 4, 5, da unten, da werden wir nämlich diese sechseckigen Teile dann einsetzen und ja, da kommen wir dann noch an einen Schatz und den solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen. Ja, hier nochmal den Stoff mitnehmen. Wie gesagt, bei dir werden sicherlich andere Dinge da erscheinen. Wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel MP-Munition herzustellen, dann mach das. Das wird dir später nämlich noch einen gewissen Vorteil bringen, wenn wir nämlich dann schon gegen einen weiteren Boss kämpfen. Wenn du jetzt hier an der Fischfarm angekommen bist, halt nicht an, bleib nicht stehen, wirklich versuch den Weg hier so durchzugehen, wie ich dir das zeige. Ich weiß, ich weiß, hier gibt es Schätze, hier gibt es blaue Medaillons. Alles, das werden wir auch später noch holen, da werden wir uns später drum kümmern. Aber hier in dem Moment, wenn die Dorfbewohner noch da sind, macht es einfach keinen Sinn, sich mit denen da so anzulegen, denn diese werden dann später, wenn wir nochmal hierher kommen, verschwunden sein und dann werden wir hier auf jeden Fall leichtes Spiel haben, an alles zu kommen. Wir sind jetzt wirklich hier erstmal nur wegen dem Benzinkanister da. Hier liegt noch ein Ei auf dem Tisch, das kannst du natürlich auch noch gerne mitnehmen, um dich ein bisschen zu heilen. Ich empfehle dir hier wirklich zu warten, bis sie einfach oder bis eine der Dorfbewohner hier hineingekommen sind. Dadurch kannst du die wegkicken und hast unter Umständen ein bisschen eher eine Möglichkeit, hier auch wieder rauszukommen. Manchmal können die hier so ein bisschen den Ausgang verstopfen, aber mach dir da nicht zu viel Gedanken. Auch wenn du hier mal gegriffen wirst oder so, ja, oder mal irgendwie einen Schlag abbekommst, mach dir nicht zu viel Gedanken. Es ist alles cool, es ist alles nice. Du wirst auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das ganz easy hier durchzubekommen. So, hier, ihn kannst du oftmals mit dem C4 auch schon ausschalten. Hat jetzt in dem Fall nicht ganz geklappt. Wir haben noch einen Pfeil abbekommen. War ein bisschen schade, aber, ja, er ging uns jetzt so auf die Nerven, wir schenken ihm einfach keine weitere Aufmerksamkeit. Das sollte Strafe genug für ihn sein. Auch hier den Pfeil jetzt, den ignorieren wir völlig. Naja, nicht ganz. Wir müssen uns mal heilen. Aber auch hier siehst du, es ist, manchmal bringt es nichts, sich zu lange mit den Gegnern zu beschäftigen, denn es ist wirklich dann einfacher, ja, hier irgendwo durchzurennen und dann auf dem Weg relativ schnell seinen Weg zu finden. Hier nehmen wir nochmal den Stoff mit. Hier, sie hat uns leider, leider nochmal getroffen. Hier kannst du natürlich immer so ein bisschen links, rechts laufen, um dann auch relativ gut hier nach oben zu kommen, um da nicht vielleicht nochmal einen weiteren Pfeil zu kassieren. Was natürlich auch eine Taktik ist, Fässer abschießen und hier, mega Glück gehabt, wir haben einen Spinell gefunden in einer der Kisten. Das war jetzt echt gerade richtig, richtig Glück an der Stelle, denn, wie gesagt, das ist natürlich das, womit wir später uns auch das Spezial-Upgrade-Ticket holen werden. Dafür brauchen wir 30 Spinell und dass die hier einfach mal so mir nichts, dir nichts spawnen in so einer Kiste, das ist echt sehr, sehr selten und deshalb ist es auf jeden Fall richtig Glück und wenn du da auch jetzt auf dem Weg irgendwie was bekommen hast in der Richtung, dann auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch. Ja, hier unten werden wir jetzt ein blaues Medaillon noch mitnehmen. Wir werden hier nochmal ein bisschen Flinten-Munition herstellen beziehungsweise MP-Munition und hier sehen wir das blaue Medaillon. Wir schießen das jetzt hier schon ab, denn wenn wir später hier wieder am Steg ankommen, dann wird es relativ dunkel sein und dann sieht man es ja, meiner Meinung nach ein bisschen schlechter und deshalb haben wir das jetzt hier einfach mal schon mitgenommen und keine Angst, die anderen ganzen Teile, die haben wir nicht vergessen. Ja, aber wir müssen uns jetzt hier erst mal um das Seeungeheuer im Lagos kümmern. Hier werden wir natürlich auch wieder, ich glaube um die 10, 15 Mal mit dem Speer auf ihn drauf schmeißen müssen und natürlich erst mal die Taktik mit dem Boot nicht irgendwo den Hit abbekommen, sich hier auch nicht treffen lassen, so wie in meinem Fall jetzt. Man kann da früh genug eigentlich ausweichen mit dem linken Stick, aber auch hier der Anspruch ist nicht das Ganze fehlerfrei hinzubekommen, sondern der Anspruch ist da, dass wir Veteranen auf S-Plus-Rang hinbekommen und das werden wir ganz easy packen. Wie gesagt, wenn da mal wirklich hier so 1, 2 Fehler mit dabei sind, ist das nicht schlimm. Was du machen kannst, wenn du wirklich genug Zielwasser getrunken hast, dass du hier die ein oder andere Kiste, die da rumschwimmt, noch abschießt, denn dafür gibt es 1000 Peseten und das hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist möglich im Kampf, aber wenn du das später versuchst, dann ist das irgendwie nicht mehr möglich, also dann kannst du nicht 1000 Peseten einfach mal so bekommen. So, hier ist, also wie gesagt, wenn du so ein Fass zerstörst, im Kampf wiederum kannst du aber, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Boot hier irgendwie drüber fahren solltest oder wirklich mit der Harpune das Ganze abwirfst, dann hast du die Möglichkeit, da auch wirklich 1000 Peseten dafür zu bekommen. Ja, ist manchmal ein bisschen Glückssache, aber du kannst es ja einfach mal versuchen, in den Momenten, wo hier das Seeungeheue ein bisschen Ruhe hält und das ist halt sehr selten, es ist halt doch eher eigentlich immer irgendwie am, ja, am Action machen, aber wie gesagt, kannst du einfach versuchen, hast dann 1000 Peseten mehr auf dem Konto und das ist natürlich auch schon mal ganz gut. Ja, wie gesagt, jetzt hier einfach versuchen, so gut es geht, da durchzukommen. Auch hier taucht es nochmal auf, immer mal wieder so ein Speer dort hineinlanden und hier aufpassen, dass wir uns da nicht wieder irgendwie Schaden abholen. Da war es jetzt ein bisschen spät, da habe ich ein bisschen spät reagiert. Und du siehst, wir brauchen theoretisch jetzt glaube ich nur noch ein oder zwei Treffe und Leon sagt dann auch irgendwann mal von wegen, oh, ich hoffe, das Boot hält es aus oder irgendwie so und, aber mach dir keine Gedanken, das ist wirklich ein, das ist mit einer der leichtesten Bossfights im ganzen Game, also das ist wirklich so. Und hier siehst du jetzt, ich habe es immer nochmal versucht, eines dieser Fässer zu treffen, ist mir leider nicht gelungen, aber dafür treffen wir jetzt hier nochmal das Seeungeheue und wenn du das früh genug triffst, hast du sogar die Möglichkeit, hier nochmal einen zweiten Speer aufzuwerfen und das macht es natürlich auch nochmal ein bisschen leichter, da kommen wir relativ schnell durch. Aber jetzt dreht das Monster nochmal richtig auf, jetzt wird es gleich, siehst du, es schwimmt auch schon viel, aggressive, springt öfter mal hier aus dem Wasser heraus, ist natürlich dann auch dadurch schwerer zu treffen, aber an und für sich kein Problem. und wenn du dann die, ich glaube irgendwas um die 15 mal das Seeungeheue getroffen hast, dann hast du auf jeden Fall auch ganz easy das Ganze geschafft. Müsste jetzt gleich der Fall sein, wir müssten jetzt gleich hier auch am Ende sein und dürften jetzt nicht mehr viele Treffer, nicht mehr viele Hits sein, die das Ganze hier noch einstecken kann und da haben wir es geschafft und wir haben an der Stelle auch Kapitel Nummer 3 hinter uns gebracht. Wie gesagt, wir sind relativ schnell, 40 Minuten läuft das Video jetzt schon und wir sind im, ja hier im Kapitel Nummer 3 mit 13 Minuten, speichern natürlich hier auch nochmal und haben dann, ich weiß nicht, insgesamt vom Spiel her, wie lang haben wir da gebraucht, ich meine auch, es waren irgendwie so um die 35 Minuten. Ja und damit sind wir dann auch im Kapitel Nummer 4 angekommen, das startet dann auch wieder mit einer Zwischensequenz und das auch einfach überspringen, kostet nur Zeit, auch hier, wenn du jetzt nach oben läufst, hier gibt es nochmal so einen kleinen Funkspruch, auch den kannst du wieder überspringen von Hannigan und dann sind wir jetzt hier auch schon in der Hütte am Boot angekommen und hier in dem Kapitel kann man auch relativ viel Zeit sparen und dafür müssen wir allerdings so ein paar Schritte beachten, hier gibt es nochmal ein rotes Kraut, nimm das ruhig mit, auch hier einfach wieder schauen, was passt in dein Inventar, was kannst du eventuell herstellen, das ist immer so ein bisschen, Platz ist wirklich so ein Thema, aber lass es für dich nicht zum Thema werden, stell einfach das ein oder andere her, mit dem du auf jeden Fall gut agieren kannst. So, hier kannst du dich relativ weit rechts halten und manchmal klappt das auch, dass du hier komplett durchrennen kannst, ohne dass du von einem dieser beiden Gegner irgendwie einen Hit kassierst. Das kann funktionieren, falls das jetzt bei dir so ist wie bei mir, dass du den Schlag abbekommst, dann ist es nicht weiter schlimm, ignorier das einfach, renn nach oben, zerstör das Fass, nimm dir den Stuff mit und dann schenken wir denen erstmal überhaupt keine Aufmerksamkeit weiter, denn das würde uns tatsächlich nur unnötig Zeit kosten. Wir kommen dann hier hinten an diesen Altar, auch damit interagieren wir erstmal gar nicht, wir gehen direkt hier rechts um die Ecke und dann bekommen wir hier unten auch die Möglichkeit noch so einen Schlüssel mitzunehmen für diese Altäre und hier beziehungsweise genau für diese Schreine und das nehmen wir natürlich mit, denn darin befinden sich auch noch ein paar Schätze. Und dann hast du gesehen, hier hing noch ein weiterer Auftrag und den werden wir auch gleich abschließen. Wir fahren allerdings erstmal hier nach links auf unsere Fahrt, nehmen wir noch das eine oder andere Fass mit, du hast gesehen, es waren wieder 100 Peseten, natürlich so steigt unser Konto natürlich auch nochmal. Ja, und dann kommen wir jetzt hier in einen Bereich, wo relativ viele Gegner jetzt gleich auf uns warten, aber wir können hier auch relativ schnell durch. Wir nehmen uns erstmal hier hinten noch die Fässer mit. Sehr wichtig, dass wir da natürlich auf jeden Fall auch was mitgenommen haben. Dann gibt es hier an der Stelle eine Blendgranate. Ich bin der Meinung, die ist immer dort an dem Punkt und die empfehle ich dir auch wirklich, nehm die mit, denn die wird dir später nochmal an einem bestimmten Punkt das Leben ein bisschen leichter machen können. Also wie gesagt, auf jeden Fall, wenn du hier eine Blendgranate bekommst, dann nehmen die mit. Ich meine, die ist da immer fest drin, denn diese Las Plagas Gegner, die kommen ja jetzt hier in dem Kapitel erst, deshalb war ja auch die Inszenierung hier im Kapitel 4 diese gewesen und dann hast du auf jeden Fall die Möglichkeit da, die Blendgranate da an der Stelle mitzunehmen. Hier aufpassen, hier bin ich jetzt fast draufgegangen, weil ich den Gegner nicht schnell genug gestunt habe, da einfach heilen und versuche einfach den Weg hier so zu folgen. Du kannst theoretisch auch den anderen Weg nehmen, sodass du rechts hoch kletterst. Habe ich auch probiert, aber der hat für mich in den Probeläufen am häufigsten funktioniert und hier müssen wir jetzt das Y eingeben, genau, und dann öffnet sich hier hinten die Tür und wir bekommen den Kopf des Abtrünnigen. Hier sehen erstmal auch überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken, einfach durchrennen, hier den einfach nur irgendwie umschießen, sodass er dir nicht weiter auf den Zünder geht und dann kannst du hier nach draußen rennen, hier links halten, Achtung, hier die Gegner am besten irgendwie noch so killen beziehungsweise erstmal so ein bisschen betäuben und dann bist du relativ schnell durch, hast hier auf jeden Fall eine Menge Zeit gespart, bist jetzt wieder auf dem Boot und hast schon mal den ersten von zwei Köpfen und das spart dir natürlich auf jeden Fall jede Menge Zeit. So, als nächstes fahren wir jetzt hier hinter zu einem Schatz, den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, da bekommen wir auch nochmal die Möglichkeit an so einem Schrein einen Schatz mitzunehmen, also wirklich wichtig hier hinten der Spot einfach nochmal für dich auch, hier siehst du ein Seidenkristall gibt es hier zum Beispiel Peseten, kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was bei dir wirklich dann spawnt, hier oben den Schatz abschießen, dann hier mit dem Schreinschlüssel uns den Zugang verschaffen und hier haben wir so einen Armreif, den nehmen wir natürlich gerne mit und hier hinten, das ist glaube ich ein Alexandrit, genau, den nehmen wir auch noch mit und dann haben wir hier nochmal ja, wichtige Sachen, um natürlich noch an weitere Peseten zu kommen. Wir fahren jetzt hier durch diesen langen Tunnel und die Besonderheit hier ist, dass es wirklich eine Menge Fässer gibt und die nehmen wir alle so gut es geht natürlich auch mit, haben dadurch die Möglichkeit unser Konto ein bisschen wachsen zu lassen und das ist natürlich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Hier hinten fahren wir jetzt einfach Richtung Licht, folge einfach dem Licht, da siehst du auch schon die Burg, ab Kapitel Nummer 7 werden wir natürlich dort dann zu Gange sein, aber da ist noch ein bisschen hin, wir sind noch im Kapitel Nummer 4, hier hinten müssen wir jetzt in die Höhle, dort bekommen wir dann auch den zweiten Kopf, um dann an den Schlüssel für die Kirche zu kommen, an das Siegel und ja, jetzt hier einfach nur anlegen, hier nach oben rennen, hier gibt es auch noch ein paar Fässer, zerstör die ruhig, es kann das ein oder andere für dich dabei sein, warum es sich auf jeden Fall auch lohnt und Achtung, jetzt hier habe ich jetzt einfach mal das Falsche gedrückt, weil ich zu schnell am X-Spam war, aber hier ganz links, das nächste da drunter und dann das dritte rechts unten, schräg auf der Seite, das auch noch mitnehmen und dann hast du den zweiten Kopf, hast hier nochmal ein sechseggiges Teilstück, das sechseggige Teilstück C und dann müssen wir jetzt hier ein bisschen haushalten, wir können natürlich mal schauen, das hat jetzt hier erstmal oder findet hier erstmal keinen Platz und ja, wir können hier auch ruhig die Chicago Sweeper erstmal wieder an unsere Aufbewahrung schicken, kannst du generell auch machen, du kannst die auch behalten, dann hast du das ein oder andere vielleicht jetzt nicht, Gewehrmunition kannst du mitnehmen, musst du nicht unbedingt, wenn du die mitnimmst, dann lohnt es sich für dich insofern, dass du diese dann später auch einfach beim Händler verkaufen kannst und von daher, hier hinter uns, wo wir jetzt die Leiter runtergesprungen sind, da wäre noch eine Kiste gewesen, die habe ich übersehen beziehungsweise vergessen, das war für mich einfach nur, ich gehe immer den Weg, nehme eigentlich dann die Kiste mit, in dem Fall habe ich es vergessen, aber habe hier unten noch diese zwei Fässer zerstört, ja und dann haben wir auch hier diesen Part schon und jetzt ist es so, es gibt ja noch einen weiteren Auftrag rund um ein goldenes Ei, das müssen wir dann anschließend beim Händler verkaufen und das nehmen wir uns jetzt hier auch direkt schon mit, legen hier direkt an der Stelle, nachdem wir die Höhle verlassen haben, an und dann haben wir hier noch ein Fass, das zerstören wir und außerdem gibt es hier auch so noch ein paar Eier, die da rumliegen und die nehmen wir natürlich auch gerne mit und haben dann einfach die Möglichkeit hier hinten auch das goldene Ei natürlich mitnehmen, ganz wichtig, deshalb sind wir ja überhaupt nur hier hingekommen, denn wie gesagt, das ist auch ein weiterer Auftrag für den Händler und den wollen wir abarbeiten, um einfach viel schneller an Spinell zu kommen. Dann gibt es natürlich hier auch noch den großen Forellenbarsch und den sollen wir erlegen und dafür kriegen wir dann auch nochmal einen weiteren Auftrag abgearbeitet und hier bin ich jetzt ein bisschen blöd stehen geblieben, deshalb ist er erstmal abgetaucht, aber an und für sich auch überhaupt nichts Schweres. Er wird immer so rund um dieses Bootshaus schwimmen, also dort, wo wir uns hier gerade befinden und dann einfach nur einsammeln, Riesenbarsch und dann haben wir den mit, was habe ich gesagt, Forellenbarsch, ich weiß gar nicht, ob es so etwas gibt, aber egal, einfach den Fisch mitnehmen und dann passt das Ganze. Ja, und dann legen wir hier hinten wieder an, wo wir vorhin noch das Boot betankt haben und du siehst jetzt dort unten das blaue Medaillon, das haben wir schon weggeschossen, das wäre unter Umständen hier ein bisschen schwer zu sehen, deshalb haben wir das einfach schon mal gemacht, setzen hier ruhig schon mal diese sechs Teilstücke ein und das ist auch mit einem Rätsel im Game, dass je nach Schwierigkeitsgrad, auf dem du spielst, etwas anders zu lösen ist, als sonst. Also, auf Assistent und Standard gibt es einen anderen Lösungsweg, als es den auf Profi oder Veteran gibt. So, und jetzt sind wir hier hinten an der Fischfarm wieder angekommen und wirklich super easy, wir haben jetzt hier keine Gegner mehr am Start und können uns ganz in Ruhe um den ganzen Stuff kümmern, den wir hier einsammeln wollen. Nicht vergessen, wir haben auch immer noch den Auftrag mit den Vipern und hier links, da habe ich im Wasser gesehen, da schwimmt eine Schlange und die spawnen halt immer wieder hier in der Fischfarm und ich habe das Gefühl, wenn du abends hier bist oder nachts hier bist, dann sind die noch mal eher da, als das vorher der Fall war, als wir das erste Mal hier waren, als die ganzen Gegner hier noch am Start waren. Natürlich kann sich auch hier die ein oder andere Vipern noch in einem Fass befinden, da hinten siehst du zum Beispiel auch, da ist noch eine Truhe, hier hatte ich jetzt das Glück, da war auch schon die dritte, die wir insgesamt gebraucht haben und so hast du halt einfach die Möglichkeit schnell durchzukommen und dann auch einen weiteren Auftrag abzuarbeiten. Du hast gesehen, da war noch eine Handgranate dabei, auch mega nice, muss natürlich bei dir jetzt nicht so sein, aber wenn das auch der Fall war, dann Glückwunsch auf jeden Fall. Granaten, immer so ein Kram, den du ultra gut gebrauchen kannst. Hier das sechseckige Teilstück B natürlich nicht vergessen, auch das nehmen wir noch mit und dann hier hinten, da gibt es nämlich noch einen Schrank und in dem Schrank befindet sich noch ein kleiner Schlüssel, nehm den ruhig mit, kannst du gebrauchen, falls du den mal irgendwie nicht gebrauchen kannst, dann kannst du den zur Not auch beim Händler verkaufen, bringt dir natürlich auch nochmal ein bisschen was. Hier verschaffe ich mir jetzt einfach nochmal ein bisschen Platz, indem ich nochmal, ja, ein paar, ähm, ein bisschen Munition, ein bisschen MP-Munition hergestellt habe für die Chicago Sweeper. Ist auch nochmal richtig gut, wenn du die natürlich mitnehmen kannst oder da, wenn du da mehr hast, denn wir werden auf jeden Fall noch gleich in einen Kampf kommen und dort ist es doch schon wichtig, dass du auf jeden Fall auch eine Waffe mit dir rumträgst, mit der du dann relativ, ja, viel Schaden beim Gegner natürlich verursachen kannst. Ja, und dann sind wir hier an der Stelle jetzt durch und uns fehlt jetzt noch ein blaues Medaillon. Wir haben zwei weitere Viper gefunden, wir haben das goldene Ei, wir haben den Barsch, also eine ganze Menge an Aufträgen. Uns fehlt jetzt wirklich eigentlich nur noch, ja, das Siegel für die Kirchentür, das werden wir uns natürlich auch noch mitnehmen. Nehmen uns jetzt natürlich hier in der Hütte auch noch ein gelbes Kraut mit, das versteckt sich nämlich hier auch noch, kombinieren das hier schon mal mit dem roten Kraut. Hier gibt es nochmal zwei Drohnen, auch immer wichtig, einfach mitnehmen, was geht. Falls das gelbe Kraut, falls du das gelbe Kraut jetzt hier an der Stelle nicht mitnimmst, ist nicht schlimm. So, und jetzt Achtung hier, erst mal rechts das zweimal drehen, dann gehen wir hier unten links hin, drehen das auch zweimal und jetzt müssen wir nur noch hier den oberen Part einmal drehen und dann siehst du, das Symbol hier ist komplett und du bekommst den goldenen Götzen. Goldener Götze stand da zwar jetzt nicht, es stand nur Götze da, aber er sah ja golden aus, von daher passt das auf jeden Fall. So, dann zurück zum Boot und zurück zu dem Altar, an dem wir die beiden Köpfe einsetzen können und was du natürlich auch immer nochmal machen kannst, du hast gerade gesehen, im Wasser schwimmen natürlich auch noch ein paar Fische, die kannst du für Heilung natürlich noch gebrauchen oder aber du kannst die auch zum Verkaufen einsetzen, das geht natürlich auch alles. Ja, fühl dich da einfach frei, mach einfach das, wie es für dich passt. Wenn du hier ein, zwei Minuten länger für irgendwas brauchst, ist das wirklich nicht wild. Das passt wirklich alles, also mach dir da nicht zu viel Gedanken. So, wir setzen hier natürlich jetzt die Köpfe noch ein und du siehst, auch da haben wir die erste Lösung und dann hier das zweite Mal die Hände gelöst und dann bekommen wir die Kircheninsignie und bekommen hier nochmal einen kurzen Anruf, den können wir aber auch ignorieren und dann heißt es für uns ab zur Kirche. Das machen wir natürlich auch und gehen dabei aber natürlich auch nochmal beim Händler vorbei, bringt uns den Vorteil, dass wir natürlich erstens dort speichern können, zweitens uns natürlich auch ausrüsten können und aber auch noch das ein oder andere vielleicht verkaufen oder kaufen können und ja, das bringt auf jeden Fall schon mal viel. Hier nehmen wir noch einen Schatz mit beziehungsweise ja, die Peseten, aber hier hinten in der Ecke, da gibt es noch einen Schatz, da haben wir nämlich den kleinen Schlüssel gerade eben an der Fischfarm uns noch geholt und da bekommen wir eine Taschenuhr, auch wieder sehr gut, wenn wir den ganzen Stuff verkaufen. Hier noch das Fass zerstören und wenn du da mal was vergisst und dem mal irgendwie so zwei, drei net Peseten durch die Hände gehen, ja, also durch die Lappen gehen, ist das auch nicht weiter schlimm. Macht dir da bloß nicht zu viel Gedanken und zu viel Stress. Hier geben wir jetzt erstmal die Aufträge ab. Wir haben ja gesagt, wir haben das goldene Ei, wir haben den Riesenbarsch, wir haben die Wiebern. Du kannst natürlich auch hier den ein oder anderen Schatz, für den du erstmal keine Edelsteine brauchst, auch verkaufen. Hier Gewehrmunition, das kannst du verkaufen, weil wir werden kein Gewehr einsetzen müssen und hier siehst du jetzt auch die Wiebernjagd, die Eiersuche und Riesengefallen haben wir abgeschlossen und hier kannst du jetzt zum Beispiel dein Kampfmesser auch mal reparieren. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Du kannst natürlich auch hingehen, kannst vielleicht auch das ewige Messer pimpen. Das bleibt dir so ein bisschen frei. Ich will dir da nicht vorgeben, was du da wirklich machen musst. Das ewige Messer hat, meine ich, ein bisschen höhere Angriffskraft. Du siehst hier mit 0,8 im Vergleich zu unserem Kampfmesser, aber was halt wichtig ist, dass du auf jeden Fall die Chicago Sweeper ein bisschen verbessert hast. Das solltest du auf jeden Fall machen und dann hast du auch die Möglichkeit, danach hier nochmal zu speichern und hast dir nochmal so einen zusätzlichen Checkpoint geschaffen. Wie gesagt, jetzt hier einfach nochmal gucken, was können wir da vielleicht verkaufen oder so. Schau einfach, was für dich da am besten passt. Ich habe das jetzt hier gemacht, weil wir uns ein bisschen Platz verschaffen müssen für die Chicago Sweeper. Wir wollen die ja jetzt mitnehmen und dann müssen wir das Ganze hier einfach mal so ein bisschen sortieren, damit das passt. Das geht natürlich auch schneller, aber ob du da jetzt hier eine Minute länger stehst beim Händler oder nicht, das ist nachher wirklich nicht entscheidend. Das ist nicht weiter schlimm. Wir werden sowieso eine ganze Menge Zeit bei vielen anderen Punkten im Game sparen. Ja, und damit sind wir relativ gut ausgerüstet und können uns dann hier auch das Ganze mitnehmen. Du hast jetzt gesehen, ich habe jetzt hier das Kampfmesser wieder mit dabei, obwohl ich es gerade eben irgendwie beim Händler verkauft habe. Es liegt einfach daran, ich habe jetzt hier einen Cut drin, denn ich bin nach dem ersten Mal beim Händler ausstatten und so weiter und so fort bin ich gestorben und habe natürlich dann hier im Nachhinein auch wieder das Safe Game geladen. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit einfach, wir haben zwei Handgranaten gehabt, die würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, setz die auch ein. Falls dir hier mal irgendwie eine Handgranate weniger zur Verfügung steht, ist das Ganze nicht schlimm. Ja, macht dir da nicht so viel Stress. Wichtig ist, dass du wirklich die Chicago Sweeper dabei hast, dass du die vielleicht schon ein bisschen verbessert hast und dass du mit der dann auch ordentlich Munition bei dir trägst, um dann hier auch wirklich ja, auf den Riesen einzugehen. Damit du hier El Gigante dann auch platt machen kannst. Jetzt hier kommt auch schon sein, ja, seine Plage, seinen Befall da raus und da halt einfach drauf schießen. Natürlich auf die Distanz ist die Pistole einfach um einiges besser. Deshalb, wenn du die natürlich auch gepimpt hast und auch verbessert hast, dann ist das umso besser, denn das macht mehr Schaden beim Gegner dann. Einfach halt aufpassen, Distanzwahn, ein bisschen Abstand nehmen. Du siehst, auch bei mir, nicht jeder Schuss sitzt hier an der Stelle, aber das ist an und für sich überhaupt nicht schlimm. Es geht hier wirklich mehr darum, auch wirklich durchzukommen. Hier hat er jetzt nochmal einen kassiert und deshalb hatte ich auch gesagt, repariere dir das Messer ruhig, falls du das nur dabei hast, denn dann hast du einfach die Möglichkeit natürlich ihm da nochmal ordentlich ein bisschen was mitzugeben. Diesen, ja, Attacken, in denen er auf dich zurennt, denen aus dem Weg gehen und dann sollte auch schon hier der Hund irgendwann bei dir auftauchen, dem du ja vorher aus der Patsche geholfen hast, am Haus des Dorfvorstehers, nicht am Dorf des Hausvorstehers, sondern am Haus des Dorfvorstehers und ja, hier jetzt einfach auch nochmal schauen, was kannst du mitnehmen, vielleicht kannst du mal ein Ei essen oder so, ja, um dich ein bisschen zu heilen, davon haben wir ja auf der Fischfarm noch was bekommen. Falls du die beim Händler verkauft hast, ist das nicht ganz so tragisch, dann sollten bei dir hier auch wahrscheinlich mehr Sachen spawnen in den Kisten, die dir helfen, dich zu heilen, denn generell ist es ja im Game so, das Game gibt dir immer das, was du wahrscheinlich auch am ehesten oder was das Game denkt, was du am ehesten brauchst. Wenn du wenig Zeug bei dir trägst, um dich zu heilen und aber auch relativ low von deinen HP bist, dann bekommst du eher mal irgendwie was, womit du dich heilen kannst, also eher mal ein grünes Kraut. Die Hütten, die können dir immer mal wieder auch natürlich so ein bisschen helfen, damit du dich verstecken kannst. Hier müssen wir uns auf jeden Fall jetzt mal heilen. Wir kombinieren das hier mit dem Gelb-Roten, kommen dadurch auch ein bisschen mehr HP insgesamt. Und ja, wenn er hier dieses Dach greift, dann ist das eigentlich immer ganz gut, denn da kannst du einfach hingehen und rennst dann in dem Moment so ein bisschen außen rum und ja, dann hat er auf jeden Fall schon mal eine Attacke weniger auf dich treffen können und dann passt das. Ansonsten natürlich wie erwähnt immer versuchen so ein bisschen Abstand zu nehmen, dann hier auch eher mal ja, nicht auf ihn schießen, eher wieder dafür sorgen, dass wir hier weit genug weg sind und einfach mal auf ihn drauf schießen können, hier oben auf seine Plage und ja, dann können wir auf jeden Fall hier auch relativ schnell durchkommen. Und hier das ein oder andere vielleicht auch nochmal herstellen, wir haben zwar genug Pistolenmunition, aber so kriegen wir einfach nochmal ein bisschen mehr Platz auf dem Inventar. Dann hier greift der Hund nochmal an, sehr gut und das ist jetzt so ein Moment, da solltest du gleich die Schrotflinte bereithalten, denn hier rennt er jetzt hier hinten in die Wand hinein, wird dann verschüttet und dann kannst du hier erstmal so viele Hits wie möglich bei seiner Plage dann auch landen und dann sollte das relativ schnell gehen. Hier, sehr nice, wir haben nochmal eine Granate gefangen und leider Gottes ist die wirklich auch ins Nichts gegangen, denn er ist einfach in dem Moment losgerannt beziehungsweise ich hab's da halt einfach in einem falschen Moment dann geworfen. Ist ein bisschen schade, weil das ist natürlich wie erwähnt wirklich sehr gut, wenn du Granaten bekommst, aber war halt ein bisschen, war einfach ein bisschen schade, dass wir da in dem Moment halt wie erwähnt die Granate ins Nichts gesetzt haben. Manchmal ist das so, aber machen wir uns nicht zu viel Gedanken, müssen einfach dranbleiben am Fight und da siehst du auch schon wieder, das ist jetzt so schon ziemlich das Ende, so viel dürfte er an der Stelle jetzt nicht mehr aushalten, müssen natürlich trotzdem dafür sorgen, dass wir hier nochmal ein paar Hits bei ihm landen, er landet allerdings auch natürlich nochmal bei uns ein bisschen was, aber ist nicht so wild, wir kommen auf jeden Fall hier auch relativ gut durch. Video ist jetzt schon eine Stunde, wenn du hier im Kampf ungefähr ja auch bei so ja knapp eine Stunde von der Spielzeit ankommst, dann ist das auf jeden Fall cool und dann passt das. Hier machen wir jetzt einfach mal einen Messer Angriff, siehst natürlich wie das Messer hier auch von der Haltbarkeit direkt wieder nach unten geht, aber auch nicht so schlimm. So und dann hier noch ein paar Hits landen, das ist immer einfacher gesagt als getan und manchmal wenn man sich dann auch selber so zuschaut, später nochmal in der Aufnahme denkt man, oh man, warum hat man da nicht so gemacht oder so gemacht, aber ja, das ist halt manchmal auch gar nicht so easy. Hier habe ich jetzt einfach überlegt, nehme ich jetzt das Kraut oder nehme ich jetzt hier die Eier, ich habe jetzt hier einfach dieses Doppelgrün genommen, ja, das passt schon, auch hier einfach nochmal alles einsammeln und dann einfach immer immer weiter hier oben auf seinen, ja, auf den Befall, auf diese Wucherung, auf die Lastplagers, solche von ihm hier oben einfach nur draufschießen auf seinen Befall und dann ist er auch irgendwann down und du bekommst natürlich auch hier nochmal eine Belohnung, einen gelben Diamanten, der Wolf, der verabschiedet sich dann wahrscheinlich auch nochmal hier mit einem Schrei und nicht vergessen, hier an der Stelle jetzt noch, nehmen noch das blaue Medaillon hier oben mit und dann hast du auf jeden Fall auch da einen weiteren Auftrag abgeschlossen, Kampf den Medaillons 2, herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, auch nochmal ein super wichtiger Auftrag, ja, und wie gesagt, da haben wir gehört, der Hund hat sich auch nochmal verabschiedet von uns und dann können wir hier durch und hier ist jetzt wichtig, wie gesagt, hier haben wir die Blendgranate bei uns, wir machen die oder rüsten die auch schon mal, legen die schon mal auf die Schnellauswahl, sodass wir die gleich haben und das ist halt super wichtig, denn das spart dir gleich ordentlich Zeit, hier hinten sind noch oder ist noch eine Truhe, eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit, sehr nice und wie erwähnt, das Game weiß dann auch irgendwann, was du brauchst und jetzt hier war ein grünes Kraut drin, denn wir sind relativ weit unten von unserer Gesundheit, aber haben nicht mehr so viel zum Heilen dabei gehabt, hier nehmen wir uns auch noch mal die Kisten mit, da sind auch noch mal ein paar Sachen drin, Schießpulver in dem Fall, so und hier rechts in der Hütte, hier gibt es auch noch mal eine Viper, falls du jetzt irgendwie an der Fischfarm nur eine gefunden hast, dann hast du hier auf jeden Fall die Möglichkeit, dir noch mal eine weitere mitzunehmen, bringt dir natürlich auch noch mal einen Vorteil und hier oben gibt es dann auch noch mal eine weitere Truhe und die solltest du auf jeden Fall auch noch zerstören, hier haben wir nämlich noch mal eine Handgranate, ich meine, die ist da immer, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, falls da bei dir was anderes an der Stelle ist, dann ist das nicht weiter wild, hier machen wir noch mal ein bisschen was aus unserem Stuff und stellen noch mal ein bisschen Munition her für die Maschinenpistole beziehungsweise für die Chicago Sweeper und dann rüsten wir jetzt hier die Blendgranate aus, denn hier kommt jetzt eine dieser Hunde, der dann auch ein Las Plagas ist und da werfen wir jetzt einfach nur schnell die Blendgranate und damit ist er Instant Down und haben da wirklich einen relativ, ja, ich würde mal sagen, einen Anführungsstrichen umständlichen Part schnell hinter uns gebracht. Ich würde nicht sagen, dass er schwierig ist, aber ja, damit du halt einfach hier keinen Hit landest und relativ schnell durch bist, hast du das einfach mit der Blendgranate gelöst und dann bist du hier auch direkt in der Kirche. Ja, hier in der Kirche links gibt es noch mal ein grünes Kraut, das auf jeden Fall auch mitnehmen und dann haben wir hier noch mal MP-Munition, auch sehr nice, hier bekommen wir noch mal Peseten, hier hinten gibt es das blaue Teil, diese blaue Scheibe, die wir gleich für das Rätsel brauchen und dann müssen wir das Ganze hier vorne nur noch lösen, hier auf einer dieser Kirchenbänke, da liegen glaube ich noch Bolzen, aber die brauchen wir nicht, also ignoriere die da an der Stelle ruhig, wichtiger ist, dass wir hier das Rätsel lösen, Bolzen brauchen wir nicht, du kannst es natürlich mitnehmen, falls du Platz im Inventar hast und kannst das auch wieder beim Händler verkaufen, das spricht auf jeden Fall überhaupt nichts dagegen, kannst du gerne so machen, aber ich habe das jetzt in dem Fall einfach ignoriert, weil ich mir gedacht habe, ja was soll's, bringt nichts, ist es an und für sich nicht wert, da jetzt irgendwie vielleicht was anderes abzulegen oder so, hier hinten in der Ecke den kleinen Schlüssel noch mitnehmen und dann sind wir auch mit dem Kapitel Nummer 4 gleich durch und an der Stelle sind wir dann jetzt über eine Stunde oder bei roundabout einer Stunde und das ist eine richtig gute Zeit, also wenn du hier wirklich auch bei einer Stunde ankommst, dann ist das wirklich mega gut und ich mache jetzt hier mal eine kleine Pause und trink mal was und wie gesagt auf jeden Fall für dich auch hier natürlich speichern und so weiter und so fort und dann machen wir auf jeden Fall auch gleich zusammen im Kapitel Nummer 5 weiter, das wird nämlich nochmal eine ordentliche Hausnummer, so und da bin ich wieder, wir machen weiter wie gesagt mit dem Kapitel Nummer 5, ich habe mal eine kleine Pause gemacht, das würde ich dir außerdem auch empfehlen, immer mal zwischen den Kapiteln einfach mal so ein kleines Päuschen machen, mal die Finger ein bisschen entspannen, vielleicht auch mal mit dem Hund rausgehen oder mit deinem Tier, spielen, wenn du eins hast, ich habe jetzt gerade mit dem Hund mal eine Runde gespielt, mal mit dem spazieren und begeben uns jetzt gemeinsam hier ins Kapitel Nummer 5, ja hier hinten in der Zelle von Ashley, da gibt es auch noch einen gelben Diamanten, den kannst du natürlich gerne mitnehmen, auch ein weiterer Schatz und ansonsten, ja was das Gute ist an der Stelle, wenn du wirklich auch bereits einen Spieldurchgang auf Profi hinter dich gebracht hast und das Ganze meine ich in einer gewissen Zeit hinter dich bringen konntest, dann bekommst du auch noch die Rüstung von Ashley und die bringt dir einen megamäßigen Vorteil, du musst das eigentlich gar nicht in einer gewissen Zeit machen sondern du musst das wirklich einfach nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen sprich auf Profi wie gesagt das war bei mir der dritte Lauf in dem wir das Ganze gemacht haben den Link dazu den findest du unten in der Videobeschreibung und dann kannst du für sie die Rüstung freischalten und damit wird sie zu 99% unverwundbar es gibt später noch eine Location da kannst du auf jeden Fall noch getroffen werden hier oben hast du gerade eben gesehen nach der Zwischensequenz haben wir uns kurz so herumgedreht dort gibt es nämlich noch eine Blendgranate die solltest du auf jeden Fall mitnehmen dann hier den Funkspruch den kannst du auch überspringen hier hinten gibt es noch eine elegante Halskette die solltest du mitnehmen ja und dann bist du auf jeden Fall gut ausgerüstet kannst hier natürlich das ein oder andere sorry by the way kannst hier das ein oder andere noch herstellen und ja da ist es mich gerade überkommen ich habe nicht zu viel getrunken ich habe gerade eben ein bisschen zu viel gegessen auch noch wie gesagt einfach mal so eine Pause zwischen den Kapiteln neue Energie schöpfen und gerade für das Kapitel Nummer 5 empfehle ich dir nehm dir da wirklich eine ordentliche Portion Mut und ja Ausdauer auch mit denn es wird wahrscheinlich so sein dass du hier das ein oder andere mal drauf gehen wirst ja mit der Rüstung von Ashley ist das gute jetzt du siehst sie kann gegriffen werden aber in dem Moment wo die Gegner sie greifen und irgendwo hintragen wollen da lassen sie auch direkt wieder los und du brauchst dich wirklich zu 99% nicht mehr um Ashley kümmern ja es gibt später noch eine Szene wenn wir dann in der Burg sind da musst du auf jeden Fall aufpassen da musst du nochmal reagieren aber ansonsten du kannst Ashley weder mit irgendwelchen Geschossen von dir verwunden ja noch kannst kannst du sie irgendwie entführen lassen oder so also ihr kann eigentlich wie gesagt bis auf diesen einen Part in der Burg nichts mehr passieren und deshalb solltest du auf jeden Fall vorher auch den Profi Run gemacht haben damit du dann anschließend auch wirklich die Möglichkeit hast ihr die Rüstung zu geben und dann einfach das viel leichter für dich ist hier auf Profi oder auf Veteran dann auch wirklich diesen Run hier zu machen wie gesagt du kannst theoretisch hier den Guide auch für einen Veteranen Run nehmen hier musst du einfach so schnell durchgehen durch das Dorf gerade eben wie ich dir das gezeigt habe denn du hast gesehen der Typ mit der Ochsenmaske der ist dann relativ weit weg und hier fliegt jetzt durch den Sturm irgendwie die ganze Zeit so eine Vase herum die ist ein bisschen geglitscht jetzt steht sie da ganz in der Ecke war auf jeden Fall auch nice und ja wie gesagt so kommst du relativ schnell durchs Dorf und wir gehen jetzt hier oben nochmal zum Haus des Dorfvorstehers denn dort gibt es auch noch ein paar Sachen die wir so mitnehmen können und außerdem wollen wir gleich noch einen Auftrag für unseren Händler abschließen wo wir nämlich diese Bestie diese Hunde Bestie dann besiegen und das wird nicht unbedingt einfach deshalb solltest du auf jeden Fall ja hier auch Granaten und die Blendgranate von gerade eben die solltest du auf jeden Fall mitgenommen haben direkt an der Kirche denn die ist echt ultra wichtig dass du diese zum Beispiel auch hast damit du es gleich gegen diesen Hund einfach nochmal ein bisschen leichter hast das ist nämlich auch wieder eine der durch ja durch die Las Plagas Infektion ja nochmal mutieren kann und auch direkt mutieren wird und ja der ist echt unberechenbar also der ist wirklich eine Maschine und gegen die müssen wir gleich kämpfen ich will dir jetzt nicht zu viel Angst an der Stelle machen aber der hat es wirklich ordentlich drauf und da müssen wir echt aufpassen so sorry ja wie gesagt jetzt hier haben wir noch ein gelbes Kraut natürlich auch ultra wichtig dass wir das nochmal mitnehmen hier hinten gibt es ein Buch das brauchen wir nicht aber hier gibt es auch gleich noch eine Kamera und die solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen hier noch eine Handgranate wirst du wahrscheinlich auch hier was so in der Richtung finden können wie gesagt Handgranaten natürlich ultra wichtig auch hier habe ich jetzt nochmal geguckt nichts mehr neues im Inventar vielleicht können wir hier irgendwie durchs Laden mit der Munition ein bisschen Platz schaffen ging an der Stelle leider auch nicht und ja müssen wir halt einfach schauen vielleicht können wir hier irgendwie das ein oder andere da nochmal nachladen vielleicht passiert dann was wie gesagt du siehst jetzt hier es geht ein bisschen Zeit drauf aber das ist an und für sich nicht schlimm wie gesagt ja einfach schauen manchmal kannst du auch hier sowas wie so ein Messer falls du das nicht brauchst kannst du wegwerfen jetzt in dem Fall scheißen wir auf den Stoff wir brauchen den nicht unbedingt nehmen uns lieber hier diese antike Kamera und dann sind wir hier eigentlich auch soweit fertig mehr brauchst du jetzt hier gar nicht machen diesen Kampf gegen diese Bestie jetzt gleich den triggerst du im Prinzip dadurch dass du jetzt hier nochmal oben an das Haus vom Dorfaufseher gegangen bist hier speicher wirklich das ist meine Empfehlung nimm nimm dir wirklich die Zeit speicher einfach das wird dir nämlich einfach auch den Weg nochmal vom Kapitel anfangen hier hoch zum Haus sparen wie gesagt ansonsten müsstest du den Weg nochmal neu gehen so und hier haben wir jetzt unsere Bestie und du hast vielleicht auch gerade gesehen wie wir von der Schreibmaschine jetzt weggegangen sind ich bin hier auch ein paar Mal drauf gegangen bin echt ein paar Mal gestorben und ich zeige und zwar ist es jetzt erstmal wichtig hier sind ja noch ein paar Bewohner vom Dorf hier oben wird wahrscheinlich die Pussy hier rumstehen oder irgend so ein Dorfbewohner bei mir ist es halt jetzt hier die Dame gewesen die killst du erstmal per Stealthkill jetzt rüstest du hier die Blendgranate aus denn hier kommt jetzt die Bestie die wirfst du dadurch wird die Bestie hier nach vorne geschleudert und danach messerst du diese bedeutet also du solltest auf jeden Fall ein Messer bei dir tragen solltest auch irgendwie ja das vielleicht nochmal beim Händler dein eigenes Kampfmesser repariert haben du hast gesehen als nächstes haben wir noch eine Granate auf die Bestie drauf geworfen ja also so musst du einfach versuchen nach und nach das Ganze irgendwie so zu machen jetzt hier kannst du ein paar Dorfbewohner hinter dir herlocken und gehst hier unten rein das war für mich immer eine ganz gute Taktik erstens mal gibt es hier noch Zeug das du finden kannst manchmal sind hier auch Handgranaten dabei jetzt in dem Fall ist es ein bisschen Stoff und ein bisschen sein dass hier Handgranaten dabei liegen und hier ist jetzt sogar eine noch mit dabei sehr gut und so hast du diesen ganzen Stoff mitgenommen siehst so ein paar von den Dorfbewohnern hast du jetzt einfach hier reingeloggt die kannst du noch ein bisschen aufhalten und manchmal hört sich das für mich so an als ob der Typ mit der Ochsenmaske der ja auch noch hier rumläuft dann auch hier runter in den Keller läuft hier noch eine weitere Handgranate also wir sind jetzt echt gut ausgerüstet aber oder hier unten in diesen in diesen Schacht Kellerschacht oder sowas ja in diesen Tunnel wie gesagt manchmal habe ich das Gefühl der läuft da rein aber ja da musst du aufpassen wenn du hier wieder rauskommst hier links müsste gleich die Bestie irgendwo angesprungen kommen da ist er auch schon und hier auch habe ich versucht eine Granate drauf zu werfen hat nicht ganz geklappt und diese Attacken die sind halt schon echt richtig heavy um Ashley brauchst du dir keine Gedanken machen wie gesagt sie kann nicht weggetragen werden heil dich hier ruhig ein bisschen geh lange Wege versuch wirklich die Gegner irgendwie so wegzuleiten sodass du hier wieder zur Bestie vielleicht auch kannst und dann ja mit der Bestie kämpfst du kannst natürlich auch aufs Dach oben von so einem Haus kannst dich dann dort nochmal ausprobieren musst natürlich aufpassen dass du solche Hits hier nicht kassierst das war jetzt hier echt schon ja ein Fehler würde ich jetzt nicht sagen es passiert halt mal ja aber ja du musst halt einfach aufpassen er hat halt eine unwahrscheinliche Range diese Bestie dieser Hund und da musst du halt echt aufpassen du siehst wir haben jetzt keine Granaten mehr wir gehen jetzt hier einfach mal mit der Chicago Sweeper noch ran versuchen hier natürlich so ein bisschen die Gegner platt zu machen da ist wieder die Bestie hier einfach drauf halten natürlich auch immer versuchen hier die Wacken so gut wie es geht geladen zu halten und ansonsten vielleicht auch mal mit der Schrotflinte voll rein halten ja das kann natürlich auch schon helfen du wirst jetzt gleich sehen dadurch dass wir immer so wieder im Kreis laufen haben wir natürlich die Gegner so ein bisschen auch aufgeteilt die sind nicht alle auf einem Fleck weil das kann uns doch manchmal auch dann wirklich Probleme schaffen jetzt hier gleich kommt wieder die Bestie da ist er auch schon da hatten wir Glück im richtigen Moment uns noch umzudrehen und dann einfach drauf halten und auch auf so eine Distanz wo ich mal schießen und jetzt hast du gesehen wir hatten hier echt Glück denn der Typ mit der Keule hat jetzt hier uns ja die Bestie quasi noch gekillt wir hätten wahrscheinlich nur noch ein oder zwei Schüsse gebraucht ja aber da war natürlich jetzt auch noch eine Portion Glück mit dabei aber ja so hast du auf jeden Fall den Auftrag Vorsicht vor dem bissigen Hund oder wie er heißt abgeschlossen und dadurch kannst du dann ja hier das Areal dann auch hinter dir lassen hier musst du aufpassen hier gibt es nochmal zwei Gegner da kannst du aber an und für sich auch herumlaufen manchmal kann es auch passieren dass die dich angreifen wollen ja stell dich einfach darauf ein eventuell den einen oder anderen Schuss nochmal abzugeben dann sind wir jetzt hier auch schon wieder am Bauernhof angekommen und hier würde ich dir empfehlen auch nochmal zu speichern du hast jetzt gesehen wir haben hier sogar noch einen Spinell mit eingesammelt auch nochmal richtig Glück an der Stelle ja dass wir hier nochmal ja weiter so einen Edelstein bekommen haben denn das hilft uns natürlich auch später für für die für die ganze weitere Geschichte ja wenn wir dann wirklich auch das Special Upgrade Ticket für die Chicago Sweeper kaufen wollen und hier musst du jetzt ein bisschen aufpassen versuch vielleicht das ein oder andere hier noch mitzunehmen siehst hier gibt es auch nochmal Rohstoff hier hinten hast du natürlich die Möglichkeit noch an so einen Schatz zu kommen aber denk auch immer daran dass du hier natürlich noch einen Haufen Gegner hast und hier auch wieder so ein Gegner mit so eine Ochsenmaske ist und ja die können dir halt wirklich schon ordentlich an die Wäsche gehen musst halt einfach aufpassen hier oben auch nochmal ein Fass und in dem Fall war es jetzt hier nochmal ein bisschen Munition für die MP wir müssen einfach hier nochmal ein bisschen was mitnehmen weil nicht nur wegen dem Spinell den wir jetzt zum Beispiel hier nochmal gefunden haben auch richtig nice ja dass wir jetzt gleich zwei bekommen sondern einfach damit wir auch nochmal ein bisschen Heilung bekommen oder auch nochmal ein bisschen Munition und dann empfehle ich dir hier an der Stelle speicher ruhig nochmal weil gerade weil wir jetzt natürlich auch nochmal den zweiten Spinell hier gefunden haben aber auch weil du natürlich von hier aus dann gleich die Möglichkeit hast ans Haus zu gehen du siehst auch hier wieder wir geben jetzt erstmal die Aufträge noch ab aber du hast vielleicht gesehen vom Laden her hier an der Schreibmaschine war der Bildschirm jetzt erst ein bisschen dunkel das bedeutet also ich bin jetzt hier gleich beim nächsten Part auch noch ein paar Mal draufgegangen und ja das was jetzt kommt wirst du wahrscheinlich schon auch kennen wenn du natürlich den ein oder anderen Run gemacht hast und da werden wir uns gleich im Haus zusammen mit Louis natürlich ordentlich einen abschwitzen weil uns dort natürlich auch wieder eine ganze Menge an Gegnern erwartet du hast gesehen wir haben hier die ein oder andere Waffe noch verbessert Achtung Achtung wenn du hier raus kommst und du hast neu geladen dann steht dort der Typ mit der Ochsen Maske das bedeutet auch der will dir wieder an die Wäsche und ja jetzt einfach hier hinten ans Haus rennen und dann geht auch die Action nach der Zwischensequenz gleich los und das erste was du machen solltest schnapp dir hier die Bretter geh dort hinten in die Ecke und nagel das Fenster hier an der jetzt ein bisschen Zeit hier in dem Raum noch den ganzen Stuff einzusammeln das würde ich dir auch empfehlen mach das dann kannst du hier nochmal ein bisschen MP Munition eventuell herstellen hast dann hier auch wieder die Möglichkeit Rohstoff einzusammeln und ja dann kommen auch schon so langsam die Gegner und hier gibt es jetzt so eine Möglichkeit am Anfang würde ich die Pistole nehmen und jedes Mal dann wenn so ein Gegner hier reinspringt dann bleibt der Kopf immer auf einer bestimmten Höhe stehen und dann hast du die Möglichkeit da auch schon mal ein paar Headshots zu verteilen wir haben das jetzt hier an der Stelle nicht gemacht weil wir uns darum kümmern mussten beide Fenster irgendwie im Blick zu behalten aber so geht das Ganze natürlich du musst natürlich hier auch immer aufpassen es gibt hier ein paar von den Gegnern die wollen sich dann auch direkt verwandeln das bedeutet also auch hab vielleicht im Vorfeld dein Messer beim Händler noch mal repariert hier unten siehst du das da können wir das Messer einsetzen oder aber ja das ewige Messer einfach mit am Start ja was nochmal eine gewisse Haltbarkeit hat also das ist wirklich hier so mit ein Punkt gewesen der mich selber ordentlich nerven gekostet hat aber du dann geht das eigentlich dann kannst du hier auf jeden Fall auch ordentlich austeilen das war natürlich jetzt hier noch nicht alles es geht noch mal gleich richtig zur Sache aber du musst hier auch ein paar Gegner umbringen oder zur Strecke bringen weil irgendwann werden dann hier auch weitere Bretter für die Fenster gedroppt und das ist auf jeden Fall ganz gut wenn du das hinbekommst diese dann auch einzusammeln ich hatte so ein bisschen das Gefühl wenn du auf die Gegner schießt wenn die noch draußen sind dann kann es unter Umständen so sein dass die mehr Hits kassieren können deshalb so doof sich das anhört aber ich habe die Erfahrung gemacht wenn die Gegner hier im Haus drin sind dann brauchen die weniger Hits du musst weniger auf die schießen und ja sie gehen schneller down kann natürlich vom Spiel so gewollt sein hier unten siehst du auch da liegen noch ein paar Bretter die habe ich jetzt an der Stelle nicht eingesammelt die habe ich nicht gesehen lauf hier noch mal eine extra runde aber wie gesagt es ist so ein bisschen mit jetzt die Herausforderung natürlich hier wirklich durchzukommen hätten wir jetzt schon die Bretter hier an das Fenster genagelt ja dann wären wir einfach schon ein bisschen schneller jetzt auch zum nächsten Part gekommen brauchen dadurch natürlich auch weniger Munition und so weiter und so fort du kennst das Spiel ja wie gesagt manchmal im Eifer des Gefechts ja man kann das jetzt alles wenn man sich das im Nachhinein nochmal so anguckt und im Nachhinein natürlich auch nochmal so bespricht wie ich das jetzt hier mache ja dann kann man natürlich so Dinge auch auf einmal ganz anders sehen aber ja das jetzt in meinem Fall war halt einfach nicht so ich habe jetzt dann irgendwann die Bretter dann auch gesehen habe hier natürlich noch zum Glück ein paar Eier dabei die können wir dann auch nehmen und ja dann haben wir das paar Bretter hier eingesammelt und wollen das natürlich dann auch hinten auf jeden Fall mal an die Fenster bringen und hier kannst du immer mal wieder die Chicago Sweeper auch weil die waren eigentlich oder den einen hätte ich parieren können aber gut manchmal ist das wie gesagt so ja dann muss man erstmal ja eine Lösung finden oder man hat in dem Moment vielleicht was anderes im Kopf jetzt hier das zweite paar Bretter und da nochmal eine Axt voll in die Presse bekommen ja wie gesagt manchmal ist das halt einfach so hier hinten das zweite und jetzt haben wir das komplette Erdgeschoss vernagelt und können uns jetzt hier um die restlichen Typen kümmern wenn die dich greifen dann hast du oftmals das Glück dass Louis dir dann hilft das ist auch sehr nice ja und jetzt kommen die natürlich an die obere Etage und wir sammeln hier schnell alles ein und gehen dann nach oben die Treppe hier die kann manchmal für dich auch wirklich gut sein weil du dort natürlich auch mehrere von den Gegnern so zusammentreiben kannst du siehst es jetzt hier und dann kannst du dort zum Beispiel einfach mal mit der Schrotflinte reinhalten und hast natürlich dann relativ schnell auch die ganzen Gegner dort ausgeschaltet kann manchmal wirklich hilfreich sein wie gesagt hier auf die Treppe zu gehen und das so ein bisschen zu fokussieren pass nur auf du hast natürlich auch immer die Möglichkeit immer noch mal ganz gut um dann wieder zurück zu kommen und du siehst schon die Munition und alles es wird immer weniger manchmal die Gegner die sich wirklich hier nur auf Louis konzentrieren die kannst du dann von hinten mit dem Messer auch killen manchmal ist das auch ganz gut hier oben die Kisten war jetzt in dem Fall Glück dass wir hier ein bisschen von dem grünen Kraut bekommen haben ja ansonsten also die Stelle ist wirklich pain in the ass es ist nicht anders zu sagen wenn du hier ein paar mal drauf gehst mach dir nicht zu viel gedanken es ist nicht schlimm das passiert einfach übt es einfach legt dir eine Taktik zurecht je nach dem was du für ein Typ bist ob du halt einfach richtig guten Aim hast oder so dann wird dir das vielleicht sogar leichter fallen ansonsten einfach versuchen irgendwie mit einer gewissen Taktik natürlich auch immer angepasst auf die Situation ranzugehen und dann irgendwann kommt hier dann auch der Typ mit der Ochsenmaske und in dem Fall kannst du relativ schnell runter gehen und jetzt hier haben wir noch eine Handgranate dabei und das ist halt schon super wichtig dass wir mit der Handgranate auf ihn drauf gehen du solltest auf jeden Fall irgendwie sowas in der Richtung dabei haben Handgranate wäre natürlich ultra nice du kannst natürlich auch hingehen falls du irgendwie eine Blendgranate noch hast dann wirf die halt einfach da rein das kann dir auch das Leben retten in dem Moment dann kannst du ihn möglicherweise auch irgendwie nochmal mit einem Nahkampf Angriff dann irgendwie ein bisschen bearbeiten das hier war halt so richtig kacke der kam mir gerade entgegen ist dann gerannt und ja wir haben in dem Moment mit der Schrotflinde geschossen und ja war halt einfach ultra ultra schlecht vom Timing weil der Schuss ist einfach nur in die Wand gegangen hier hinten kann man sich manchmal so ein bisschen verstecken wenn du ihn hier hineingelockt bekommst dann macht er hauptsächlich hier seine Schwungangriffe du siehst du kannst ihn dann mit der Pistole bearbeiten pass nur immer auf es kommen natürlich auch weiterhin andere Gegner hier hinein ja und er ist jetzt auch schon down und wird auch automatisch diese Zwischensequenz getriggert und dann kannst du das Kapitel damit auch abschließen ist manchmal wie erwähnt wirklich richtig heftig und kann richtig richtig hart Nerven kosten aber mach dir nicht zu viel Gedanken du wirst das irgendwann auf jeden Fall hinbekommen übt es einfach schnatte dich vorher ordentlich beim Händler aus du siehst jetzt hier wir haben wirklich nicht mehr viel dabei aber irgendwann wird das auf jeden Fall klappen ja wir sind jetzt im Kapitel Nummer 6 angekommen das ist das letzte Kapitel für das Dorf und hier werden wir jetzt gleich auch wieder einen richtig heftigen Kampf haben wir gehen jetzt erstmal hin hier am Baumstumpf da liegt ein bisschen Flintenmuni die liegt da immer dann liegt hier noch Gewehrmunition hier gibt es noch eine Kiste die du zerstören kannst noch ein bisschen Rohstoff die liegen dort auch immer und hier noch rotes Kraut haben wir bekommen und noch ein paar Peseten so können wir uns einfach mal wieder ein bisschen auffrischen und dann hast du hier die Möglichkeit erstmal natürlich was beim Händler zu verkaufen würde ich dir auch empfehlen zum Beispiel Gewehrmunition du kannst natürlich auch wenn du Edelsteine hast zum Beispiel so eine Kanne optimieren wichtig ist hier dass du den Bauplan für die Blend Granaten schon holst der ist nämlich hier im Angebot und außerdem dass du halt hier noch mal ein bisschen MP Munition zum Beispiel herstellst und ganz wichtig dass du natürlich hier auch nochmal speicherst dann ist es so du siehst jetzt hier wir haben die Handcannon dabei oder Handcannon und die würde ich an deiner Stelle jetzt auch mitnehmen um die zu bekommen war das Schwierigkeitsgrad im New Game das Spiel auf S Plus Rang durchspielen musstest nur für die Handcannon und da gibt es mittlerweile einen einfacheren Weg und zwar gab es das oder gibt es ja das kostenlose DLC den Söldner Modus und dort musst du einfach nur alle drei Karten Dorf Burg und Insel auf S Rang bringen und dann kannst du als Bonus Waffe dir auch nochmal zusätzlich die Handcannon freischalten natürlich mit ein paar Abschlusspunkten wie gesagt mach das auf jeden Fall es wird dir den Weg jetzt gleich erheblich erleichtern du hast jetzt gesehen wir haben hier noch ein paar Stealth Kills gemacht das wollte ich dir gerade an der Stelle auf jeden Fall erklären damit du es gleich wesentlich einfacher hast hier gegen diese ganzen Typen setzt du das nicht ein nehm dir hier oben gibt es noch einen Edelstein in dem Fall noch ein gelber Diamant um Ashley macht dir wie gesagt keine Sorgen und dann einfach hier hinter rennen inzwischen sollten die ganzen anderen Gegner es irgendwie hinter dir auf dich abgesehen haben und spring dann einfach hier runter halt dich dann rechts dem kannst du eigentlich in den meisten Fällen ausweichen und dann aufpassen nicht in die Bärenfallen treten und dann kannst du hier hinten durch das Tor und hinter dir sind dann zwar noch die ganzen Typen unterwegs aber die kommen nicht hier in das Areal beziehungsweise nicht immer ich hatte es tatsächlich schon einmal dass einer da auf mich zukam und hier aufpassen das ist einer der mutieren kann der quasi dann las Plagers hier aus sich heraus wachsen lässt und den killen jetzt hier habe ich natürlich nochmal Schaden bekommen also nicht der optimale Weg aber ist Kelch der Buße das ist auch noch ein weiterer Schatz den würde ich auf jeden Fall mitnehmen bringt dir nochmal eine Möglichkeit was ja einfach beim Händler dir dazu zu verdienen auch hier natürlich so Schrotflinten Munition können wir gerne mitnehmen da nehmen wir einfach hier die Möglichkeit uns nochmal irgendwie was herzustellen könnten jetzt Pistolen Munition oder so herstellen das passt leider nicht rein ich habe jetzt hier nochmal versucht das Ganze irgendwie zu kombinieren aber das geht natürlich leider nicht ja wir müssen uns wirklich da einfach versuchen das Ganze mit dem Platz wir müssen versuchen mit dem Platz irgendwie auszukommen wie gesagt es geht halt leider nicht wir können das hier an der Stelle nicht mitnehmen können jetzt ein bisschen Pistolen Munition halt herstellen aber es hätte jetzt auch nur noch einen Platz belegt von daher ist es nicht so es ist nicht so wild es ist nicht so wild ja wenn du jetzt Blendgranaten oder sowas herstellen kannst bereits dann mach das mach das auf jeden Fall denn Blendgranaten sind vor allem gleich gegen die beiden Zwillingsschwestern auch noch ein gutes Mittel um ja relativ schnell gegen die anzukommen jetzt beseitigen wir erstmal die beiden Gegner und hier solltest du auf jeden Fall auch erstmal das ganze per Stealthkill machen so sparst du noch ein bisschen Munition wenn das hier oben für dich mit Stealthkill klappt dann ist es umso besser falls es nicht geht ist es nicht so schlimm dann machen einfach halt so platt aber ja wie gesagt es geht auf jeden Fall auch per Stealthkill kostet nicht wahnsinnig viel mehr Zeit kannst du auf jeden Fall so machen hier noch ein gelbes Kraut super wichtig und er will natürlich dann auch noch ja hier sich verwandeln und da war ich leider ein bisschen zu spät das war natürlich ein bisschen doof ich weiß nicht manchmal hatte ich das Gefühl obwohl dir angezeigt wird dass du ihn noch messern kannst ging das dann nicht es ist halt manchmal irgendwie ein bisschen blöd hier nimm dir ruhig Zeit wirklich noch das ein oder andere hier auch einzusammeln das kann sich unter Umständen für dich im Kampf gleich lohnen denn ja es wird auf jeden Fall eine ordentliche Herausforderung fast so krass wie gegen den Hund im Dorf gegen den Lasplagers dem Fight im Haus in diesem Horror Haus also wirklich der Ober Wahnsinn ja und ja hier einfach schau einfach was du vielleicht noch mitnehmen kannst was du herstellen kannst und so weiter und so fort dann gibt es hier oben auch noch einen Schatz den nehmen wir natürlich auch noch mit kannst auch mal so ein Messer zur Not wegwerfen ich weiß es wäre besser gewesen das Ganze vielleicht beim Händler irgendwie zu verkaufen aber manchmal weißt du auch nicht was du auf dem Weg vom Händler zum nächsten Spot noch bekommst und so weiter und so fort und daher ja manchmal ist es so ich habe mich jetzt in dem Moment dafür entschieden da was wegzuwerfen damit ich einfach zum Beispiel Schrotflinten Munition mitnehmen kann weil die doch sehr effektiv auch ist hier gibt es nochmal Schießpulver hier oben liegt nochmal Gewehr Munition die brauchen wir aber nicht das grüne Kraut jetzt hier das konnten wir nicht mitnehmen und hier unten rechts da wo das Feuer ist da gibt es auch nochmal Gewehr Munition die da rumliegt hier haben wir jetzt nochmal den Stoff und da haben wir immer noch nicht die Möglichkeit eine Blendgranate herzustellen wir haben zu wenig Schießpulver jetzt ja entweder haben wir keinen Schießpulver oder wir haben keinen Rohstoff L irgendwas fehlt ja immer und du siehst auch ich habe mir jetzt hier natürlich die Zeit genommen einfach mal so ein bisschen ja vielleicht auch noch das Areal hier so abzuluten hier das Schießpulver und dann haben wir mal geguckt und da konnten wir die Blendgranate herstellen und so siehst du also du wirst auf jeden Fall hier mit genug Zeug versorgt um so etwas herstellen zu können und das würde ich dir wirklich empfehlen weshalb ich habe das jetzt bewusst hier auch nicht irgendwie rausgeschnitten oder so oder habe dann nochmal das ganze neu aufgenommen denn es zeigt dir einfach auch obwohl ich jetzt quasi den Struggle hatte hier nicht mehr genug zu bekommen war dann doch noch die Möglichkeit da wenn du da halt einfach vielleicht auch das ein oder andere mal weg wirfst dass du dann halt auch wirklich noch an den ganzen Kram kommst eine kleine Empfehlung jetzt hier natürlich die Handkennen auch direkt auf die Schnellwahltasten und Ashley nicht im Spind einsperren denn dadurch werden andere Gegner auf Ashley gelenkt und nicht auf dich und das bringt dir einfach den Vorteil dass du da schon mal ein paar Gegner nicht direkt am Hals hast so dann aktivieren wir jetzt hier den Kampf und jetzt ist es wichtig Blendgranate erstmal in die zwei Mädels reinwerfen dadurch kannst du hier schon direkt zweimal einen Nahkampf Angriff machen nicht Nahkampf Angriff 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 und jetzt siehst du hier mit der Handkennen auf den Kopf das bringt schon mal ordentlich was hier mit dem Risky das Ganze hier mit den beiden Mädels so anzugehen aber glaub mir einfach das ist der schnellste Weg wirklich das Ganze hier irgendwie so zu machen denn ansonsten kommen immer mehr Gegner hier hinein und da siehst du auch schon die erste von den beiden Schwestern haben wir damit schon gekillt und der Schuss ging leider völlig daneben wir haben jetzt schon die Handkurbel aber glaub mir an der Stelle obwohl du jetzt die Handkurbel vielleicht schon hast bringt dir das erstmal nichts denn wenn du ans Tor hinten gehst dann werden dich die Gegner dabei stören und du wirst auf jeden Fall erstmal keine Möglichkeit haben das Ganze irgendwie aufzusperren du siehst jetzt hier wir haben die Handkennen dann zurück in die Aufbewahrung gepackt und gehen jetzt hierhin und haben nochmal mit der Chicago Sweeper die letzte Schwester bearbeitet und hier siehst du halt auch nochmal da wird Ashley gegriffen und das ist halt wichtig das einfach so zu machen damit du auf jeden Fall die Möglichkeit hast ja da ein paar Gegner von dir abzulenken diese Tür gerade eben die wir aufgetreten haben hättest du theoretisch auch schon vorher aufschließen können oder auftreten können bevor du den Kampf gestartet hast ist eigentlich auch nochmal ein ganz guter Tipp an der natürlich schon öffnen und ja hier einfach nochmal auf sie drauf gehalten siehst jetzt hier zuletzt natürlich mit der Pistole ist auch ein gutes Mittel wie gesagt wenn die wenn die Hits natürlich dann sitzen hier aufpassen solange hier oben keine Gegner sind ist es eigentlich auch immer eine ganz gute Taktik hier hinzugehen und dann einfach hier oben von der Leiter aus auf die Gegner zu schießen immer natürlich Teilweise hier in die Lady mit der Kettensäge hinein was natürlich auch richtig gut ist und ja so kannst du auf jeden Fall auch auf dem Weg hier nochmal einen gewissen Vorteil verschaffen wenn die dann hier hochkommen sollte so wie jetzt hier in dem Fall natürlich auch erstmal wieder auf Abstand gehen hier hatte ich überlegt rein zu rennen aber da habe ich gesehen oh nein sie ist schon oben mit der Kettensäge und von daher hier hast halt echt die Möglichkeit gut nach hinten zu gehen hier wenn sie so einen Angriff bringt einfach schnell mal ein ganzes Eck nach hinten gehen und dann sollte das auf jeden Fall klappen irgendwann hast du dann hier wieder die Möglichkeit Nahkampf Angriff zu setzen und dann einfach immer weiter drauf halten hier nochmal mit der Schrotflinte wie gesagt immer ein gutes Mittel und dann ist sie an der Stelle schon down aber du siehst natürlich dass uns jetzt hier noch eine ganze Menge von den Gegnern ans Leder will und ich habe so ein bisschen das Gefühl hier hinten die kamen uns gerade nicht hinterher die wollten irgendwie wieder zu Ashley also Ashley wirklich nicht in den Spind einsperren sie hilft dir hier dadurch dass sie unverwundbar ist ungemein und ja das macht es auf jeden Fall ein ganzes Stück leichter für dich hier wirklich einfach die Zeit nehmen die ganzen Gegner platt machen auch da schneide ich jetzt wie gesagt nichts raus sondern wir lassen das komplett so drin denn ja da siehst du einfach noch mal was auch hier passieren kann jetzt haben wir fast nichts mehr um uns zu heilen das ist jetzt wirklich hier das letzte bisschen und ja ansonsten haben wir natürlich auch keine anderen Waffen mehr die wir irgendwie noch mit Munition versehen könnten hier noch mal einen Kick und wie gesagt Ashley sie hilft uns wirklich ungemein dafür dass sie eigentlich nichts großartig tut außer sich jedes mal entführen zu lassen ja das kann manchmal schief gehen hier mit diesem schnell noch zum Gegner rennen muss so aufpassen ob das vom Timing her dann noch passt das war den machen wir dann noch platt Ashley steht natürlich mal wieder nice im weg herum aber wie gesagt auch du kannst sie hitten es gibt hier kein friendly fire in dem moment wenn sie die rüstung anhat und dann passt das alles na da ist noch einer der zu spät komme hier der darf nachsitzen da auch einfach nochmal drauf und dann hier als letztes mit dem Messer rein und dann war's das und wir bekommen dafür ein Küchenmesser zurück na immerhin ja und jetzt kannst du hier natürlich erstmal auch das ganze areal noch abgehen kannst noch schauen wenn du jetzt zum Beispiel die Kurbel noch nicht eingesammelt hast von einer der beiden Schwestern dann musst du natürlich hier eh nochmal den kompletten Spot ablaufen hier gibt es noch ein erste Hilfe Spray falls du das noch nicht eingesammelt hast hier noch die beiden Kisten auch die nehmen wir noch mit und wie gesagt dann die ganzen Gegner die irgendwo drauf gegangen sind hier gibt es noch Flinten Munition die ganzen Gegner die irgendwo drauf gegangen sind die haben natürlich auch noch was gedroppt du siehst auch teilweise hier oben hängen dann manchmal noch so Laternen herum die kannst du natürlich auch abschießen du kannst die Gegner auch wirklich ein ganzes Stück hinten jetzt in dem Fall hat es einigermaßen gut geklappt und ja wir sind durchgekommen also mach dir auf jeden Fall keine Gedanken wenn du von den Gegnern gegriffen wirst und besuche nicht sobald du die Kurbel hast obwohl noch Gegner da sind das Ganze hier aufzusperren denn das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren da du gesehen hast Leon braucht hier echt mega lang er braucht mega lang um hier das Loch aufzusperren ja und dann hast du jetzt hier gleich nochmal die Möglichkeit ein bisschen was einzusammeln und ich meine hier liegt auch immer noch eine Blendgranate oder es liegt hier nochmal MP Munition eins von beiden liegt hier auf jeden Fall immer hier gibt es nochmal zwei Fässer die nehmen wir auch noch mit da haben wir nochmal rotes Kraut und Flinten Muni und hier genau da haben wir noch eine Blendgranate und die die liegt da immer die sollst du auf jeden Fall mitnehmen hier kicken wir noch die Tür auf dann gibt es hier gleich rechts um die Ecke müsste es liegen genau da ist noch ein bisschen Schießpulver und genau und dann bist du jetzt hier auch schon im Bereich starte hier oder rüste hier ruhig schon die Blendgranate aus du musst die nämlich nicht auf hier auf ja auf den Undertaker werfen wollte ich schon sagen sondern einfach hier hinten hin so dass die dich jetzt erstmal nicht angreifen können nicht damit du die killen kannst sondern einfach nur damit die dich in Ruhe lassen dann schieß hier auf das Fass sobald die Gegner ein bisschen nach vorne gekommen sind und sammeln hier auf dem Weg noch ein bisschen den Kram ein hier die halten relativ wenig aus das bedeutet du kannst die hier jeweils mit einem Schuss auch schon down bekommen und dann einfach hier hinten reinrennen gar nicht das zweite rote Fass das explosive Fass da irgendwie beachten und dann bist du hier durch es ist ein Part der ist an und für sich nicht schwer du hast gesehen die Gegner halten wenig aus aber ja ist ein bisschen Timing abhängig und mit der Blendgranate geht es auf jeden Fall auch ganz gut ja dann sind wir hier auch schon gleich am Ende fast vom Kapitel angekommen aber es wartet hier natürlich noch der ein oder andere Fight auf uns und ja hier können wir natürlich nochmal gucken was können wir vielleicht noch herstellen solltest du auf jeden Fall dir einmal anschauen dann speichere auch hier an der Stelle ruhig das schadet nicht und dann zeige ich dir jetzt eine Möglichkeit wie du dich hier wirklich auch auf den Fight vorbereiten kannst ich bin hier auch ein paar mal draufgegangen das ist nicht schlimm probiere dich einfach aus alles das was wir jetzt im Vorfeld natürlich schon erledigt haben ist als Progress für uns gespeichert und was du jetzt machen solltest ist auf jeden Fall hier beim Händler erstmal so viel wie möglich zu verkaufen damit du einfach die Möglichkeit hast hier dir gleich auch einen Raketenwerfer mitzunehmen ist eine Möglichkeit du musst es nicht so machen wenn du auch anders durchkommst dann ist das fein ich zeige dir jetzt nur eine Möglichkeit wie ich das Ganze angegangen bin wie das für mich relativ easy funktioniert hat auch hier werden wir natürlich jetzt zum Beispiel die gesammelten Schätze die wir mit Edelsteinen ausstatten können erstmal ausstatten wenn du Viereck drückst kannst du dir immer nochmal die Kombinationsmöglichkeiten anzeigen lassen was es ja als Möglichkeit gibt was sich anbietet um dann zum Beispiel was zu verkaufen leider haben wir jetzt hier nur einen viereckigen Edelstein den wir dort einsetzen können ist ein bisschen schade dadurch kriegen wir jetzt keine Kombo an sich aber wie gesagt du kannst zum Beispiel jetzt hier auch mit Spinell hier wenn du genug hast kannst du dir jetzt hier zum Beispiel auch noch einen roten Beryl kaufen wir machen das jetzt hier an der Stelle nicht denn ich möchte hier die Spinell an sich so behalten auch wenn wir es könnten denn der hat vier Spinell gekostet der rote Beryl und wir hätten damit noch 30 Spinell auf jeden Fall für das Kapitel Nummer 7 die wir da brauchen um das Spezial Upgrade Ticket zu holen aber du siehst es reicht auch so und wir können uns für 160.000 Peseten den Raketenwerfer kaufen er hat nur einen Schuss also das bedeutet der muss auf jeden Fall jetzt gleich sitzen und damit ziehen wir jetzt in den Kampf das muss jetzt für uns reichen wir sehen wir haben noch 75 Schuss für unsere Chicago Sweeper auch das muss irgendwie reichen wir können dann nicht mehr groß was herstellen hier hinten liegt nochmal Pistolenmunition irgendwie muss es gehen irgendwie muss es gehen und du wirst sehen es wird gehen es gibt nämlich wirklich ja hier zwei Phasen vom Fight das wirst du auch schon wissen das können wir überspringen und in der ersten Phase verzichten wir jetzt mal komplett auf diesen Raketenwerfer den brauchen wir jetzt noch nicht du hast gesehen jetzt gab es hier diese Attacke diese erste der sind wir nicht ausgewichen theoretisch kannst du der ausweichen indem du einfach wegrennst aber du kannst sie nicht parieren das ist leider eine Attacke die du nicht parieren kannst wir nehmen jetzt hier direkt mal das erste Hilfespray das wir noch bei den beiden Schwestern vorhin bekommen haben und sammeln hier oben alles mögliche ein was wir bekommen können hier ist es eine ganz gute Position wenn wir hier oben stehen dass wir ihn so ein bisschen bearbeiten und hier können wir auch immer hin und her laufen und können dadurch auch teilweise diesen Angriffen schon aus dem Weg gehen wenn wir hier ein Messer zum Beispiel noch finden dann können wir auch teilweise diese Angriffe von ihm wieder parieren die Zeit die es dafür braucht die ist relativ lang also du siehst das Symbol wird relativ früh eingeblendet und das passt schon aber auch hier oben gibt es gleich wieder Attacken da können wir nicht mit R3 zum Beispiel drüber springen oder aber zum Beispiel das Ganze mit L1 parieren zum Beispiel das jetzt hier das ist eine von diesen Angriffen denen kannst du dann nicht ausweichen da würde ich einfach nach unten springen das ist auf jeden Fall ein ganz guter ein ganz guter Weg ja hier kombinieren wir jetzt erstmal ein bisschen was an Kräutern sortieren das wieder damit wir ein bisschen was mitnehmen können und schade hier war ich ein bisschen spät dran du wirst das mit Sicherheit einfacher hinbekommen diesen ja diesen Dingen dann auszuweichen und dann einfach wieder nach oben wenn es wenn sich halt die Möglichkeit bietet ja wie gesagt Higher Ground ist auf jeden Fall ein Vorteil auch hier siehst du jetzt haben wir das Messer wir können also parieren wenn du Blendgranaten hast ja so wie wir jetzt hier noch eine eingesammelt haben oder wir hatten die noch dabei ich glaube wir haben die hier oben gerade irgendwo eingesammelt dann nutzt die ruhig auch mal ja das verschafft dir auf jeden Fall für den Moment noch ein bisschen Zeit ansonsten siehst du wir können hier relativ frei herumlaufen können uns hier viel bewegen und so eine Blendgranate hier die bringt natürlich schon einen Vorteil und du kannst dann zum Beispiel mit der Chicago Sweeper mal ordentlich dem was hier auf die 12 geben dann gibt es hier den Messerangriff manchmal ist das doof da springt Leon erst nach unten theoretisch kannst du den Messerangriff ja auch direkt von oben machen das geht schon und ja sowas wenn er uns da greift dann auch hier einfach mit dem Messer schnell das Ganze machen und dann anschließend wieder nach oben du kannst natürlich auch in dieser ersten Phase bereits den Raketenwerfer mit deinem einen Schuss aus anwenden das kannst du machen aber ich finde tatsächlich die zweite Phase in der er so hin und her schwingt und auch diese Feuerfässer auf dich schleudert die ist wesentlich schwerer wenn du überhaupt keinen Raketenwerfer dabei hast dann musst du dich natürlich entsprechend ausstatten mit Munition für die Pistole für ja die Chicago Sweeper vielleicht hast du die Handcannon dann auch oder die Handcannon auch noch dabei und hast noch ein paar ja Magnum Schuss irgendwie am Start das wäre natürlich auch mega nice dann kannst du ihn auch mehr oder weniger schnell ja kaputt bekommen ich finde halt mit dem Raketenwerfer du musst da auch gar nicht viel zielen gleich du wirst es sehen in der zweiten Phase und da hast du halt einfach die Möglichkeit ihn wirklich anschließend mit einem Schuss down zu bringen und mach dir keine Gedanken alles andere was wir irgendwie verkauft haben beim Händler das können wir uns später auch ganz easy peasy wieder zurückholen ja jetzt siehst du hier wir haben jetzt leider kein Messer mehr aber das hindert uns nicht daran wir schießen hier einfach noch ein paar mal aufs Auge und dann können wir jetzt anschließend den Raketenwerfer nehmen und schießen nur einmal hier auf ihn drauf und dann haben wir Mendes an der Stelle auch besiegt wir nehmen hier noch sein Auge mit das Auge von Mendes und dann haben wir da natürlich auch noch mal etwas was wir dann beim Händler verkaufen können und du ja hast das Kapitel hinter dich gebracht herzlichen Glückwunsch an der Stelle du hast den kompletten Part mit dem Dorf abgeschlossen und das war schon echt wichtig dass wir das jetzt hier doch hinter uns bringen und dass das wirklich so relativ relativ gut über die Bühne gegangen ist ja wie gesagt jetzt am Ende das halt noch mal mit dem Raketenwerfer das war noch mal ganz wichtig und jetzt ab Kapitel Nummer 7 gleich haben wir die Möglichkeit uns das Spezial Upgrade Ticket zu holen und dann werden viele viele Dinge doch wesentlich einfacher hier siehst du noch mal unsere Gesamtzeit sollte jetzt ungefähr bei einer Stunde und 40 Minuten einer Stunde 45 Minuten liegen wenn du so in dem Bereich irgendwo liegst dann ist das auf jeden Fall fein dann ist das richtig cool richtig gute Zeit und du hast wirklich in meinen Augen den schwierigsten Part vom Game um jetzt wirklich hier auch den Veteranenmodus hinter dich zu bringen den hast du abgeschlossen wir sammeln jetzt hier noch den ganzen Kram haben hier noch einen Schatz den alten Kompass bekommen und können dann hier auch beim Händler uns erstmal das Spezial Upgrade Ticket holen deshalb haben wir den ganzen Bums auf uns genommen brauchen jetzt hier noch 10.000 Peseten ohne die geht's nicht also bedeutet wir müssen auch hier erstmal wieder was verkaufen verkaufen mal den alten Kompass hier das falsche Auge von Mendes das können wir verkaufen wenn du irgendwie Gewehr Munition oder sowas hast verkauf den ganzen Stuff du brauchst das alles nicht du kannst auch natürlich natürlich Maschinenpistolen Munition die kannst du auch verkaufen brauchst du auch nicht mehr dadurch dass du ja jetzt das Spezial Upgrade Ticket hier angewendet hast ist es ganz einfach und du siehst wir haben hier wirklich eine ganze Menge an Munition jetzt dabei unendlich viel und können jetzt hier in den Kampf ziehen voller Tatendrang Leon voraus Ashley im Ruckepack in ihrer unsterblichen Rüstung und damit wirst du das jetzt ganz easy packen ich kommentiere natürlich jetzt den Guide für dich trotzdem weiter denn auch hier gibt es nochmal Möglichkeiten und kleinere Fallen die sich ergeben können wie du dann vielleicht doch nicht so schnell durchkommst aber wie gesagt das wird relativ easy gehen hier sparst du natürlich dann auch schon mal Zeit du kannst jetzt einfach wirklich verschwendere hier mit allem umgehen schieß einfach auf die Fässer mach die einfach platt auf diesem Weg und du wirst sehen das wird dir viel Zeit sparen du musst ja nicht immer noch mal kurz warten du kannst da schon mal was abknallen kannst teilweise auch wenn Gegner daneben stehen einfach die Fässer abknallen kannst dann am vorbeilaufen an den Gegnern einfach nur x-spam kannst das einsammeln hier im Fass war jetzt auf einmal nichts drin keine Ahnung I don't know why aber es war auf jeden Fall leer an der Stelle und ja ist nicht so schlimm du siehst wir können hier wirklich reinspratzen in die Gegner die fetten einfach nur so weg hier hinten die Kanone auf dem Weg freischalten so musst du nicht erst den kompletten Weg außen rum gehen und ja dann gibt es natürlich hier nochmal die kleine Zwischensequenz auch die können wir überspringen und dann kannst du dich hier direkt links halten gehst hier an dem Gegner fast schon vorbei hätte ich gesagt gehst einfach so auf ihn zu machst ihn dann platt und dann gibt es hier rechts auch nochmal einen von diesen Mönchen Mönche ich hab die irgendwie Mönche genannt so und ja da hinten kommt dann noch einer auf die Distanz funktioniert die Chicago Sweeper natürlich nicht so gut das siehst du jetzt hier an der Stelle da kannst du immer mal wieder auf die Pistole wechseln deshalb würde ich dir auch sowieso empfehlen wenn du jetzt hier an der Stelle angekommen bist nimm die Chicago Sweeper und nimm auch immer noch die Pistole mit die Chicago Sweeper einfach halt natürlich jetzt hier mit der normalen Pistole viel viel leichter als wenn du das ganze mit der Chicago Sweeper versuchst ja anschließend hier hinten habe ich dann geguckt ob ich da irgendwie noch das Fass treffe aber da bin ich jetzt hier auf dem Weg nicht dran gekommen das hat nicht funktioniert da oben in der Ecke da ist noch ein Fass das kannst du auch abschießen und dann kannst du hier hinten schon mal Richtung Kanone Achtung hier spawnt ein Gegner einfach auch hier mit der Chicago Sweeper reinlunzen und dann sollte das kein Problem sein den dort unten den halten wir uns auch gerade nochmal irgendwie hier von der Pelle und wie gesagt einfach nur reinhalten das ist schon geil und dann können wir hier hinten erstmal das Geschoss noch platt machen hier nochmal in die Gegner hinein so dass die uns jetzt gleich und damit kommen wir auch gleich in die Burg wie gesagt jetzt hier einfach nochmal weiter nochmal an die Kanone auch hier da nochmal die Typen abballern da fällt natürlich auch wieder ein bisschen was entweder droppen die ein bisschen Munition oder weitere Peseten einfach alles mitnehmen was die ganzen Typen hier fallen lassen das war natürlich ein bisschen unglücklich das Geschoss da rechts das kannst du auch noch zerstören das hat jetzt in dem Fall hier natürlich einmal Heilung gekostet und der hat nur Augen für Ashley gehabt ist nicht weiter wild dadurch hat er uns nicht weiter genervt und wir können in die Burg falls du jetzt hier an der Stelle nicht genügend Spinell bei dir haben solltest dann hast du hier auch wieder die Möglichkeit natürlich das ein oder andere vielleicht noch zu erledigen dort wo wir gibt es auch noch die Möglichkeit einen Auftrag zu erledigen rund um weitere blaue Medaillons und dafür bekommst du natürlich beim Händler dann auch weitere Spinell ich würde dir einfach empfehlen das wirklich so zu machen dass du direkt im Dorf das schon so machst und alles dort erledigst damit du wirklich hier ganz in Ruhe hinein kannst und dann funktioniert das auch ganz easy aber wie gesagt falls es nicht so ist es nicht schlimm so Achtung jetzt hier gibt es eine wirklich gute Möglichkeit und zwar sobald diese Zwischensequenz rum ist direkt hier hinten links an die Ecke rennen und dann direkt damit interagieren so dass Ashley hier nach oben klettert in der Zwischenzeit könnte ich die Gegner nämlich dann nicht angreifen wie gesagt nur in der Zwischensequenz danach ist es wieder möglich du hast gesehen wir haben hier ein bisschen was auf die Mütze bekommen aber anschließend dann einfach hier die Zeit nutzen außen rum laufen Ashley öffnet die Tür und du kannst dort hinten durch den Spalt abhauen und du hast deine Ruhe brauchst dir keine Gedanken machen es wird dir keiner mehr irgendwie auf die Pelle rücken da oben ist noch ein Schatz den nehmen wir natürlich gerne mit und hier in dem Fall der Rubin und dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen MP Munition wie gesagt alles Kram den du auch dann wieder beim Händler verkaufen kannst hier links halten hier gibt es noch ein rotes Kraut das auch mitnehmen hier nochmal Pistolen Munition und ja dann solltest du hier an der Stelle entweder die Möglichkeit haben mit dem Zeug das du eingesammelt hast dir nochmal eine Blendgranate herzustellen oder aber du trägst eine bei dir eine Blendgranate also ist jetzt ein Beispiel eine Blendgranate kannst du mitnehmen du kannst aber auch eine normale Granate zum Beispiel nehmen Blendgranate hört sich jetzt erstmal ein bisschen blöd an weil ja der Dude gegen den wir jetzt hier kämpfen der sieht ja gar nichts ja aber der hört umso besser und die Explosion von der Blendgranate wenn du die dort hinten zum Beispiel in die Ecke wirfst die lockt ihn natürlich auch in die Ecke und in der Zwischenzeit kannst du dann schnell hier an die Kurbel rennen kannst du dort einfach drehen wie gesagt er wird weiter da irgendwie in dieser Ecke da nach dir suchen und dann hast du hier die Möglichkeit ganz easy ohne Kampf gegen ihn ja aus dem Verlies heraus zu kommen du hast den Schlüssel du kannst zu Ashley und du musst dich nicht mit ihm anlegen natürlich mit der Chicago Sweeper wird es einfacher wenn du dort schon unendlich Munition hast aber es wird trotzdem auch wieder eine gewisse Herausforderung und deshalb empfehle ich dir das einfach so auf dem Weg zu machen wie gesagt mit einer Blendgranate mit einer normalen Granate funktioniert auf jeden Fall sehr sehr gut und ja ist ein bisschen Timing abhängig probiere dich da einfach aus hier gibt es noch einen Spinel falls du da irgendwie noch was suchen solltest und dann hier haben wir auch noch ein paar Kräuter jetzt mal mitgenommen der ist das eine Kraut das steht immer da ja und dann sind wir hier beim Türenrätsel mit den Schwertern wir nehmen erstmal das Eisenschwert mit hier nehmen wir das verrostete Schwert hier nehmen wir dann das Goldschwert können dann auch hier das Eisenschwert direkt wieder einsetzen und rechts daneben dann auch das Goldschwert na Leon will nicht ganz doch jetzt will er und ja dann gibt es hier das Rätsel und hier ist das Rätsel auch etwas anders zu den Schwierigkeitsgraden Assistant und Standard hier auf die Schlange schießen und dort hinten auf den Adler und dann ist das Ganze geöffnet das blutige Schwert mitnehmen hier hinten gibt es nochmal ein bisschen was eventuell ist da noch Heilung drin oder so könnte sich lohnen schießt es ab ich habe jetzt hier die Peseten natürlich gerne nochmal mitgenommen hier im Schrank gibt es auch nochmal Schießpulver oder halt was bei dir gedroppt wird dann hier das blutige Schwert einsetzen rechts davon das rostige Schwert du kennst das Rätsel hundertprozentig es ist halt jetzt hier in dem Fall du kommst nur etwas anders ans blutige Schwert heran aber ja wie gesagt auf jeden Fall easy dann hier gibt es nochmal ein paar weitere ähm Kisten Achtung hier ist eine Schlange drin da direkt drauf schießen weiter wenn du da jetzt irgendwie noch was ja an Wiepernjagd abschließen willst ich weiß gar nicht ob das hier im Schloss noch geht hm vielleicht erzähle ich da jetzt auch Quatsch äh ich hab's nie ausprobiert ich hab die Wiepernjagd wirklich im Dorf dann abgeschlossen kann natürlich sein dass das hier dann nicht mehr abzuschließen geht I don't know ich würde es auch nicht ausprobieren äh ich würde die Schlange in dem Fall dann lieber essen so Achtung jetzt hier direkt nach rechts drehen und dort siehst du so eine kleine Lücke und da kannst du hinten auf das Symbol schießen und hast dadurch die Möglichkeit hier relativ schnell durchzukommen du musst nicht erst über den anderen Kronleuchter drüber sprengen sondern hast wirklich hier einen relativ smarten Weg gewählt um hier ja um hier quasi dann weiterzukommen hier gibt es den Lautsprecher gibt es wieder eine Zwischensequenz und dann gibt es hier unten einen Raum in dem empfehle ich dir auf jeden Fall speicher das Game denn jetzt können auf jeden Fall wieder Parts kommen die mal mehr mal weniger gut funktionieren zumindest auf Anhieb und wo man einfach so ein bisschen ein Feeling für bekommen muss was das Timing angeht ja ähm genau jetzt gehen wir hier rein und halten uns direkt hier links Ashley ist wie gesagt unverwundbar hier eine Handgranate sehr nice hat uns natürlich jetzt richtig richtig gepusht schon für unsere weitere Reise wollte ich schon sagen nee aber hat uns das gefällt mir natürlich wenn hier wirklich auch Zeug kommt das wir dann gebrauchen können ja und nicht irgendwie so ein Mumpitz ja jetzt hier zum Beispiel ja Schrotflinden Munition das brauchen wir nicht mehr wirklich ja wir brauchen den richtig harten Stuff ja für die ganzen Gegner hier wir brauchen Explosiven Kram irgendwelche Blendgranaten irgendwelche Handgranaten schwere Granaten naja die kommen jetzt noch nicht aber ja hier empfehle ich dir einfach wirklich ähm mach die ganzen Gegner platt ich hab auf diesem Schwierigkeitsgrad Veteran versucht ähm hier auch einfach das Handrad zu nehmen dann weiter zu laufen an die Stelle an der wir das dann gleich einsetzen müssen aber das funktioniert in den meisten Fällen nicht so gut ähm deshalb eher hier versuchen auf die Gegner zu schießen Achtung da oben rechts hat uns jetzt gerade ein Pfeil getroffen ein Feuerpfeil ähm um den werden wir uns dann jetzt gleich kümmern auch aber erstmal machen wir hier die ganzen ja die ganzen Typen platt das ist wirklich manchmal anstrengend was die hier an Blei fressen können aber gut ist halt so so und da oben irgendwo da muss er gleich stehen oder der ist vielleicht auch in der Zwischenzeit schon runtergesprungen ich weiß da spawnt auf jeden Fall gleich ein neuer ach und hier nochmal in Las Plagas Mensch 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 die haben es auch echt auf uns abgesehen und was die kassieren können gut die müssen natürlich erst das Maul öffnen wenn du eine Blendgranate hier dabei hast oder herstellen kannst dann mach das auf jeden Fall die sind also instant dann tot brauchst du dir wie gesagt dann keine Gedanken mehr um die machen aber ja jetzt hier in unserem Fall mussten wir das mit der mit der Chicago Sweeper machen und irgendwo da oben da irgendwo da oben da muss er rum äh lurchen der lurch ja es nefft natürlich ultra wenn du dann die ganze Zeit irgendwo so Pfeile abbekommst und nicht weißt von wo kommen die jetzt ja hier können wir natürlich auf jeden Fall das ein oder andere nochmal einsammeln haben dadurch jetzt auch hier die Möglichkeit nochmal eine Hand eine Blendgranate herzustellen und ja das macht es natürlich dann gleich einfacher wenn wir nochmal irgendwie den Kampf haben gegen so ein paar mutierte ja hier jetzt einfach dieses Handrad einsetzen dann direkt halten und da siehst du auch schon da ist er gespawnt und hier ist das jetzt halt einfach so dass du wirklich auf der Distanz relativ einfach auch mal so einen Gegner treffen kannst ja einfach vielleicht auch um dir den irgendwie für einen Moment zumindest erst mal vom Hals zu halten so dass er dich nicht nervt ja hier jetzt auch einfach mal so das ein oder andere auf die drauf zwirbeln und hier wollte ich nachladen deshalb hier nochmal der Michael Jackson Move und da oben da ist auch wieder einer das ist halt schon recht ja das ist nervig das ist echt nervig hier mit den ganzen Pfeilen von denen du kannst natürlich auch versuchen die irgendwie zu parieren aber ja das funktioniert mal mehr mal weniger gut deshalb auch wenn das jetzt hier Zeit kostet ganz klar aber es ist in Anführungsstrichen einfach der sauberere Weg oder der in Anführungsstrichen leichtere Weg sich hier die Gegner irgendwie so vom Hals zu halten ja hier irgendwie der Move von Leon der ging gerade wirklich ins Leere und hier einfach Blendgranate zünden beide sind dabei drauf gegangen siehst halt es macht mehr Sinn wirklich hier mit Blendgranaten natürlich dann so ein bisschen auch zu arbeiten aber du brauchst natürlich auch die richtigen Rohstoffe dafür du brauchst Schießpulver du brauchst Rohstoffe L und wenn du das halt erst irgendwie einsammelst durch die ganzen Gegner dann oder einsammeln musst dann kann das halt schon ein bisschen Zeit mit sich bringen ja hier haben wir auch wieder einen abbekommen und wie gesagt mit der Pistole das ist auf jeden Fall gut wenn du dir die noch dabei behältst so kannst du wirklich mal so auf die Distanz ein bisschen was noch ausrichten aber ja manchmal ist das halt wirklich ätzend ja und was die dann hier kassieren und wo die dann manchmal auch herkommen diese Pfeile also verzweifel dann nicht an der Stelle es kann nämlich wirklich manchmal ordentlich Nerven kosten und hier habe ich mir dann irgendwann gesagt weißt du was dann scheiß drauf wenn ihr nicht wollt dann setzen wir einfach das Grat dann irgendwann ein und versuchen es einfach ja versuchen es einfach weil ich weiß die Treppe die wir hier runter lassen in der Mitte die geht relativ schnell jetzt hast du gesehen da habe ich gesagt hier komm geht mir nicht weiter auf den Sender sondern wir machen das jetzt einfach wir setzen das Grat ein und du wirst sehen die Treppe ist wirklich schnell unten jetzt glaube ich hier zweimal drehen oder dreimal und dann zack ist er auch schon da das ging schnell das hat halt einfach nicht so lange gedauert und ja dann können wir uns jetzt ganz in Ruhe den vier Typen widmen die uns gerade eben so auf den Sender gegangen sind und die können nicht viel einstecken die können nur viel austeilen denn hier da sind sie jetzt auch down und dann holen wir uns da hinten noch die beiden das haben sie sich verdient dass wir denen nochmal die Aufmerksamkeit schenken dann wirklich alles dafür getan dass wir uns wirklich jetzt hier nochmal auf den Weg machen und die dann wirklich einfach auf dem Weg dann hinrichten ja das ganze können wir feiern oder auch nicht nein Quatsch aber einfach weiter dann machen einfach weiter gehen und jetzt kommt ein Part der ist mit der Chicago Sweeper auf jeden Fall relativ easy hier nehmen wir natürlich nochmal ein rotes Kraut mit hier haben wir auch nochmal ein rotes Kraut auch sehr nice ja und dann kannst du jetzt zum Beispiel hier erstmal hinten dieses Teil ja heben so dass du gleich das nicht machen musst wenn Ashley dann zu dir rennt und danach kannst du jetzt Ashley helfen so dass sie diese anderen beiden Räder dann bedient und ja dann musst du dich auf jeden Fall bereit halten auch hier wieder natürlich auf die Distanz die Pistole ist wesentlich besser ich zeig dir das jetzt hier auch mal guck mal was da an Schüssen einfach nur hinten in der Wand landet ja es trifft ihn fast nichts ich mein klar wenn dann mal was trifft dann 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 richtet das was aus aber ansonsten ist die Pistole auf jeden Fall schon hier das Mittel der Wahl wenn es um die Gegner auf Distanz geht und die Chicago Sweeper die solltest du dann einsetzen wenn dir hier jetzt gleich die ganzen Typen unten selber an die Wäsche wollen da kommen jetzt gleich so ein paar Schildträger und da hinten da ist schon einer der Korra hat es schon auf uns abgesehen da kam auch schon direkt der zweite heruntergefallen ja aber auf dem Weg wie gesagt wirst du das auf jeden Fall hinbekommen da unten sind sie schon kannst du natürlich hier auch mal eine Granate werfen das hilft natürlich auch immer auch hier hinten und ja dann einfach hier oben weiter darum kümmern wenn Ashley hier gegriffen wird auch hier sie kann nicht weggetragen werden sie fällt dann einfach nur runter und das Spiel geht eigentlich unendlich lang von daher mach dir da keine Gedanken wenn du dich erst mal hier wirklich um die Typen kümmern willst die dir hier unten irgendwie auf den Zünder gehen dann mach das ruhig und natürlich nicht vergessen das Ganze mit Style abzuschließen nee Quatsch aber ja wie gesagt so kannst du auf jeden Fall das relativ relativ easy angehen wie gesagt dafür haben wir natürlich auch unsere Chicago Sweeper voll jetzt hier auch unendlich ausgerüstet mit dem Spezial Upgrade Ticket damit wir da wirklich hier relativ relativ leichtes Spiel haben da kommt nochmal eine Axt geflogen da kommt eine zweite Axt geflogen und die zweite Axt haben wir kassiert aber wie gesagt ist alles nicht so schlimm wenn du dich halt wirklich auf den Veteranen Run vorbereiten kannst und wirklich auch im Vorfeld schon mal den Profi Run mit dem Raketenwerfer mit unendlich Munition hinter dich gebracht hast dann ist das an und für sich nicht mehr nicht mehr so ganz unmöglich also wie gesagt klar es geht sicherlich schneller und klar es geht auch sicherlich vielleicht auch einfacher aber das überlasse ich dann wirklich auch den ganzen Speedrunnern die da wirklich ja das drauf haben ich schaue mir sowas auch unwahrscheinlich gerne an weil ich da manchmal denke gerade wenn du so ein Game auch selbst gezockt hast oder am Zocken bist und dann manchmal an so einer Stelle vielleicht auch irgendwie verzweifelst oder sowas oder denkst hm könnte es nicht auch schneller gehen und dann siehst du wie das irgendwie so ein anderer Typ ja mit mit augenscheinlich Leichtigkeit macht aber das bei ihm wahrscheinlich auch Stunden über Stunden gekostet hat für den Weg zu finden ja um das Ganze zu trainieren ist natürlich schon heftig aber wie gesagt es ist nichts unmöglich und ja das soll auch so ein bisschen hier natürlich für dich der Ansporn sein hier mal so einen Run auch einfach anzugehen wenn du da Bock drauf hast ich meine wenn du jetzt eh schon hier zwei Stunden im Video dabei bist dann wirst du die anderen zwei Stunden auf jeden Fall auch noch mit dabei bleiben denke ich und hoffe ich natürlich um hier das Ganze zu Ende zu bringen und wie gesagt wir werden das auf jeden Fall in diesen oder unter fünf Stunden schaffen du hast es ja eingangs am Video gesehen und das ist wirklich nicht unmöglich es ist auch nicht es ist auch an für sich eigentlich nicht so schwer gewisse Sachen kosten halt hier einfach Zeit und ich möchte mir natürlich auch gerne die Zeit nehmen um dir das ausführlich zu erklären und nicht einfach nur irgendwas unkommentiert laufen zu lassen damit haben wir auch Kapitel Nummer 7 hinter uns gebracht herzlichen Glückwunsch du siehst das war für mich sogar eine neue Bestzeit auf Veteran obwohl ich tatsächlich auch Veteran schon mal mit dem Raketenwerfer angegangen bin aber scheinbar habe ich dann noch mal irgendwo ein paar Sekunden rausgeholt auch hier speichern wir natürlich wir sehen wir sind jetzt insgesamt bei 2 Stunden Spielzeit ungefähr dort solltest du auch sein wenn du 5 Minuten mehr hast 10 Minuten mehr hast ist das nicht schlimm mach dir keine Gedanken du wirst das ganz easy hinbekommen Achtung hier gibt es die Möglichkeit nochmal ja Fische einzusammeln da kannst du dir nochmal ein bisschen Heilung gönnen nehm das auf jeden Fall mit hier nochmal einen Forellenbarsch dann also es gibt dann tatsächlich die Forellenbarsche so wie wir es schon gesagt haben dann hier hinten gibt es einen Riesenkäfer das ist ja im Prinzip fast schon wie ein Schatz aber ein Schatz der einen Inventarplatz bei dir einnimmt denn dieser Riesenkäfer ja den musst du auf jeden Fall so im Inventar mitnehmen und den kannst du dann auch wiederum beim Händler verkaufen ja bringt dir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Peseten und ich weiß gar nicht mehr genau ob ich den dann verkauft habe was ich mit dem gemacht habe habe ich den gegessen ich weiß es nicht aber vielleicht habe ich ihn auch bis ins Endgame dann einfach mit mir rumgetragen ich kann mich nicht mehr daran erinnern was ich mit dem gemacht habe Achtung hier oben da gibt es noch einen verkratzten Diamanten auch den kannst du falls du hier an der Stelle immer noch nicht genügend von den Spinell haben solltest um das Spezial Upgrade Ticket zu holen kannst du theoretisch hier auch diesen zerkratzten Diamanten abgeben und also verkaufen und kannst dafür quasi einen Auftrag beim Händler abschließen ja wir gucken jetzt mal hier wir verkaufen auch ein bisschen was genau da siehst du der Riesenkäfer der bringt dir 10.000 Peseten na da haben wir ihn auch direkt verkauft perfekt also nicht gegessen sondern direkt verkauft denn hier kannst du natürlich so ein Kelch oder sowas kannst du schauen wenn du da genug bei dir trägst ja und dann würde ich dir empfehlen auf jeden Fall jetzt hier mal die Angriffskraft noch ein bisschen zu erhöhen jetzt siehst du hier da hast du das Ranz auch abgeschlossen Juwelendieb wir haben jetzt hier bereits schon wieder 10 Spinell in Summe und ja also wie gesagt Angriffskraft von der Chicago Sweeper solltest du hier verbessern können ähm denn wir kommen jetzt gleich hier in den Weinkeller machen hier nochmal einen Dance Move das ist weil ich hab irgendwie so dieses Nachladen über Viereck immer drin ja immer wenn ein Part kommt ähm wo ich grad nichts zu tun hab wo ich ein paar Gegner gekillt hab und dann auf die nächsten Gegner will dazwischen da hab ich das irgendwie so im Blut immer nachzuladen ja deshalb ab und an mal dieser Dance Move so jetzt hier sind wir im Weinkeller und wir wollen hier den Beschwörertypen natürlich killen bevor er wirklich jetzt hier die ganze Meute in ja modifizierte beziehungsweise transformierte oder ja keine Ahnung mutierte Version ähm auf uns hetzt hier werfen wir eine Granate auf ihn falls du keine Granate hast es helfen auch Blendgranaten natürlich immer wieder gerade auch wenn die Typen hier modifiziert beziehungsweise ähm ja jetzt weiß ich schon selber nicht mehr transformiert nein Quatsch ich mein mutiert ähm um dich herumlaufen so ja die ähm Blendgranaten helfen natürlich ungemein Achtung wenn er hier steht es gibt hier ein Fass Farm ähm natürlich wenn es geht nicht so nah dran stehen wie ich das jetzt gemacht hab aber wir haben natürlich hier so ein paar Fische mitgenommen die snacken wir einfach weg und dann sollte das relativ schnell auch hier ja erledigt sein auch hier haben wir noch mal einen mit abbekommen ähm es war wie gesagt jetzt ein bisschen blöd dass ich dann nachladen wollte aber es ist einfach bei mir im in der Steuerung so drin ähm ja wie gesagt die Typen hättest du jetzt theoretisch auch mit Blendgranate platt machen können ähm da hinten haben wir noch ein Fass hier hast du einen Hebel ähm den hast du umgelegt ja und dann haben wir hier oben den Typen mit der Laterne auch erledigt dadurch dass wir nochmal aufs Fass schießen konnten und dann haben wir hier ja diese Leuchte mitgenommen und nehmen auch hier noch den Schatz mit und dann siehst du es geht relativ schnell es geht wirklich relativ schnell und so kommst du auf jeden Fall hier durch und du musst dich nicht um alle Gegner kümmern ignorier da ruhig den ein oder anderen es äh ist wesentlich äh effizienter wenn du wirklich hingehst und einfach jetzt nur ja hier den Beschwörertypen fokussierst den platt machst natürlich den ein oder anderen von den anderen Standardgegnern musst du noch ausschalten da wirst du nicht drum herum kommen aber fokussier dich wirklich hauptsächlich darauf dass du hier die Typen oder den einen Typen platt machst und dann klappt das hier die Zwischensequenz überspringen das war wieder etwas mit Ada und dann hier haben wir nochmal einen Seidenkristall den nehmen wir mit dann hier hinten hier gibt es jetzt ähm ja diese Lithographie Steintafeln die nehmen wir natürlich mit hier wenn du noch einen Schlüssel hast einen kleinen dann befindet sich hier in der Bibliothek auch noch ne Quatsch nicht Bibliothek im Bücherzimmer heißt das glaube ich ähm befindet sich hier auch noch ein Schatz den kannst du natürlich auch gerne noch mitnehmen und hier auch noch eine extravagante Uhr alles richtig gute Stuff den wir natürlich auch verkaufen können jetzt setzen wir hier die Steine ein und ja ich habe jetzt hier auch gleich ausprobiert du siehst das ähm ich hätte mir du kannst ja natürlich solche Lösungen für die Rätsel auch immer nochmal irgendwo aufschreiben oder aber pausiere jetzt einfach falls du parallel spielst und ordne das einfach gleich so an wie sich dann die Tür öffnen lässt du siehst jetzt hier ich habe auch ein bisschen rumprobiert das war jetzt schlussendlich die Lösung hier und dann lässt sich auch die Tür öffnen und ja aber das braucht nicht viel Zeit selbst wenn du da ein bisschen was ausprobieren musst und da bin ich mir jetzt allerdings gar nicht so sicher ob es da Unterschiede gibt bei den einzelnen Schwierigkeitsstufen sprich ob es auf Assistant und Standard anders anzuordnen ist als das noch auf ähm Veteranen und Profi dann ist ja wir haben jetzt hier noch einen kleinen Schlüssel mitgenommen auf jeden Fall würde ich dir das auch empfehlen kannst du nämlich später noch den ein oder anderen Schatz da mitbekommen und hier das Ganze ist jetzt wirklich auch relativ easy einfach mit der Chicago Sweeper hier reinhalten und du siehst relativ schnell haben wir den down wir haben jetzt hier den neuen Gegnertypen präsentiert bekommen deshalb auch diese ganze Inszenierung so ein bisschen ja und hier unten kannst du jetzt auf jeden Fall hingehen und kannst nochmal speichern würde ich dir empfehlen wie gesagt bei Veteranen bist du nicht limitiert was die Anzahl der Speichervorgänge betrifft und von daher nehm das ruhig mit ich hab das jetzt hier auch gemacht weil ich hier irgendwie wieder drauf gegangen bin irgendwo zwischendrin oder irgendwas ausprobiert hab am Weg ähm ja manchmal ist es auch so obwohl ich das ein paar mal probiert hab entscheide ich mich dann auch manchmal wenn ich dann grad was sehe auch nochmal um ist nur logisch denn die Wege beziehungsweise die Situationen die sich ergeben die sind ja auch nicht immer gleich ähm das wirst du natürlich jetzt auch wenn du das parallel spielen solltest wirst du das ja auch merken ähm dass sich Situationen oftmals ein bisschen anders ergeben als ich dir das jetzt hier zeige das war bei mir in 99% der Fällen natürlich auch so jetzt den Hebel umlegen da drin das Fass schon mal zerschießen da können wir den Stuff direkt mitnehmen haben wir nochmal Rohstoffe bekommen ja und wenn du zum Beispiel genug Handgranaten hast dann könntest du jetzt hier hinter das Tor hinter uns im Rücken äh durch das Tor auch eine ähm eine Handgranate durchwerfen und hättest dann die Möglichkeit ja ein bisschen schneller hier durch das Ganze äh durch den ganzen Bereichen durchzukommen äh ich hatte jetzt hier nichts dabei beziehungsweise ähm oder wenn du halt nichts verschwenden willst dann gehen wir einfach den ganz normalen Weg wie ich dir jetzt hier zeige ich hab da zwar eine Handgranate aber die wollte ich jetzt hier nicht wollte ich jetzt hier nicht verschwenden und dann gehen wir einfach jetzt hier den ganz normalen Weg es ist nicht schlimm also das auch wenn das jetzt vielleicht ein paar Sekunden länger dauert mach dir keine Gedanken du erhältst hier einfach auch nochmal die Möglichkeit dir zum Beispiel noch den Schatz mitzunehmen oder aber jetzt hier nochmal ein paar Peseten einzusammeln hier schnell auf den Typen schießen so dass er sich nicht verwandeln kann hier dann auch nochmal diesen Parasiten zerballern hier muss er aufpassen äh die können sich manchmal auch verwandeln auch hier die haben wir schnell down und dann gibt es hier rechts um die Ecke noch einen Hebel den müssen wir bewegen und dann können wir einfach weiter hier durch die Tür springen dann hier nach oben und dort oben angekommen direkt nach links drehen und da ist der nächste Hebel und dann haben wir jetzt hier auch gleich diesen Part hinter uns gebracht wie gesagt wenn du halt wirklich irgendwie eine Handgranate dort oben durch das Tor geworfen hättest dann hättest du die Möglichkeit gehabt da relativ schnell durchzukommen hier jetzt den Hebel umlegen umlegen und dann hier nach oben Achtung da oben ist einer der schießt ganz gerne mal mit den Pfeilen in den Rücken den würde ich mir zuerst vornehmen und dann hast du hier die Möglichkeit nachdem der Schildträger relativ langsam nach unten läuft dann den auch noch platt zu machen und dann gibt es hier oben noch zwei Gegner meine ich genau der eine hat sich nämlich hinter dieser hinter diesem Raum drin so ein bisschen versteckt und den auch einfach abballern und dann hast du die alle hier erstmal erledigt ja wir nehmen natürlich auch hier den ganzen Stuff mit der da gefallen gelassen wird und jetzt aufpassen hier oben gibt es wieder eine Zwischensequenz und zwar kommt hier wieder dieser gepanzerte Riese und jetzt einfach hier kurz stehen bleiben dann nach unten springen und dann aufpassen dass du dich jetzt von dem zweiten Mal wenn er was wirft nicht erwischen lässt ja kannst dich hier wegducken und dann einfach hier schnell nach drüben rennen und vom Timing her ist es ziemlich knapp aber das funktioniert hier jetzt links halten links halten sodass der dich nicht greifen kann direkt wieder rechts beim Schildträger dann hier weiter rennen weiter 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 einfach nur rennen dann hier unten schnell umdrehen mit der Chicago Sweeper schnell hier reinschießen während dem Schießen laufen sodass dich wirklich hier nicht nochmal die Geschosse von dem Riese treffen den Hebel umlegen und dann bist du schnell hier hinten drin und hast erstmal einen kurzen Moment wo du dich verschnaufen kannst jetzt schnell hier nach drüben und dann hier auch nochmal in den voll rein sammeln hier gibt es nochmal ein Fass auch das nehmen wir natürlich gerne mit hier hinten hast du die Möglichkeit in dem Raum da gibt es nochmal einen Schatz den nehmen wir uns auch noch gerade mit ähm der hängt hier oben an der Decke irgendwo äh wo ist er da ist er da ist er nehmen wir mit ähm hier können wir kurz warten bis der Typ da mit dem Schild ein bisschen näher kommt haben das explodieren lassen und ja haben hier auch nochmal ein bisschen was eingesammelt 1000 Peseten hat er fallen lassen Mensch da hat es große Portemonnaie dabei gehabt scheinbar ja und dann schnell hier hinten durch und dann müssen wir aufpassen hier müssen wir die Kanone befreien bedeutet hier gibt es irgendwo genau da gibt es noch ein bisschen was hier in dem Raum hier unten da gibt es auch noch eine Kiste falls du den kleinen Schlüssel äh oder einen Schrank falls du den kleinen Schlüssel dort einsetzen möchtest hast du da die Möglichkeit noch einen Schatz zu bekommen falls nicht ähm weil ich war jetzt hier voll im Tunnel ich wollte einfach nur so schnell wie möglich hier durch ähm falls du das halt nicht mitnimmst so wie ich jetzt hier ist das auch nicht schlimm falls du halt wie gesagt die Zeit in Anspruch nehmen willst dann mach das ruhig es wird nicht schaden im Gegenteil es bringt dir ein paar Peseten hier kurz warten hinter dieser Absperrung und dann können wir hier auf den Riesen schießen und dann haben wir ihn zumindest für den Moment mal ausgeschaltet ja anschließend hier hinten das Tor zerballern und dann ruhig nochmal an die Kanone ran und dann kannst du hier unten auch noch die Typen platt machen und du siehst da kam jetzt nochmal einer hoch ähm aber das hat uns nicht weiter gestört falls der dich da irgendwie angreifen sollte ähm ja mach dir nicht zu viele Gedanken wie gesagt wenn du ein bisschen Schaden hier nimmst ist alles nicht schlimm du wirst vom Game was Heilung und so weiter betrifft immer versorgt so wir gehen dann einfach nach hier hinten es gibt hier wieder eine kleine Zwischensequenz und du kannst auch gleich das Kapitel abschließen du kannst natürlich auch wenn du jetzt zum Beispiel ähm die Deluxe Edition gekauft hast oder wie sie hieß ähm dann hast du das Extended Pack was die Schätze betrifft und dann kannst du natürlich auch viel schneller noch an ein paar Peseten kommen das habe ich jetzt hier komplett außen vor gelassen denn wie gesagt bei uns geht es erstmal nur darum dass wir hier wirklich auf dem Standardweg auf Veteranen durchkommen und dass wir hier nicht irgendwie mit DLC beziehungsweise okay die Handcannon haben wir über das DLC bekommen aber dass wir hier kein Pay to Win anwenden im Sinne von wir kaufen uns irgendwie über im Playstation Store irgendwelche Sachen so wir haben nochmal gespeichert du hast gesehen wir sind bei 2 Stunden und 14 Minuten eine gute Zeit und ja sind jetzt hier angekommen und hier gibt es erstmal noch ein gelbes Kraut das würde ich an deiner Stelle mitnehmen hier gibt es nochmal ein paar Vasen die kannst du auch zerballern und ja dann kommt jetzt auch gleich schon ein Part im Game der kann echt ein bisschen nerven aber mit dem Weg den ich dir jetzt hier zeige wird das relativ schnell und easy funktionieren hier die Fässer zerschießen da gibt es auch nochmal ein paar Peseten alles mitnehmen ja und jetzt sind wir hier im Irrgarten angekommen und jetzt würde ich dir empfehlen hier kannst du natürlich auch nochmal auf so einen Raben schießen der droppt dann auch nochmal was hier hinten hast du zum Beispiel noch so ein Fass beziehungsweise so eine Kiste da ist auch noch das ein oder andere drin aber ich würde dir empfehlen erstmal jetzt hier legt den Schalter um legt den Schalter um und dann gibt es jetzt hier auch gleich Disco-Licht nein Quatsch aber zumindest diese Flagge hier die fällt jetzt nach unten genau Ashley kommentiert das natürlich alles nochmal sie ist surprised surprised ja und jetzt gehen wir in den Irrgarten hinein und Achtung jetzt können hier wieder Hunde angreifen wir geben Achtung hier ist noch eine Schlange das war ein bisschen spät die kannst du natürlich auch so killen da musst du dich nicht anfallen lassen so wie ich jetzt aber wenn das so ist ist nicht schlimm ja hier jetzt einfach den Stuff noch mitnehmen und Achtung jetzt hier wenn du hier um die Ecke gehst hier schon mal bereithalten hier direkt auf den Hund schießen und dann hast du den an der Stelle schon mal down wenn wir jetzt hier gleich um die Ecke gehen und zwar dass die sich gar nicht erst verwandeln sondern dass du die vorher schon ausschaltest weil dann können die einfach weniger ab haben Achtung hier springt einer aus dem Gebüsch auch den haben wir schnell gekillt da hinten im Zaun da ist auch noch mal einer drin da weiß ich jetzt gar nicht ob wir den richtig platt gemacht haben da ist er wieder und dort hinten durch den Zaun da müsste auch noch irgendwo einer rumspringen der fällt uns jetzt gleich wahrscheinlich von hinten an das kann schon manchmal passieren ja und hier nehmen auf jeden Fall noch das elegante Schachbrett mit so und da da ist er auch nicht irgendwo rennt hier noch einer rum der uns auf jeden Fall gleich noch angreifen wird ich weiß es ich weiß es ich hab es auf jeden Fall irgendwo im Urin ich hab's irgendwo im Gespür der wird jetzt gleich hier irgendwo rausspringen denn da war auf jeden Fall noch einer und es sind keine Paranoia wirklich nicht ich weiß der ist dort irgendwo und ich weiß er wird gleich kommen und da ist er auch da ist er auch und da haben wir ihn auch ziemlich schnell down ist eigentlich auch ganz gut dass er hinten in der Ecke jetzt rumgesprungen ist denn hier wollen wir sowieso nochmal an die Kiste haben hier nochmal ein bisschen Munition und können dann weiter und hier müssen wir jetzt auch aufpassen hier gibt es nochmal eine Kiste hinten in der Ecke aber hier müssen wir gleich aufpassen und zwar kommt jetzt nochmal einer von den Hunden durchs Gebüsch und zwar jetzt hier hinten da auch schnell drauf halten so und dann gibt es jetzt hier gleich den zweiten Käfig Achtung um verwandelt aber ist nicht ganz so schlimm wie gesagt mit der Chicago Sweeper ist das überhaupt kein Problem und die wirst du jetzt zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch haben so und da haben wir ihn auch down und können hier hinten auch da durch den Zaun da ist noch einer auch den haben wir erledigt jawohl passt hat irgendwas gedroppt wahrscheinlich PZten aber das soll uns erstmal an der Stelle egal sein die brauchen wir hier sagen sie soll bitte den Schalter mal umlegen und jetzt müssen wir aufpassen von links kann ein Hund kommen und da war er auch schon ich habe das leider nicht mehr richtig gesehen im Augenwinkel ja habe eigentlich vermutet dass ich ihn erst irgendwie nochmal durchs Gitter sehen kann aber das war nicht so aber ist nicht so schlimm er hat uns nur einmal kurz getroffen so und am letzten oder vorletzten Kapitel irgendwann hatte ich mal erwähnt dass Ashley nie entführt werden kann und Achtung an der Stelle jetzt sobald du hier die dritte Flagge aktiviert hast kommen jetzt ein paar von den von den Mönchen hier angerannt und die können jetzt Ashley tatsächlich entführen das ist so gescriptet dass du auf jeden Fall hier aufpassen musst und dafür sorgen musst dass Ashley hier nicht weggetragen wird wie gesagt deshalb in 99% der Fälle ist es so dass Ashley wirklich unverwundbar ist sie kann nicht entführt werden aber hier in dem einen Fall da ist es so und da musst du einfach jetzt schnell um die Ecke muss relativ schnell sein da wurde sie gegriffen und dann ballern wir den ab und dann haben wir das auch erledigt auch den hier machen wir erst mal zum Mail und dann kommt hier noch einer um die Ecke und da hinten ist noch die Nummer 4 und dann musst du aufpassen hier können dann auch wieder ich meine Hunde gespawnt sein man hört es auch gleich nochmal im Hintergrund und ja dann sollte das aber auf jeden Fall jetzt hier für dich erst mal soweit erledigt sein du kannst hier auch hingehen gerade eben als wir den dritten Hebel umgelegt haben und rennst als Leon einfach schnell hier oben rein denn hier gibt es jetzt auf Veteran hier oben links ein Autosave und wenn du das dann anschließend lädst dann kannst du diesem ganzen aus dem Weg gehen ich glaube du bekommst ein bisschen Zeit nach oben aufgepumpt also ich würde es nicht machen du kannst es machen du kannst es auf dem Weg versuchen aber ich und ja hier können wir uns erstmal entspannen hier können wir erstmal mit dem Händler ein bisschen chillen können ein bisschen mit dem reden können das ein oder andere vielleicht verkaufen setzen hier vielleicht mal einen Edelstein ein können vielleicht auch mal die Waffe noch ein bisschen verbessern alles Dinge die du auf jeden bisschen ausprobieren hab ich auch immer mal wieder so gemacht hab auch immer mal wieder zwischendrin einfach eine Pause so gemacht ja weil es muss uns ja hier keiner stressen wir sind ja hier wirklich nicht auf der flucht du siehst jetzt hier ich wollte jetzt hier auch zum Beispiel die Handkennen wieder zurück kaufen oder aber hier vielleicht nochmal die Angriffskraft ein bisschen verbessern ja einfach mal so ausprobieren einfach mal das ein oder andere anschauen was können wir hier machen ja was können wir hier vielleicht an Rezepten uns vielleicht auch kaufen ja alles hier mit Bolzen und Minen aufsetzen würde ich wenn nicht geht's auch mit Landgranaten gleich was wir versuchen werden aber nach Möglichkeit hab hier einfach Handgranaten dabei ja du wirst gleich sehen es macht dir das Leben auf jeden Fall ein bisschen einfacher beziehungsweise wenn du jetzt vielleicht sogar hier irgendwie eine Handgranate einsammeln solltest wenn du jetzt hier so ein bisschen was noch freischießt dann heb dir die auf dann hebt ihr die auf jeden Fall auf denn wir haben bei dem wir bei dem wir wirklich ganz ganz easy ja einfach mal so ein paar Gegner umgehen können hier hast du gesehen da ist noch eine Handgranate gedroppt aber ich glaube die ist nicht immer da hier hinten gibt es noch mal Schränke da kann auch ein bisschen Munition und so weiter liegen hier gehen wir jetzt rein wir holen uns jetzt den Löwenkopf hier gibt es noch mal einen kleinen Schlüssel auch den kannst du gerne mitnehmen hier können wir ein bisschen was herstellen zum Beispiel eine Blendgranate würde ich dir auch empfehlen jetzt hier zum Beispiel Blendgranaten herzustellen kann dir nämlich gleich auf jeden Fall auch nochmal das Leben ein bisschen leichter machen falls du keine Blendgranaten jetzt hier an der Stelle hast ist es nicht schlimm mach dir keine Gedanken du wirst auch ohne Blendgranaten hier relativ leicht durchkommen hier Pistolen Munition nehmen wir natürlich gerne mit Löwenkopf und damit beginnt jetzt die Action und die Ritter werden freigelassen hier müssen wir erstmal dafür sorgen dass wir denen natürlich so ein bisschen Schaden zufügen auf ja immer hier auf diesen Parasiten so ein bisschen schießen und wenn wir das gemacht haben dann können wir hier diese Helme oder dann verlieren sie die Helme da habe ich deshalb haben wir dann noch mal einen ordentlichen Hit kassiert und ja wir kombinieren das einfach mit dem gelben Kraut jetzt hier und dann passt das auch ja hier wenn sie dann unten sind ein Kick und dann verliert er auch den Helm und jetzt kannst du hier halt Blendgranaten einsetzen und zack relativ schnell sind die dann auch erledigt ist auf jeden Fall ein gutes Mittel schwere Handgranate natürlich mega nice dass wir das ganze hier gefunden haben wirklich mega nice das freut einen natürlich wenn man sowas bekommt so hier jetzt zack ordentlichen Kick und leider hat uns da aber noch einer kassiert ja Ashley versuchen sie zu helfen hier sie wirbt schon die Laternen mit dem blauen Licht und zack auch den haben wir dann hier auch einfach noch mal weiter eine Blendgranate reingeworfen und dann haben wir hier nochmal zwei Spinell das ist halt auch gut wenn du diese Typen killst dann bekommst du als Belohnung von denen auch noch Spinell das finde ich auch wirklich richtig gut gemacht weil das ist wirklich auch ein Anreiz dass wir hier relativ schnell oder dass wir gegen die halt auch wirklich kämpfen musst du ja in dem Fall hier sowieso aber auch später es gibt zum Beispiel die dort dann auch nochmal so ein paar von denen antreffen das werden wir natürlich alles nicht machen denn das würde uns nur unnötig Zeit kosten aber so könntest du einfach nochmal ein paar Spinell auch einsammeln ja auch hier gehen wir natürlich auf die Gegner wieder drauf wir haben jetzt keine Blend Granaten mehr aber du siehst in dem Fall ist auch nochmal der Beweis mit der Chicago Sweeper hast glatt gemacht sammeln wir hier natürlich noch alles ein was hier irgendwie rumliegt und helfen Ashley natürlich hier noch runter zu springen da muss ich immer wieder sagen als sie das Handrad bedient hat in dieser großen Halle da und die Gegner sie angetroffen haben da konnte sie ganz am Ende auch von der relativ hohen Geschichte herunter springen aber hier kann sie irgendwie nicht da ist schon ja ja wer die Logik an der Stelle sucht der sucht wahrscheinlich auch lang ja jetzt hier bekommen wir den seltsamen quad nimm den auf jeden Fall mit den werden wir nämlich später noch brauchen ist wirklich mit ein Schlüssel item für unseren Lauf auch der wird uns nämlich das Leben um einiges leichter machen gerade was das Kapitel Nummer 12 angeht ich möchte jetzt nicht so viel vor weg nehmen eventuell wirst du es auch schon erahnen oder wissen um was es dann geht aber das zeige ich dir dann im Kapitel Nummer 12 so wir haben hier nochmal gespeichert und ich hoffe wirklich dass du hier an der Stelle jetzt irgendwie eine Handgranate oder irgendwie sowas dabei hast vielleicht kannst du dir auch eine Blendgranate noch herstellen vielleicht hast du eine schwere Granate dabei irgendwie sowas ich hoffe es wirklich denn was ich dir jetzt gleich zeige macht dir auf jeden Fall das Leben etwas leichter du siehst jetzt hier in dem Fall habe ich jetzt noch eine schwere Granate und zwei Handgranaten gerne kannst du hier natürlich auch nochmal den Raum absuchen vielleicht ergibt sich für dich hier nochmal irgendwie das Ganze so dass du hier vielleicht eine Handgranate auch bekommst falls das nicht so ist dann hast du hier einen relativ schweren Brocken jetzt gleich vor dir denn rüste jetzt hier die Handgranate aus ziel nach hier hinten und während du jetzt hier nach vorne gehst sobald du die Handgranate nach hinten reinwerfen kannst mach das dadurch hast du nämlich diesen einen Typen der den Hebel umlegen will gekillt und kannst hier direkt diesen Beschwörer Typen auch erschießen und die ganzen Idioten die da hinten von der Decke fallen die umgehst du jetzt du umgehst deren Mutationen du umgehst die ganzen Las Plagas Gegner du hast hier relativ leichtes Spiel und das ist halt wirklich ein guter Shortcut um hier durchzukommen musst hier nicht erst nochmal irgendwo hochklettern musst dann den Hebel wieder umlegen weil ansonsten wenn du diese Handgranate nicht geworfen hättest dann wäre die komplette Brücke nach unten gelassen worden du hättest alle Gegner auf dich zukommen sehen und ja das hätte einfach nur unnötig Zeit gekostet deshalb eine Handgranate eine Blendgranate geht theoretisch auch ähm aber mach es einfach mit der Handgranate dann bist du da auf der sicheren Seite und dann hast du auf jeden Fall leichtes Spiel schwere Granate könntest du theoretisch halt auch nehmen ähm ist in meinen Augen aber natürlich ein bisschen Verschwendung aber wenn du nichts anderes hast dann besser eine schwere Granate als sich dann mit den Gegnern da irgendwie auseinandersetzen und damit sind wir am Part angekommen in dem wir mit Ashley unterwegs sind und ja wir haben unsere Ritterrüstung an und ja wir können nicht entführt werden aber wir können in diesem Part meine ich trotzdem drauf gehen ähm von daher ist es nicht ganz ist es nicht ganz unkritisch also wir sollten jetzt auf jeden Fall hier aufpassen ich hab's ehrlich gesagt nie ausprobiert ähm aber ich meine wir können hier auch drauf gehen hier direkt an die Uhr und jetzt ist es hier nicht 11 Uhr 4 sondern es ist jetzt hier 7 Uhr was wir einstellen müssen 11 Uhr 4 wäre es auf Standard und Assistant und ja auch das ist ein kleiner Shortcut wir können uns jetzt hier so einen kleinen Umweg sparen und rennen einfach hier so schnell wie möglich hier runter jetzt in den Keller und können dann dort das Sonnemond und Sternenrätsel auch lösen müssen jetzt hier noch in den Fahrstuhl und eigentlich ja ist doch eigentlich alles ganz cool relativ idyllisch keiner stört uns keiner will was von uns der Fahrstuhl kommt auf Knopfdruck und naja aber ganz schnell ist die Ruhe auch vorbei denn da kommen eigentlich schon die ganzen Gegner die wollen uns natürlich alle irgendwie auch wieder an die Wäsche beziehungsweise in dem Fall jetzt Ashley äh wir als Leon wir sind ja irgendwo oben anders zugange mit noch zwei Schuss im Magazin nein Quatsch wir haben ja unendlich Munition ja und hier jetzt am besten erstmal links anfangen dann hier nach drüben rennen rechts den Hebel umlegen dann hier schnell so ein bisschen rechts halten hier durch du kannst eventuell auch hier natürlich mit der Laterne ein bisschen arbeiten und kannst hier die Gegner zumindest für einen Moment vom Hals halten dann auch weiter rechts halten den Hebel ziehen und dann ganz links und dann hast du gesehen da kommt jetzt einer schon auf uns zu und da einfach mal kurz mit ja mit der Laterne leuchten und dann hast du die auch ja relativ schnell hinter dich gebracht musst dir jetzt keine Gedanken erstmal machen kannst hier unten weiter in den Keller und bekommst dann dort das Wappen ist es das Wappen der Familie Salazar oder was wir da bekommen äh ich weiß schon gar nicht mehr genau auf jeden Fall brauchen wir das Teil um dort oben gleich eine Tür zu öffnen die Sternenlampe die steht schon mal richtig jetzt müssen wir hier nur noch Sonne und Mond austauschen und dann haben wir hier auch das Rätsel soweit gelöst und bekommen dann hier ja wir müssen mal kurz gucken ich meine das ist das Wappen äh Familienwappen der Familie Salazar ich meine es steht auch oben rechts gleich ne irgendwo da müsste es stehen äh Insignie der Familie Salazar ja dann ist es auch wieder eine Insignie sehr nice Hauptsache wir haben alles dabei und jetzt sollte Ashley auf jeden Fall mit der schweren Rüstung so schnell wie möglich versuchen wieder nach draußen zu kommen und den Part hier fand ich immer ganz cool der macht echt Bock also der hat mir irgendwie gefallen ich weiß auch nicht warum weil es halt von der Szene irgendwie cool ist dass die dann halt so eingefroren sind durch das Licht und wir da so an denen vorbei müssen das kann natürlich schon ein echt geklemmendes Gefühl geben ja und jetzt hier schnell durch macht ihr nicht zu viele Gedanken halte ich hier nicht mit denen großartig auf renne einfach schnurstracks hier hinten zum Fahrstuhl straight dorthin und dann hast du hier auch ganz schnell den kompletten Part hinter dir gelassen und wie gesagt cool gemacht ich fand es echt cool ähm obwohl ich den eigentlichen Part im Original mit Ashley nicht so ja nicht so gut in Erinnerung hatte aber naja hier sind wir jetzt durch haben sozusagen den Gegner auch hinter uns gelassen rennen jetzt hier nach rechts hier müssen wir jetzt aufpassen in der Bibliothek ähm hier kommt jetzt nochmal ein Moment wo wir vielleicht ein bisschen die Luft anhalten können hier müssen wir jetzt nämlich einfach nur an den Typen vorbei rennen hier schnell links abbiegen und ja damit haben wir es jetzt erledigt damit sind wir durch und damit haben wir natürlich auch ein weiteres großes Kapitel relativ großes Kapitel kann das sein hinter uns gebracht aber wir sind echt schnell durchgekommen dadurch dass wir hier direkt zwei Shortcuts hatten die wir nehmen konnten ja damit haben wir das Kapitel auch abgeschlossen wir sollten an der Stelle natürlich auf jeden Fall speichern und bevor wir uns dann ins Kapitel Nummer 10 begeben und ja hier können wir natürlich auch nochmal schauen wir haben 18 Minuten fürs Kapitel 9 gebraucht sehr gut und ja wir machen erst mal weiter beziehungsweise 18 Minuten fürs Kapitel Nummer 9 und wir kommen jetzt ins Kapitel Nummer 10 vor lauter lauter Kapiteln hier Kapitel da ja überspringen das Ganze und haben dann jetzt hier die Möglichkeit erst nochmal hier unten zum Beispiel zum Händler zu gehen weil hier hatten wir ja noch irgendwie diese rechts dieses dieses Teil wo wir auch noch einen Schatz nee den hatten wir schon geholt genau hier können wir jetzt zumindest noch das ein oder andere verkaufen denn ich empfehle dir wirklich hier an der Stelle geh hin und pimp die Chicago Sweeper nochmal so gut es geht verkauf ruhig hier auch so ein Stiefelmesser das Kampfmesser ja können wir ablegen können wir uns zur Not später auch wiederholen wobei das ewige Messer schon besser ist und verkaufe lieber ein bisschen mehr und pimp die Chicago Sweeper denn ja die nächsten die nächsten Bereiche die können doch schon ein paar Nerven kosten ich meine mit wenn die Chicago Sweeper mit der Angriffskraft nicht komplett ja gepusht ist ist das nicht unbedingt schlimm es ist nicht tragisch aber es kann halt unnötig viel Nerven kosten und das möchte ich dir an der Stelle einfach nur ersparen so hier haben wir nämlich jetzt die ganzen Krabbelkäfer Dudes die sind wirklich das ist so das ist so ein Gegnertyp ey den brauche ich überhaupt nicht den mag ich auch überhaupt nicht in den Games aber okay ist so können jetzt hier zum Beispiel nochmal eine Blendgranate herstellen hier kannst du einfach die Treppe nach oben rennen ohne dass dich die Gegner dort in irgendeiner Form erwischen so und dann einfach hier noch Pistolenmunition hier gibt es nochmal ein Erste-Hilfe-Spray hier gibt es einen Schrank dort liegt vielleicht auch noch das ein oder andere für dich und dann hier einfach alles mitnehmen hier sehr nice dass wir hier zum Beispiel jetzt ja Munition für die Handcannon bekommen haben müssen mal gucken vielleicht stellen wir das ein oder andere dafür her was du natürlich auch machen kannst du kannst auch zur Not ein paar Peseten opfern kannst du jetzt auch noch einen größeren Koffer kaufen macht manchmal auch Sinn weil du dann vielleicht nicht das ein oder andere liegen lassen musst aber ja du musst da jetzt nicht drauf den Fokus legen also es ist wirklich so das geht auch so eigentlich ganz gut hier jetzt einfach mal den da unten abschießen dadurch triggerst du schon mal ein paar von den Gegnern auf die du drauf halten kannst und dann halt einfach aufpassen die sind echt ultra nervig ja die hitten dich manchmal auch wirklich aus dem Nirgendwo ja also ich weiß nicht was die für einen Auftrag haben wie gesagt die sind wirklich einfach nur einfach nur die Pest ich mag die ich mag die Gegner überhaupt nicht ich hab die auch im Original schon nicht gemocht aber gut wir können es uns nicht aussuchen ich meine ist halt so die gibt es halt auch die Gegner und ja die machen uns auch hier in dem ich weiß gar nicht das ist das der nein das ist der Thronsaal oder ich meine es ist der Thronsaal in dem wir uns hier gerade befinden ja die kommen hier auch wirklich in Massen einfach nur in Massen und ja hier kannst du wirklich auch ordentlich Munition reinpumpen in die Typen ja dann aufpassen hier links da rechts rechts von uns da ist auch noch einer jetzt ist er gespawnt ich hab den an der Stelle relativ spät erst gesehen aber ist nicht schlimm und ich empfehle dir auch mach hier erstmal diese Typen glatt denn ansonsten weil die sind die spawnen hier erst in dem Moment wo du jetzt hier gerade wirklich hingegangen bist ansonsten kann es sein wenn du später nämlich dann von einem Punkt weiter oben herunterspringst dass die dann erst spawnen und dann ist es bei mir schon ein paar mal passiert dass wenn du die dann angegriffen oder wenn du dann weitergehen wolltest haben die dich instant in dem Moment angegriffen die sind gespawnt und haben dich instant einen Kopf kürzer gemacht das hat mich zum Beispiel damals auch auf Profi-Modus mit dem Raketenwerfer bei unendlich Munition die Möglichkeit gekostet auch einen No einen keinen Heilungsrun durchzuziehen dafür gibt es ja auch nochmal eine eigene Trophy wenn du keine Heilung benutzt dann bekommst du ja eine Trophäe und wie gesagt das hat mich leider damals den Lauf gekostet weil ich habe zwar hier den Part gut durchbekommen aber später unten in diesem Kanalisations Part da hat mich dann einer aus dem Wasser nochmal angegriffen und war relativ pain in the ass kann man nicht anders sagen so dann haben wir hier hinten noch einen Schatz mitgenommen da liegt auch schon wieder einer rum und ja einfach weiter drauf halten immer mehr immer mehr irgendwann hören die auch mal auf irgendwann geben die nach und dann können wir hier nach oben klettern und hier oben angekommen da siehst du auch da ist schon wieder eine so leicht getarnt ich weiß gar nicht warum die manchmal so ein bisschen rötlich getarnt sind ist das wegen dem Boden weil die dann quasi auf so roten Fliesen sitzen aber ich glaube wenn die manchmal an der Wand hängen können die auch so ein bisschen rötlich erscheinen ja da hinten ganz hinten ist auch eine so und hier jetzt einfach hier auf dem Weg nach unten springen denn ich hatte schon das Gefühl oder die Erfahrung gemacht dass wenn man diesen bei dem Hebel direkt rechts runter springt dass dann irgendwie an ungewöhnlichen Plätzen neue Gegner und auch mehr Gegner spawnen keine Ahnung ob das nur eine Einbildung von mir war aber ja ich nehme hier an der Stelle noch den Schatz mit und hier liegt auch noch eine Handgranate die liegt immer da also da kann nichts anderes liegen sondern die hast du hier immer zur Verfügung die solltest du auf jeden Fall mitnehmen generell solltest du dir hier mit diesen Typen irgendwie den Kampf auf Basis von Handgranaten oder sowas ersparen die solltest du hier überhaupt nicht einsetzen denn Handgranaten und auch schwere Granaten die wirst du gleich brauchen denn in dem Kapitel möchte das Game wirklich sehr viel von dir es verlangt sehr viel von dir aber mit dem mit dem Guide oder mit dem was ich dir hier zeige wird das relativ easy für dich klappen jetzt hier habe ich einfach mal zum Beispiel Pistolenmunition hergestellt um jetzt hier auch das rote grau zu bekommen ich brauche zwar jetzt hier keine Pistolenmunition wirklich aber einfach um ein bisschen Platz natürlich zu bekommen und um dann natürlich auch neue Sachen einsammeln zu können so das müsste jetzt so ziemlich hier der letzte von den Idioten gewesen sein und genau dann gibt es hier noch eine Kiste nehmen wir natürlich auch und dann können wir zum zweiten Schalter und haben dann endlich hier diesen Thronsaal hinter uns das ist wirklich ja das hat echt schon Nerven gekostet wie gesagt wenn du hier runterspringst und vorher die Typen da unten nicht gekillt hast dann können die dich halt wirklich einfach so aus dem Nichts anfallen ja und Salazar Ramon Salazar er lacht uns hier noch spöttig aus er hat auch relativ gut lachen denn das was uns jetzt hier gleich bevorsteht das ist wirklich einfach nur der ober wahnsinn wir werden nämlich jetzt hier gleich im nächsten raum auf zwei von diesen blinden gegnertypen mit den langen klauen treffen und der eine davon ist auch noch gepanzert und gleichzeitig kommen auch noch eine ganze menge an standard gegnern an mönschen und hier habe ich einfach nochmal geguckt ob wir irgendwo noch was finden können was wir vielleicht noch einsammeln können wo wir noch was herstellen können blendgranaten also du wirst gleich sehen wir werden hier wirklich alles mögliche nutzen du kannst theoretisch hier auch irgendwie versuchen zu schleichen beziehungsweise die normalen gegner dir mit zu nutze machen und kannst dann hier versuchen irgendwie ja das die wirklich mit einem messer auch zu killen es ist eine möglichkeit aber effektiv ist es nicht denn was effektiv ist wirklich hier diese typen irgendwie zum beispiel hier in so eine seite zu locken und wenn die dann hier unten ankommen einfach mit granaten bearbeiten du siehst jetzt hier die eine granate die hat die natürlich jetzt irgendwie angelockt jetzt sind sie beide hier in der ecke und dann einfach wirklich nur mit granaten hier drauf halten einfach alles auf die drauf werfen was geht die halten wirklich eine Menge aus natürlich auch hier immer mal wieder in den rücken schießen den einen von den beiden haben wir jetzt platt bekommen aber den zweiten der will es jetzt noch wissen und ich habe jetzt halt hier schon ein bisschen schiss bekommen da kommen nämlich schon die normalen gegner und hätte der uns jetzt hier gegriffen dann hätte das schon recht eklig werden können ja und hier jetzt hast du dann auch und dann einfach hier auch weiter auf den rücken drauf halten und dann ist er auch hier down und das Ding ist halt du musst halt beide unbedingt killen denn beide bekommen ja oder droppen ja quasi jeweils so ein blöden blödes Einhorn und dadurch hast du halt erst die Möglichkeit die Tür hier zu öffnen also mit genug Handgranaten hast du hier echt die Möglichkeit relativ gut voranzukommen ich meine das ein oder andere liegt hier auch irgendwie noch in den Fässern oder so hier auf dem Tisch liegt glaube ich auch noch irgendwie eine Blendgranate auf jeden Fall alles Zeug was du gut gebrauchen kannst um dir hier das Leben leichter zu machen aber wie gesagt ich denke du wirst auch wahrscheinlich schwere Granaten und sowas hier noch haben du wirst im Vorfeld auch ausgerüstet worden sein du hast sollte das für dich relativ easy zu machen sein relativ easy ich weiß es ist wahrscheinlich trotzdem irgendwo noch eine gewisse Herausforderung aber selbst wenn du hier ein paar Mal stirbst ist mir auch passiert ist überhaupt nicht schlimm wir haben ja davor gespeichert und probiere einfach so lange bis das Ganze funktioniert verzweifelt daran nicht es wird bestimmt das ein oder andere mal wie gesagt ein bisschen schwer sein aber mach dir nicht zu viele Gedanken du wirst das irgendwann hinbekommen und selbst wenn du hier relativ weit unten von deinem HP bist ist es nicht so ganz schlimm du wirst hier zum Beispiel auch gleich ein grünes Kraut finden genau hier in der Ecke steht und kannst dich dann hier wieder heilen und dann sollte die Welt für dich auch schon wieder besser aussehen genau und ja hier müssen wir jetzt in dem Tümpel hier unten ein bisschen aufpassen denn hier können uns diese scheiß Käfer auch gleich wieder angreifen und ja die sind natürlich auch noch unsichtbar wie soll es auch anders sein und wie gesagt das macht uns natürlich echt unsere Reise so ein bisschen beschwerlich hier das natürlich ich könnte jetzt hier auch das Video ein bisschen beschleunigen könnte natürlich jetzt hier auch vielleicht das eine oder andere im Zeitraffer machen ich mache das aber bewusst nicht weil ich weiß manchmal nicht wenn das nebenher gespielt wird dann ist es natürlich doof wenn ich dann irgendwie so was extrem beschleunige ich ich meine klar du kannst über die YouTube Einstellung dir das Video ein bisschen langsamer machen aber wenn ich zum Beispiel doppelgeschwindigkeit einstelle kannst du auf halbe geschwindigkeit gehen dann läuft das Video an sich normal aber ja ich denke einfach die paar Minuten die haben wir und die Zeit haben wir ja und hier aufpassen hier kannst du ruhig mal ins Wasser schießen du siehst die ja die Lieblingsgegner hier von uns die haben sich nämlich im Wasser versteckt und natürlich auch unsichtbar wie soll es auch anders sein und das ist halt wirklich so ein bisschen ja das kann ordentlich Nerven kosten ich glaube hier bin ich jetzt falsch abgebogen ich glaube da hätte ich jetzt einfach nach rechts direkt noch gehen können oder ich biege jetzt hier gleich falsch ab irgendwo irgendwo im Leben bin ich falsch abgebogen scheinbar und ne ja irgendwo siehst du jetzt gleich ich laufe in der extra Runde was nicht unbedingt notwendig gewesen wäre aber es ist auch nicht so schlimm ich glaube hier genau hier laufe ich jetzt rechts und da musst du nicht rechts laufen wir hätten direkt links weiter gehen können hier kommt jetzt einfach nur noch ein Gegner und das ist halt ein bisschen unnötig weil da kann ich halt ein weiterer Gegner dann anfallen und das brauchen wir natürlich nicht auch wenn es jetzt hier einen Saphir gibt aber wie gesagt ein bisschen verlaufen an der Stelle der gute Mensch der gute Lieren da ist der nächste auch den machen wir platt so und da sind wir wieder an dem Part und dann hab ich es auch irgendwann gemerkt hm was war das da bin ich doch falsch gelaufen genau nämlich hier links und da hat uns dann tatsächlich auch einer bekommen da war ich zu cocky unterwegs wollte schon zu schnell voran und dann hat er das natürlich direkt ausgenutzt das game verzeiht dir keine fehle es will einfach direkt auf dich drauf da hinten war ein Fisch den kannst du mitnehmen kannst du dich nochmal heilen Forellenbarsch nehmen wir natürlich und da müssen wir mal gucken hier gibt es jetzt gleich nämlich noch eine eine Krone eine elegante Krone oder wie sie sich nennt und das ist mit ein Schatz im Spiel der dir die Möglichkeit gibt das meiste an Peseten mit der richtigen genau da ist er die elegante Krone in der richtigen Kombination mit Edelstein an Peseten beim Händler zu bekommen und ja das ist auf jeden Fall schon mal wichtig hier gibt es noch ein gelbes Kraut nimm das auf jeden Fall mit und dann sind wir jetzt auch gleich bei einem sehr sehr interessanten Part angekommen also ich muss sagen das Kapitel das hat es schon ordentlich in sich das muss man echt mal sagen also wenn ich so überlege bei den anderen Kapiteln klar auch mit dem Horrorhaus das war schon heftig aber hier jetzt das verlangt doch ordentlich was von einem ab aber zum Glück haben wir die Chicago Sweeper mit uns mit der unendlichen Munition mit bei uns und dann funktioniert das auch ganz easy wirst du gleich sehen und du hast natürlich auch hier nochmal die Möglichkeit gleich beim Händler zu speichern und das solltest du auf jeden Fall auch machen denn falls du hier zwei drei Anläufe gleich brauchst dann ist das nicht schlimm hier gab es noch mal ein bisschen Magnum Munition auch sehr nice und ja dann gehen wir hier hin falls du jetzt hier die Möglichkeit hast zum Beispiel dir die Handcannon zurück zu kaufen dann kannst du das jetzt hier machen also du kannst jetzt wie gesagt hier auf jeden Fall das ein oder andere hier zum Beispiel modifizieren mit Edelsteinen versehen du siehst jetzt hier ich habe nicht wirklich viele Edelsteine dabei für die elegante Krone bedeutet also so wirklich Sinn ergibt das halt nicht wir können natürlich so einen Schmuckkäfer verkaufen hier Seidenkristalle aber ansonsten ist es halt schon ein bisschen doof also wir haben nicht wirklich viel mit uns mit haben jetzt hier knapp 40.000 Peseten aber so wirklich was dafür kaufen können wir uns eigentlich nicht auch wenn wir Magnum Munition haben eine Schutzweste bringt uns nicht alles wirklich was also würde ich auch nicht machen du kannst natürlich jetzt hier zum Beispiel das Rezept für die schweren Granaten dir zum Beispiel auch kaufen kannst du machen ist eigentlich auch gar keine so schlechte Idee ich habe es jetzt hier nicht gemacht falls du das für dich machst wie gesagt dann hast du halt einfach den Vorteil du kannst dir selber so ein paar Granaten dann zusammen basteln und das kann dir in dem einen oder anderen Moment natürlich auch noch einen gewissen Vorteil bringen aber wie gesagt ich habe jetzt hier darauf verzichtet und du wirst sehen es wird trotzdem ganz normal funktionieren falls du halt die schweren Handgranaten dir jetzt hier herstellen möchtest dann ist das auch nice hier gibt es nochmal ein Messer an der Ecke das kannst du theoretisch auch noch mitnehmen ja und dann haben wir jetzt hier gleich den fight gegen den Verdugo und das ist doch ja oder gegen Verdugo weiß gar nicht warum heißt der Typ eigentlich so wie er heißt wird irgendeinen Grund haben falls es jemand von euch weiß auf dem Schirm hat ich weiß der andere Dude also der andere Kettenhund von Salazar der hat ja dann nochmal einen anderen Namen das sind irgendwie so keine Ahnung sie sehen aus wie so Keller wie so Schaben auch wieder so ekelhafte Krabbelkäfe Fiescher Achtung hier kommt der auch nochmal auch nochmal R3 ausweichen hier gibt es nochmal Schrotflinten Munition falls du brauchst hier hinten gibt es nochmal ein grünes Kraut nehm das ruhig mit kombiniere das hier zum Beispiel mit einem roten und dann kannst du das auch direkt nochmal hier mit einem mit einem gelben zur Not auch irgendwie kombinieren kannst du nochmal ein paar Blendgranaten natürlich auch herstellen und bereite dich darauf vor sobald du hier den Hebel umlegst geht natürlich dann auch die Action los die Stromversorgung ist wieder hergestellt wir wollen eigentlich nur zum Fahrstuhl aber man möchte uns daran hindern hier schnell den Schalter umlegen schnell hinter in die Ecke Chicago Sweeper raus und zack drauf einfach nur drauf drauf lunzen rein in die Olga komm schon und ja er ärgert sich schon sehr gut sehr gut erster Angriff erste Phase erstmal hinter uns gebracht wir könnten kurz verschnaufen aber wir müssen erst hier hinten den Hebel umlegen um zu sehen dass dann tatsächlich sich der Aufzug auch in Bewegung setzt und theoretisch könntest du hier auch hingehen und könntest natürlich jetzt so lange hier irgendwie das Katz und Maus Spiel spielen bis der Fahrstuhl dann unten ankommt und du musst den Verdugo auch gar nicht besiegen aber er droppt natürlich wenn du ihn ausschaltest auch nochmal ein bisschen was und das empfehle ich dir einfach weil das kannst du wiederum dann auch beim Händler verkaufen und kannst dann beispielsweise auch die Chicago Sweeper natürlich verbessern schieß hier ruhig alles mögliche an an Kisten oder Fässern einfach so ab das bringt dir einen gewissen Zeitvorteil du wirst gleich sehen er greift nämlich jetzt hier gleich an und wir wollen hier einfach nur schnell die Tür öffnen und wir kommen hier nicht durch doch jetzt und wir haben es gepackt ohne einen Hit zu kassieren hier schnell auf die Taste hauen und da hat er uns jetzt gleich nochmal erwischt mit seinem Stachel und ja leider können wir diese Eisfallen nur einmal einsetzen ähm ja ich hatte da nochmal einen anderen Guide hier auf dem Kanal gemacht aber ich war irgendwie der Meinung man kann das so oft machen wie man will aber das geht nur insofern wenn er nicht in die Falle hineingelaufen ist also wenn er nicht hineinläuft und du betätigst die dann kannst du das tatsächlich so oft machen wie du willst aber wenn er einmal da drin gelandet ist dann macht er diesen Dreher diesen Move und dann zerstört er diese Eisfalle und du kannst ihn nicht nochmal anwenden hier musst du irgendwie versuchen ihn zu triggern so dass er aus dem Boden herauskommt oder aus der Decke und du dann auf die Falle drücken kannst aber das ist mir jetzt hier nicht gelungen und da müssen wir ein bisschen aufpassen müssen uns einmal heilen nehmen hier noch das gelbe Kraut mit dazu so erhöhen wir ein bisschen die Lebensanzeige und dann sind wir jetzt hier auch gleich auf dem Weg sie kriegen natürlich direkt wieder ein paar auf die Mütze ja und so wirklich kommen wollte nicht ist manchmal ein bisschen komisch du musst halt versuchen ihn irgendwo irgendwo aus der Reserve zu loggen irgendwo musst du ihn nachher versuchen hier rauszuholen und das war natürlich jetzt mega ungünstig denn er ist jetzt einfach genau da zu dem Zeitpunkt gespawnt als wir in die andere Richtung gelaufen sind ich hatte irgendwie ihn so gehört als ob er da quasi jetzt hier irgendwie auf der Seite gespawnt wäre dann hätte es gepasst aber so war das nicht ganz der Fall also gehen wir einfach nur hier hinten in die Ecke hier gibt es nämlich noch eine Eisfalle und da müsste er jetzt reinlaufen da ist er auch schon und dann haben wir ihn hier auch das dritte Mal jetzt und hier einfach nur draufhalten ich meine hier ist er jetzt auch gleich draufgegangen einfach nur rein 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 und du siehst er kriegt hier wirklich ordentlich was ab er steckt immer mal wieder zurück immer schön auf den Kopf fokussieren und da müsste er jetzt gleich auch umfallen na komm schon jetzt ist er down ich habe es erst später gemerkt ich war einfach so im Tunnel drin ich wollte einfach nur dass er dass er richtig dass er auch wirklich ich wollte auf Nummer sicher gehen dass er auch wirklich nicht mehr aufsteht ja hier unten kannst du jetzt natürlich noch das ein oder andere mitnehmen es lohnt sich unter Umständen für dich natürlich der Fahrstuhl ist dann jetzt auch endlich da sehr nice und ja hier hinten hast du wie gesagt jetzt nochmal die Möglichkeit in dem einen Raum wo wir gerade eben Kisten zerschossen haben da stehen auch nochmal zwei um die Ecke da sehen wir sie schon die nehmen wir noch mit sie ist jetzt hier rotes Kraut nochmal dabei wir haben jetzt dreimal rotes Kraut jetzt müssen wir hier schon ein bisschen haushalten müssen schon gucken was können wir noch mitnehmen was nicht ja ist manchmal ein bisschen tricky aber gut ist nicht weiter schlimm eventuell versuche einfach hier natürlich auch vielleicht nochmal was herzustellen zum Beispiel Pistolenmunition oder Flintenmunition kannst du ja zur Not auch dann beim Händler wieder verkaufen ich sehe jetzt hier gerade wir haben relativ viel Pistolenmunition jetzt mit uns rumgetragen die wir eigentlich hätten beim Händler schon irgendwie verkaufen sollen hat jetzt nicht so wirklich Sinn gemacht hier keine Ahnung mit 100 Schuss für die Pistole rumzulaufen und dafür dann halt kein weiteres rotes Kraut einsammeln zu können also da musst du einfach ein bisschen gucken was für dich halt wirklich auch interessant ist und dann hier hast du noch die Möglichkeit einen weiteren gelben Diamanten mitzunehmen wenn du eh hier hinten in der Ecke nochmal bist nimm den ruhig mit und dann wird sich das für dich auf jeden Fall lohnen wenn du später den Stuff verkaufst und dann nochmal ein paar Peseten bekommst ja und damit haben wir den Hart jetzt erstmal hinter uns gebracht steigen hier in den Fahrstuhl ein und ja dann sind wir hier zumindest erst mal soweit durch und wie gesagt jetzt gibt es hier gleich noch eine kleine Zwischensequenz da haben wir sie und perfekt dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen und wir sollten hier natürlich auf jeden Fall speichern Ergebnis für Kapitel 10 wir haben 22 Minuten gebraucht das ist eine gute Zeit wir sind jetzt fast bei 3 Stunden das ist auch eine gute Zeit du solltest auch ungefähr bei 3 Stunden hier sein 5 Minuten mehr oder so sind nicht weiter wild macht ihr da keine Gedanken auch 10 Minuten mehr oder auch 15 Minuten mehr sind hier wirklich noch kein Weltuntergang aber du solltest dann schon halt schauen dass du das Ganze so ein bisschen im Blick behältst damit du halt wirklich auch da durchkommst hier habe ich einfach mal geguckt können wir vielleicht irgendwie ein bisschen was miteinander verbinden ein bisschen was pimpen wir sehen auch hier wir bekommen zwei Farben Bonus schon hin probiere einfach ein bisschen was aus wenn du hier vielleicht wirklich was verkaufen kannst vielleicht kannst du dir hier auch mit Spinell zum Beispiel noch ein paar Schätze kaufen oder ein paar Edelsteine das kann sich wirklich für dich lohnen du kannst die dann einsetzen hier Pistolenmunition einfach komplett weg den Rotz einfach wirklich komplett loswerden du siehst auf einmal schon sieht die Welt ganz anders aus wir haben einfach jetzt nochmal irgendwie ja klar mit den Schätzen jetzt auch einfach nochmal 100.000 dazu bekommen hier MP-Munition einfach verkaufen brauchen wir gar nicht mehr auch Flinten Munition Magnum Munition wie gesagt kannst du dir aufheben für die Handcannon und ja dann kriegst du hier auch die Angriffskraft von der Chicago Sweeper auf die Stufe 4 empfehle ich dir auf jeden Fall das jetzt hier zu machen denn jetzt gleich kommt nochmal ein richtig lustiger Part der uns nochmal ordentlich Freude bereitet und da sollten wir auf jeden Fall schon richtig vorbereitet sein hier nochmal eine Handgranate mitgenommen sehr gut das freut uns natürlich wir haben vier Blendgranaten wir haben Chicago Sweeper die Pistol alles gut alles gut so und hier macht ihr nicht so viele Gedanken der nächste Part kann relativ leicht gemacht werden auch wenn es ja viele Gegner gibt und zwar müssen wir uns nämlich hier überhaupt nicht großartig am Anfang mit den Gegnern beschäftigen wir rennen erst mal so gut es geht durch da oben steht jetzt einer der interessiert uns erstmal nicht auch dort unten kriecht schon einer rum den ersten den wir hier in irgendeiner Form bearbeiten das ist der Typ der hier die Treppe herunter kommt da schießen wir ein paar mal drauf das war sehr gut der hat sich jetzt hier schon verwandelt hier halt jetzt eine Blendgranate bereit und werft die dann direkt hier unten auf den Boden und jetzt kannst du nämlich hier die Lady mit der schießt hier am besten noch die Kiste auf darin können sich noch gute Sachen befinden in dem Fall haben wir noch ein grünes Kraut und auch nochmal Rohstoffe bekommen und dann so schnell wie möglich hier hoch auf die Treppe und nicht schon rüber rennen denn sonst würden die alle hier folgen sondern hier wirklich von oben aus auch wieder über den higher ground die ganzen Idioten hier unten bearbeiten da kannst für die Chicago Sweeper noch in der Angriffskraft ausgerüstet haben macht es uns hier wirklich ein bisschen leichter wir haben jetzt hier mal kurz Dynamit kassiert das ist natürlich eigentlich auch nicht so nice nicht so gut aber auch nicht zu viele Gedanken machen falls es passiert ist nicht so schlimm ja der mit der Kettensäge der ist hier irgendwie ordentlich gebackt ich habe keine Ahnung warum da haben wir den Typen mit dem Dynamit ausgeschaltet und hier kommen du siehst es echt so viele Gegner es sind so viele Idioten hier unterwegs die alle von uns irgendwie blei wollen wenn die das wollen dann kriegen die das natürlich auch und auch da hinten läuft wieder jemand mit Dynamit da kommt wieder jemand Louis da unten ich weiß gar nicht macht der eigentlich nur er tanzt oder er tanzt schon und einfach nur drauf einfach nur drauf halten und zwischendrin kannst du natürlich hier auch mal ein bisschen was noch einsammeln da hinten den Typen mit dem Dynamit zack haben wir auch hier unten den wieder und es ist wirklich also dieser Part und wenn du das halt am Anfang nicht so machst hier nochmal als Belohnung für uns selbst da haben wir uns selbst beneist nochmal so ein kleiner Move und wenn du das halt am Anfang nicht so machst dass du so schnell wie möglich hier die Treppe hoch gehst dann kann das wirklich halt ja ultra viel Nerven kosten weil die kommen dann von gefühlt von allen Seiten auch hier oben der Typ ja mit seinen Mollis er kann natürlich ultramäßig nerven aber wir ignorieren den an und für sich jetzt erstmal hier oben links müssen wir nur aufpassen hier gibt es noch einen Schatz den nehmen wir natürlich mit noch einen Saphir und dann können und dann können wir auf die andere Seite gehen und aufpassen hier kommen zwei Gegner jetzt nach vorne gesprungen die schalten wir natürlich auch schnell aus und da siehst du auch mal was wir hier wirklich für eine Power haben inzwischen mit unserer Chicago Sweeper hier steht auch noch einer drin ja und da müssen wir zum Dynamit genau das ist unsere Mission und da kannst du draufschießen aber da passiert nichts und ja hier auch nochmal eine Handgranate mitgenommen sehr gut alles sehr sehr gutes Zeug was wir hier gefunden haben und mitbekommen haben und so bist du relativ schnell durch hast hier oben sogar noch einen Schatz bekommst den auch noch nimmst hier noch die goldene Sanduhr mit und bist dann auch relativ relativ gut und und wirklich schnell auch hier durchgekommen klar wenn du jetzt natürlich einen Raketenwerfer dabei gehabt hättest hättest du einfach hier oben drauf geschossen aber haben wir jetzt in der Form alles hier nicht bei uns und deshalb müssen wir zum Dynamit wir müssen das mitnehmen und es war trotzdem sehr sehr schnell zu lösen auch wenn da viele 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 Gegner unterwegs waren so und damit sind wir hier durch und ja jetzt Kapitel Nummer 11 besteht natürlich in einer ganz langen Phase nur darin dass wir dann auch die beiden Lorefahrten noch hinter uns bringen ist eigentlich auch ganz cool gemacht ich fand es eine coole Abwechslung dann ja wie wir das Ganze da so hinter uns bringen können bevor wir das dann machen können müssen wir natürlich hier erst noch die beiden Giganten killen und den einen davon den kennen wir natürlich das ist dieser dieser halb gepanzerte die andere Hälfte die hat er ja schon lassen müssen hat schon ein bisschen Federn lassen müssen du kannst theoretisch dafür sorgen dass beide hier auch direkt unten durch die Klappe fallen wenn du eine Blendgranate ganz am Anfang wirfst manchmal funktioniert das vom Timing her manchmal auch nicht mach dir nicht zu viele Gedanken hier den ersten hast du relativ schnell ausgeschaltet du siehst es ein paar mal drauf geschossen und danach hier noch den Rest oben reingepumpt in seinen in seine Plage und dann bist du hier auch relativ schnell fertig jetzt musst du natürlich darauf warten zum Beispiel dass Louis hier durch hinten durch die Wand verschwindet und dann anschließend das Dynamit holt da macht er sich jetzt gerade auf den Weg und genau er sagt es jetzt auch wir sollen hier den großen Typen noch mal ein bisschen beschäftigt halten wie gesagt du kannst dafür sorgen dass er natürlich das Dynamit holt oder aber du kannst hier auch wieder dafür sorgen dass er mit dem mit der Klappe durch den Boden fällt aber ja in dem Fall jetzt ist mir das alles nicht gelungen hier müssen wir aufpassen dass er uns da nicht wegrammt und das hat er auch nicht geschafft und dann kommt auch schon Louis jetzt müssen wir natürlich hier unseren großen großen Feind ich würde sagen großer Kumpel müssen wir nur hier rüber locken hier gibt es eine kleine Zwischensequenz und dann können wir hier oben aufs Dynamit schießen jawoll und dann haben wir auch hier schon mal wieder ja die Plage freigelegt können natürlich auch hier wieder noch ein bisschen was kombinieren um einfach ein bisschen Platz zu haben oder uns um uns zu heilen jetzt hat er es natürlich wieder auf uns abgesehen aber ist nicht weiter schlimm wir gehen ihm einfach so gut es geht aus dem Weg wie du es kassiert einfach mal mal ein Hit und ja das klappt auf jeden Fall jetzt ist er hier schon wieder ein bisschen am Ragen die kommt er auch wieder runter einfach nur drauf halten und ja einfach nur volle Kanne rein da rennt er noch mal er weiß schon gar nicht mal wo er hinrennen soll und einfach nur drauf 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 komm schon und da macht er nochmal so einen Jump den können wir ausweichen und dann müsste er gleich fallen es müsste gleich soweit sein ärgert er sich nochmal richtig und jetzt ist es soweit da haben wir ihn down und haben auch hier die beiden Giganten kriegen nochmal einen roten Barrel das ist halt auch ganz nice als Belohnung dann nochmal dass du das natürlich bekommst und hier gibt es nochmal zwei Fässer die nehmen wir noch mit da oben liegt auch noch ein bisschen MP Munition können wir natürlich auch mitnehmen und später verkaufen und ja jetzt müssen wir Louis nur helfen hier durchzuspringen und er öffnet dann von der anderen Seite die Tür und dann haben wir auch gleich die Lorefahrten ja ich trinke mal einen Schluck wie gesagt mach du ruhig auch dazwischen immer mal eine Pause entspann ruhig mal du kannst ja natürlich auch so ein Projekt wie jetzt hier diesen Run auch mal über mehrere Tage machen wenn du dich da ausprobieren willst an bestimmten Geschichten und einfach versuchst halt wirklich da so schnell wie also was heißt so schnell wie möglich aber so elegant vielleicht wie möglich oder so gut wie möglich da irgendwo durchzukommen jetzt gar nicht mal so sehr den Fokus nur auf die Geschwindigkeit setzt sondern vielleicht dass du auch sagst hey du willst auch mal Routen ausprobieren oder andere Möglichkeiten ausprobieren dann nimm dir da ruhig die Zeit und du hast ja immer die Möglichkeit zu speichern du hast sogar jetzt hier nochmal die Möglichkeit vor unserer Lorefahrt hier oben da gibt es auch nochmal eine Schreibmaschine da nochmal dran zu gehen und da ruhig auch nochmal zu speichern brauchen wir jetzt hier an der Stelle aber nicht unbedingt denn es ist so dass wir hier relativ schnell ja und gut durchkommen wir werden hier relativ wenig Schaden nehmen die Fahrt ist an und für sich nicht schwer es ist auch von dem wie die Gegner erscheinen immer das gleiche also von daher macht ihr da keine Gedanken so jetzt geht es auch schon ab die wilde Fahrt und das fand ich auch mit so einem richtig coolen Part im Game hat echt Spaß gemacht ich weiß nicht warum es hat mich irgendwie ja früher an Donkey Kong erinnert keine Ahnung auf dem Super Nintendo war ganz cool ja und hier hinten jetzt die Scheibe umlegen wir müssen hier natürlich die Weiche stellen und immer versuchen diesen ganzen Gegnern natürlich Herr zu werden und auch ja die Barrikaden also diese Holzhindernisse zu zerschießen hier die ganzen Gegner abzuschießen das funktioniert mal gut mal besser mal ein bisschen weniger gut macht dir nicht zu viel Stress da klar du musst natürlich auch immer im Auge behalten dass die Lore bei dem ganzen Kram hier nicht kaputt geht aber ich glaube wenn du das ein paar mal gemacht hast dann sollte das ja relativ easy sein also wie gesagt ich habe das jetzt ja auch nur in den paar Durchgängen die wir im Vorfeld gemacht haben sprich beim Sammelguide beim Messer und Pistolenrun und beim Profi Run mit dem Raketenwerfer gemacht und die paar Male die reichen eigentlich schon aus um ungefähr zu wissen wann wie wo die Gegner kommen auch hier hast du zum Beispiel nochmal die Möglichkeit die Fässer zu zerstören und die Schüsse sitzen eigentlich relativ gut mit der Red 9 es ist halt so du musst einen Moment mitwarten manchmal bis es dann wirklich so richtig fokussiert hat das siehst du halt indem das Fadenkreuz so zusammen geht aber das funktioniert relativ schnell also es geht wirklich teilweise echt schnell und von daher kann das auch echt gut sitzen und du siehst dann hier die Gegner da zu machen ist nicht es ist nicht so schwer es ist nicht so schwer es gibt wirklich wesentlich schwerere Passagen im kompletten Game ja und damit haben wir die erste Lorefahrt dann auch schon hinter uns gebracht und kommen jetzt hier am Zwischenhalt an dieser Station nochmal an und in der Station selber da gibt es jetzt auch gleich wieder einen kleinen Schatz den solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen kannst natürlich auch wieder gut beim Händler verkaufen und da warten aber natürlich auch noch ein paar Gegner jetzt auf uns also so ganz geschenkt bekommen wir das natürlich jetzt alles nicht sondern wir müssen halt schon ein bisschen was dafür tun aber das ist alles überschaubar da musst du dir auf jeden Fall keinen Stress machen hier jetzt erstmal den Typen gekillt da drin wirft einer mit Dynamit die werfen das natürlich auch immer so genial dass sie sich eigentlich schon fast selber bei der ganzen Nummer killen und hier ihn mit der Mistgabel den haben wir scheinbar überhaupt nicht getroffen er hat es nämlich dann hinbekommen uns hier nochmal zu attackieren aber relativ leicht das Spiel haben wir da ja nehmen hier noch die Peseten mit und hier hinten in der Ecke da haben wir auch noch den Schatz in dem Fall wieder eine Weinkanne ja hier gibt es auch noch ein rotes Kraut nehmen wir natürlich auch mit hier oben gibt es noch ein Fass das zerschießen wir noch da bekommen wir was bekommen wir hier auch nochmal ein bisschen MP-Munition ja und dann sind wir auch schon bei der zweiten Fahrt angekommen und die wird nicht wesentlich schwieriger aber wir müssen teilweise anders auf die Gegner halt wieder eingehen wirst du wahrscheinlich auch alles schon gemacht haben von daher weißt du auch ja ist halt einfach nur ein bisschen eine andere Form von der Herausforderung aber auch alles nichts wahnsinnig wildes oder wahnsinnig schweres ja und da geht's und da geht's auch schon los die wilde Fahrt lassen uns jetzt hier mit der Lore den Weg weiterfahren hier jumpen wir rüber und da sehen wir auch schon da ist der Typ mit der Kettensegel und erst mal kümmern wir uns hier um die die haben wir schnell ausgeschaltet kannst du natürlich auch hier mit dem Fass zum Beispiel machen wenn das nicht funktioniert ist nicht so schlimm hier das kann mal ein bisschen besser ein bisschen weniger gut sitzen das war jetzt noch relativ gut hier natürlich immer aufpassen dass wir bei den Kurven irgendwie natürlich uns auch in die Richtung lehnen wie das Ganze dann ja von den Schienen her geht also quasi die Rechtskurve nach rechts lehnen Achtung hier gibt's jetzt nochmal Brette und zwar da sind sie zack hier Linkskurve da hat's uns was rausgehauen und ja einfach halt aufpassen dass wir so ein bisschen den Richtung entgegen wirken ja da oben da ist was ich hab das noch nie im Leben getroffen ohne Mist ich hab's schon so oft versucht aber ich hab das noch nie getroffen ich weiß nicht was was sich inwiefern dann später verändert also wahrscheinlich kommen dann irgendwo ein paar Gegner nicht aber ich hab's tatsächlich noch nie hinbekommen aber ja ist an für sich erstmal nicht so schlimm ja hier jetzt aufpassen hier gibt's jetzt das erste mal die Begegnung mit dem Typen mit der Kettensäge und du wirst gleich sehen ich hab hier einen Fehler gemacht und zwar ich hab die zwei jetzt relativ gut abgeschossen aber ich hab jetzt hier gleich irgendwo zu spät nachgeladen hier hat's jetzt noch gepasst aber du wirst gleich sehen der Typ mit der Kettensäge der wird uns jetzt hier nochmal bekommen und hier hab ich auch wieder nachgeladen aber irgendwo gab's vielleicht einen kleinen Fehler noch fünf Schuss so und hier scheinbar hier hab ich jetzt nicht nachgeladen genau das war zu spät da hätte ich viel früher schon nachladen müssen und da hast du gesehen da hat uns der Typ mit der Kettensäge natürlich erwischt aber wir sind dabei noch nicht komplett drauf gegangen und das war dann auch das letzte Mal dass wir den hier noch gesehen haben und dann kommen wir jetzt hier auch gleich schon fast am Ende an müssen jetzt hier noch die Weiche umstellen das dürfen wir auf keinen Fall vergessen ansonsten ja ist die Reise hier schneller zu Ende als uns lieb ist und die Lore sieht schon ordentlich mitgenommen aus aber keine Angst wir haben jetzt hier den Part hinter uns gebracht haben die Fahrt hinter uns gebracht und uns kann jetzt hier an der Stelle eigentlich schon nichts mehr passieren ja überspringen das Ganze jetzt hier und hier hast du die Möglichkeit auch wieder zu speichern würde ich dir auch empfehlen das jetzt hier einfach mal mitzunehmen denn das war jetzt ein relativ langer Abschnitt und wenn du halt jetzt irgendwie hier aus irgendeinem Umstand drauf gehst musst du die komplette Lorefahrt nochmal machen und das will ich dir halt einfach nur ersparen und deshalb nehmen da an der Stelle einfach das Savegame halt mit ja hier runter springen und wir müssen natürlich immer weiter ins Rabbit Hole und ja so ist das halt auch hier warten natürlich jetzt wieder ein paar der ganz besonderes tollen Gegner auf uns und zwar hier wieder die Krabbelfiecher allein schon wie die explodieren also ich kann denen echt nichts abgewinnen so dann hier das gelbe Kraut das kombinieren wir direkt mal da oben haben wir was perfekt ja und das können wir natürlich alles wieder benutzen und haben dann auch wieder ein bisschen mehr Lebensenergie noch dazu bekommen so hier musst du ein bisschen aufpassen wie wir da laufen hier kannst du zum Beispiel dann auch das Fass zerschießen was dann hier zum Beispiel diese Typen so ein bisschen noch ja dadurch auch ja beschädigt beziehungsweise getroffen und ja wir gehen hier weiter hier gibt es noch ein paar von den Fässern aufpassen hier können immer mal welche kommen da ist wieder einer Louis kümmert sich zwar teilweise ganz gut schon um die aber manchmal da rennt er die auch einfach nur ins Schussfeld und ja aber immer noch besser als Ashley tut mir echt leid als Begleitung ist wirklich so ja und hier jetzt nehmen wir noch das Goldplättchen mit bringt uns auch wieder was beim Händler hier unten gibt es nochmal zwei Kisten die zerballern wir auch wieder und dann hier den machen wir auch noch platt ja und dann kannst du dich jetzt gleich hier draußen zum Beispiel mit denen beschäftigen da sind auch noch ein paar dazugekommen kannst aber auch relativ schnell so den ein oder anderen hier erstmal abballern fällt dann nach unten den hier noch abknallen und hinter uns sind dann irgendwie noch ein paar neue gespawnt aber die ignorieren wir an der Stelle einfach mal und gehen dann einfach nur hier nach draußen und dann da auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite bist ja dann sind wir jetzt hier wie gesagt natürlich auch beim Händler und hier hast du die Möglichkeit natürlich auch das ein oder andere wieder zu verkaufen das würde ich dir auch empfehlen und ich würde hier an deiner Stelle natürlich auch das ein oder andere vielleicht noch mal verbessern also wenn du jetzt zum Beispiel das ewige Messer ja dabei hast dann repariere es zum Beispiel oder verbessere es vielleicht auch noch mal in der Angriffskraft denn wir werden gleich unseren Fight gegen Krause haben und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen dass wir da relativ gut durchkommen dass es uns nicht zu schwer macht dafür kannst du jetzt hier zum Beispiel natürlich auch noch mal so eine Kanne verbessern kannst sie wieder verkaufen kannst du mal vom ewigen Messer die Angriffskraft jetzt hier auf 0,9 noch mal zu verbessern ich habe das jetzt halt einfach gemacht oder hier sogar noch mal auf 1 die letzten 50.000 die haben dann gefehlt aber das ist auf jeden Fall ja ich denke nicht schlecht du musst hier nicht unbedingt dafür sorgen dass du das ewige Messer jetzt auch nochmal mit einem Spezial Upgrade Ticket ja unzerstörbar machst das brauchst du wirklich nicht unbedingt wenn du natürlich genug Spinell hast und genug ja und auch genug Peseten bei dir hast dann kannst du das gerne machen aber du brauchst das wirklich an der Stelle nicht das überspringen wir jetzt hier einfach und dann sind wir auch im Fight mit Krauser ja und hier müssen wir jetzt einfach nur aufpassen dass wir natürlich hier einigermaßen gut gegen ihn fighten endparieren natürlich auch und ja natürlich auch hier immer mal wieder so ein bisschen auf ihn drauf ich habe hier versucht natürlich auch immer diese stechenden also gar nicht so diese schlagende Bewegung zu machen sondern wirklich hier mit L2 anvisieren und dann mit R2 wirklich auch dieses zustechen hab das Gefühl dadurch kriegt er noch mal ein bisschen mehr Damage hier dieses Freikämpfen relativ schnell ausführen dadurch verlierst du dann wenig bis gar kein Leben und ja dann hier einfach parieren so gut es geht und dann auch hier wieder so ein Nahkampf Angriff und dann brauche auch gar nicht so viel also es geht eigentlich es ist wenn du zum Beispiel No Hitrun machen willst dann ist das natürlich schon so ein Part der kann da ordentlich Nerven kosten denn gerade solche Momente jetzt wo er dich dann auch so was ja das ist halt schon heftig kriegst du halt instant auch Schaden aber ja muss man halt auch einfach mal probiert haben wie gesagt es geht auf jeden Fall du kannst einen No Hitrun auch machen aber das ist ja zum Glück heute nicht unsere Mission hier an der Stelle und wir heilen uns hier zwischendrin natürlich auch mal ja und dann ist er hier auch schon besiegt zumindest für den Moment und wir haben auch auch sogar mit einer neuen Bestzeit 22 Minuten ja nice ja wir sind jetzt hier gleich im Kapitel Nummer 12 angekommen wir sind jetzt bei 3 Stunden und 17 Minuten sehr gut soweit solltest ungefähr auch so liegen auch wenn du jetzt bei 3 Stunden und 30 liegen solltest schon ist nicht so schlimm mach dir keine Gedanken du hast noch 2 Stunden Zeit um jetzt wirklich vom Kapitel 12 bis auf jeden Fall ja wir sind jetzt hier natürlich noch an der Kampfstätte mit Krauser und nehmen hier noch die ein oder anderen Kräuter mit und fahren dann als nächstes mit dem Fahrstuhl nach oben so und jetzt gibt es die kleine Besonderheit wir haben ja diesen speziellen Würfel mitgenommen der uns schon ermöglicht hat an das ein oder andere dran zu kommen den einen oder anderen Schatz noch zu bekommen du erinnerst dich beim Händler an der großen Halle dort haben wir dann auch mit diesem Schlüssel uns ja noch einen Schatz holen können und jetzt ist es so wenn wir zum Beispiel im Uhrenturm gegen Ramon kämpfen wollen dann können wir uns einen kleinen Trick zur Hilfe nehmen es ist kein Cheaten es ist auch kein Glitschen oder sonst was sondern wir können und so ist es auch von den Entwicklern einsetzen und dadurch verliert er schon mal 70 Prozent seiner Energie dafür müssen wir allerdings jetzt hier nachdem wir quasi an der Gondel angekommen sind zum Uhrenturm nochmal zurück hier in den Thronsaal und vom Thronsaal müssen wir jetzt hier wieder in die Halle von Ramon Salazar hier erinnerst du dich hier hatten wir diese zwei blinden Gegner gehabt die uns da mit den Einhorn Schlüsseln ordentlich Nerven haben die wir aber relativ gut hinbekommen haben und hier kommen natürlich auch wieder Gegner hier schnell Blendgranaten reinwerfen das ist wirklich so ein sehr gutes Mittel wie du relativ schnell auch hier durchkommst ja und dann kannst du halt hier auch noch den ein oder anderen abknallen dass die noch ein bisschen was droppen aber hauptsächlich geht es jetzt hier erstmal darum schnell da durch zu kommen denn wir müssen in den Raum in dem Ramon Salazar sitzt und oder gesessen hat und dort haben wir dann die Möglichkeit nämlich uns das goldene Ei zu holen aber dafür brauchen wir diesen speziellen Schlüssel und ja das zeige ich dir jetzt gleich hier hinten da gehen wir rein möglicherweise kennst du das natürlich auch schon und hier sind wir jetzt in dem Raum hier gibt es auch nochmal die Möglichkeit dass du das ein oder andere mitnimmst hier noch mal ein bisschen Pistolen Munition und hier oben da rennt auch ein Huhn rum und hier hast du dann die Möglichkeit wenn du hier den Schlüssel eingesetzt hast dass du dann dort das goldene Ei bekommst das ist das zweite goldene Ei das du im Spiel bekommen kannst mehr kannst du im Game glaube ich nicht erhalten eins haben wir verkauft um einen Auftrag für den Händler abzuschließen und das andere haben wir jetzt hier für Ramon mitgenommen hier gibt es ein Bild von Ramon da oben rechts wenn du das mit einem Ei abwirfst und da kannst du theoretisch auch das goldene Ei nehmen und ich weiß ich habe hier einen Guide auf dem Kanal in dem ich der Move mit dem verschwenden von dem goldenen Ei am Gemälde absolut banane und deshalb verschwende das nicht an der Stelle du kannst natürlich dort warten du hast gesehen da sind noch zwei Hühner bis dort auch wieder Eier gespawnt sind oder Eier gelegt wurden von denen und dann hast du da auch ganz schnell die Möglichkeit auch diesen Auftrag noch abzuschließen indem du dann eines dieser normalen Hühnereier auf das Gemälde von Ramon Salazar wirfst so jetzt hier beschäftigen wir uns gar nicht weiter mit den Gegenden großartig einfach hier durch wir wollen jetzt zum Glockenturm und wir wollen hier wirklich die Burg hinter uns bringen und hier auch noch mal ein Gefäß einfach abballern hier drüben da kannst du noch mal speichern hier beim Händler kannst du noch mal was verbessern wenn du willst ja und dann sind wir jetzt auch hier schon auf dem weg in den Glockenturm und der Glockenturm macht auch vor allem jetzt mit der Chicago Sweeper ordentlich Spaß ja und da sind wir auch da können jetzt hier aussteigen und hier kannst du auch noch das ein oder andere gleich einsammeln hier drüben gibt es auch noch mal so eine Vase gibt es vielleicht auch noch mal was für dich was ganz gut ist was du gebrauchen kannst und wie gesagt dieses goldene Ei das ist halt echt ultra wichtig nicht essen auch wenn du jetzt hier irgendwie verwundet wirst oder sowas ja und das deine letzte Möglichkeit sein sollte dich irgendwie noch zu heilen ganz ehrlich lad lieber irgendwie ein altes save game und versuch es dann nochmal neu mit dem goldenen Ei ohne dieses wirklich essen zu müssen denn das ist einfach das ist der Game Changer im Kampf gegen Ramon Salazar ja hier jetzt auch noch ein paar Gegner da kannst du versuchen denen so gut es geht aus dem Weg zu gehen der eine musste uns natürlich jetzt hier greifen klar in der Gruppe sind die alle stark und der natürlich auch nochmal mit der Keule auf uns drauf hier don't eat the golden snow the golden egg don't eat the golden egg yellow snow das war was anderes aber auch den solltest du nicht essen und ja jetzt hier auf jeden Fall so schnell wie möglich nach oben durch hier die Fässer auch nochmal öffnen und dann gibt es hier noch die Möglichkeit wie du komplett diesen Weg diesen Pfad aus dem Weg gehst dass der Kopf Feuer spuckt und zwar einfach dieses Fass im Feuer zerballern dann hier nochmal so ein natürlich hier noch so ein blöder Pfeil erwischt aber das wird uns alles nicht aufhalten so viel kann ich dir schon mal verraten und wir rennen jetzt hier einfach durch da versucht auch wieder einer mit einer Axt uns irgendwie gefährlich zu werden aber wir sind teilweise wie Rambo wir können mit unserem Maschinengewehr Bäume fällen oder war das oder war das Arnie ich weiß gar nicht mehr in irgendein Film hat es doch mal und ich glaube beim Mythbusters wollten die das mal nachstellen dass man dann probiert hat ob man wirklich oder war das Galileo war bestimmt Galileo Mystery wo man dann nachgestellt hat ob man mit einem Maschinengewehr wirklich auch Bäume fällen kann ja so viel nur am Rande weil sie ja kein Wissen was wir fürs Game brauchen aufpassen natürlich jetzt hier da kommen die Kugeln von oben herunter und das war richtig knapp aber du hast gesehen ja nichts Schlimmes passiert zum Glück und hier einfach weiter auf die Gegner drauf halten und der der hat wirklich der hat irgendwie die Tempelflitzer angehabt hier der war richtig schnell unterwegs so da kam die nächste Kugel das bedeutet unser Signal dass wir uns hier weiter nach oben begeben können Achtung die können instant natürlich schießen die wissen immer direkt wann du dann um die Ecke kommst und die Pfeile die die absenden die treffen dann auch immer direkt also von daher ja hier jetzt auf jeden Fall erstmal bevor du den lootest zieh ruhig 2-3 mal an dem Hebel denn hier kommen jetzt gleich von unten weitere Gegner da siehst du sie auch schon und die halten wir uns natürlich hier am besten vom Leib indem wir dann selber zu dem Dude werden der hier die ganze Zeit den Hebel bewegt hat und versucht hat hier wirklich das Abräumkommando zu spielen hier kannst du dir ruhig auch nochmal die Mühe machen und nochmal hier runter laufen oben spawnt kein Gegner also es dürfen jetzt keine Kugeln von oben erneut irgendwie nochmal runterkommen und hier hast du halt wirklich jetzt ordentlich viel Kram den du einsammeln kannst und außerdem gibt es hier oben auch noch einen Schatz da oben hängt er den kannst du auch noch mitnehmen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt also jetzt auch hier den Alexandrit nochmal mitzunehmen in Kombination zum Beispiel mit so einer goldenen Krone da bringen die ja ordentlich was und ja lohnt sich auf jeden Fall und solltest du hier auf keinen Fall verpassen solltest du auf keinen Fall verpassen nimm den ganzen Stuff mit nimm dir da ruhig die Zeit wenn du sagst du bist jetzt hier schon irgendwie keine Ahnung bei wie vielen Minuten länger als ich dir das jetzt hier zeige dann musst du das nicht unbedingt mitnehmen aber ja es ist auf jeden Fall ein ja ein gutes ein guter Puffer nochmal den du deinem Portemonnaie dann gönnst du siehst jetzt hier wir sind schon bei ja bei knapp 43.000 Peseten und das bringt doch schon ordentlich was da haben wir sie jetzt die 43.000 ja und dann können wir auch jetzt hier die Fahrt nach oben beginnen und ja hier können wir natürlich noch mal ein bisschen Heilung nehmen das können natürlich jetzt auch Gegner auf den Fahrstuhl wieder drauf fallen und hier aufpassen ähm denkt dran hier unten spawnt ein Typ der wieder ähm die die Las Plagas beschwört also ähm deshalb einfach aufpassen den killen da aufs Fass schießen dann haben wir die auch schon mal weg und dann kommen jetzt hier gleich zwei Gegner die laufen hier nach oben da sind sie auch schon die können wir abknallen und da kommt normalerweise einer aus der Tür und den haben wir da jetzt noch nicht direkt erwischt aber dann nehmen wir uns halt hier vor und haben den auch gekillt da ist auch wieder einer da kommt schon der nächste ja mit der Chicago Sweeper siehst du natürlich da macht das auch ordentlich Bock hier sich einfach mal mit den ganzen mit den ganzen äh Typen da anzulegen da springt tatsächlich mal einer bei uns auf dem Fahrstuhl würde jetzt ähm dazu führen wenn du die Trophy jetzt hier freischalten willst ähm in der der Fahrstuhl nicht stehen bleiben darf dass es natürlich damit dann gescheitert wäre aber ich glaube das hast du wahrscheinlich schon in einem anderen Lauf zum Beispiel nur mit dem Raketenwerfer oder so da wirst du das schon geholt haben da bin ich mir ziemlich sicher ja hier gibt es den nächsten der hier auch wieder was beschwören kann auch den killen wir schon und dann gibt es hier ganz oben einen mit ähm dem Schild und auf den ballern wir auch drauf dann kommt hier der nächste irgendwo links da genau da wusste ich schon da kommt jetzt wieder einer runter gesegelt ist aber auch nicht schlimm und dann haben wir hier ja fast die Fahrt geschafft die haben im Prinzip keine Chance gegen uns auch wenn sie hier wirklich in Massen auftauchen aber wir sind einfach wirklich mit der Chicago Sweeper so eine Übermacht geworden jetzt auch auf Stufe 4 bereits in der Angriffskraft und das ist halt schon echt heftig da kam irgendwo der Pfeil aus dem nirgendwo soll uns egal sein wir sind wirklich die Maschine wir halten hier einfach durch halten einfach drauf und haben dann auch den Fahrstuhl im Uhrenturm hinter uns gebracht perfekt ja wirklich ein cooles Kapitel an sich ist noch nicht ganz vorbei das wichtigste kommt natürlich noch aber du wirst sehen es wird so schnell wie es angefangen hat wird es auch wieder vorbei sein macht ihr da überhaupt keine Gedanken es ist wirklich ganz ganz schnell vorbei hier noch den Schatz abschießen so dass wir den gleich im Rüberlaufen auch mitnehmen können und hier nicht stehen bleiben nicht rennen aber auch nicht stehen bleiben würdest du rennen würde das Gerüst unter dir zusammenfallen hier den gelben Diamanten noch mitnehmen hier auch einfach wieder ganz langsam rüber und dann kannst du hier sobald du drüben angekommen bist sich um die drei Idioten kümmern die drei von der Tankstelle und dann hast du wenn du die platt hast hier auch nochmal die Möglichkeit dir ruhig schon mal die Peseten von denen noch mitzunehmen falls du jetzt hier was beim Händler verbessern willst dann können das vielleicht die letzten 300 Peseten sein die dir bisher vielleicht gefehlt haben hier das gelbe Kraut mitnehmen hier gibt es auch nochmal ein grünes Kraut in der Kiste und hier oben gibt es nochmal zwei von den Fässern die auch noch zerstören ja da ist natürlich auch nochmal ein Erste-Hilfe-Spray drin sehr nice und dann auf jeden Fall hier speichern ganz wichtig ganz ganz wichtig speicher hier an der Stelle vergesst das nicht denn das ist jetzt mit ultra wichtig denn wir werden gleich das Ei einsetzen so viel habe ich ja schon verraten aber ich habe festgestellt das kann manchmal in die Hose gehen du kannst Ramon treffen aber es zählt nicht so dass er wirklich die 70% verliert und das wollen wir wir wollen ja jetzt wirklich den Kampf relativ easy und schnell hinter uns bringen deshalb hier auch wieder so ein paar Sachen verkaufen Pistolen-Munition MP-Munition und so weiter und so fort brauchen wir alles nicht nur nicht vergessen kaufe auf keinen Fall das goldene Ei ess auf keinen Fall das goldene Ei behalt dir das falls du hier irgendwas verbessern möchtest und dir noch was fehlt du hast gesehen du hast wahrscheinlich genug Spinell bei dir und kannst dir die ein oder andere oder den ein oder anderen Schatz kaufen vielleicht auch den ein oder anderen Edelstein kaufen mit dem du dann einen Schatz pimpen kannst und dann kannst du dir wahrscheinlich auch ganz ganz leicht da irgendwie noch eine Verbesserung holen hier rüsten wir das goldene Ei jetzt an der Stelle auch direkt schon aus nicht essen wie gesagt ich sag's extra nochmal nicht essen nicht benutzen nur ausrüsten und dann musst du hier nur kurz warten bis Ramon soweit vorkommt und dann du hast gesehen ich war ein bisschen weiter rechts von ihm eigentlich hab es geworfen und nur dadurch hat es ihn auch wirklich getroffen also keine Ahnung was Leon hier an der Stelle für ein Ziel was er getrunken hat aber wenn du dann anschließend einfach nur noch mit der Chicago Sweeper drauf hältst dann hast du Ramon Salazar relativ schnell erledigt bekommst hier noch seinen Lippenbalsam oder was er da gedroppt hat und dann hast du diesen Part hinter dir du hast gesehen wirklich also das goldene Ei das ist der Game Changer an der Stelle du solltest das auf jeden Fall mitnehmen wenn du das nicht hast dann kann der Kampf halt einfach relativ nervig werden weil Ramon immer wieder von da nach da springt und ja diese komischen Teile rausspuckt und so weiter du wirst den Kampf sicherlich wenn du zum Beispiel den Messer und Pistolenrun gemacht hast schon erledigt haben und dann wirst du auch wissen ja genau was die Parts sind in denen Ramon einfach dann auch Pain in the Ass sein kann genau damit haben wir das aber relativ schnell abgehandelt wir sehen jetzt hier Krauser wie er zusammen mit Ashley von der Burg aus zur Insel flieht und dort machen wir uns natürlich jetzt auch auf den Weg und ja dann haben wir auch das Kapitel gleich hinter uns Achtung hier an der Stelle dort findest du jetzt hier aber nur im ja im Spielmodus Veteran oder Profi nochmal zwei von den Rittern beziehungsweise hier das war jetzt die Nummer 1 und du siehst relativ schnell haben wir den platt gemacht überhaupt kein Problem an der Stelle hier hinten gibt es nochmal ein Fass auch er hat jetzt hier wieder ein Spinel gedroppt sehr nice und ja dann gehst du jetzt hier hinten um die Ecke und Achtung hier gibt es dann die Nummer 2 und auch den machst du einfach relativ schnell platt und dann hast du jetzt auch wirklich den letzten Gegner hier im Kapitel Nummer 12 erledigen können denk dran auch er hat nochmal ein Spinel den er hier fallen lässt kriegst du noch eine schwere Granate hier in der Kiste oder haben wir jetzt hier bekommen ich hoffe du bekommst die an der Stelle auch hier links gibt es auch nochmal ein Fass oder so eine Kiste kannst du mal draufschießen kannst gucken lohnt sich auf jeden Fall hier mal hinzugehen wenn das jetzt zum Beispiel keine Ahnung nur gelb gewesen wäre du hast gesagt du hast genug Peseten dann hättest du da nicht hingehen müssen ja und damit haben wir das Ganze auch abgeschlossen du siehst das war relativ easy jetzt 15 Minuten haben wir für das Kapitel gebraucht die Genauigkeit ist nicht wahnsinnig hoch aber 58 Gegner haben wir gekillt wir haben jetzt 3 Stunden 32 auf der Uhr stehen ich hoffe so sieht es bei dir auch aus speichern hier natürlich nochmal und ich mache jetzt eine kleine Pause und dann machen wir gleich weiter im Kapitel Nummer 13 damit sind wir dann auch im letzten Part angekommen und zwar auf der Insel und das fängt an mit Kapitel Nummer 13 hier gibt es auch wieder eine Zwischensequenz die überspringen wir und hier gibt es natürlich auch wieder eine Menge Möglichkeiten die man wirklich das ein oder andere relativ schnell auch hinter sich bringen kann das werde ich dir natürlich auch hier wieder Step by Step alles zeigen mach dir da keine Gedanken dir wird nichts entgehen und wir sind weiter wirklich in einer guten Zeit unterwegs wir sind wirklich weiter auf einem richtig guten Kurs und wie gesagt ich werde nichts beschleunigen ich werde nichts rausschneiden du wirst alles sehen und es wird für dich auch denke ich ganz ganz leicht sein hier mitzukommen und wie gesagt auch wenn es ein oder andere vielleicht manchmal ein bisschen umständlich für dich wirkt oder vielleicht auch du sagst das könnte viel viel schneller gehen ja auf jeden Fall das ist so aber wie gesagt das ist hier wirklich ein Step by Step Guide in dem wir wirklich hier alles so gut es geht durchbekommen ja du hast jetzt gesehen hier den einen haben wir gemessert und was ein bisschen doof ist wenn der Alarm hier ausgelöst wird und die Zwischensequenz kommt fällst du automatisch zum Beispiel von der Leiter runter ist ein bisschen blöd soll uns aber auch hier nicht aufhalten wir machen uns das natürlich trotzdem so gut es geht hier ja oder legen uns das so gut es geht natürlich alles zurecht und müssen hier nur aufpassen hier gibt es jetzt gleich den Gegner mit der Schweinsmaske der kommt von hier oben da ist er auch schon und du musst den nicht unbedingt killen aber wenn du den hier wirklich auch noch zerlegst dann bekommst du hier noch einen Alexandrit und das ist natürlich auch mit ganz gut und dadurch dass er jetzt eh schon hier unten war haben wir den einfach noch einen Kopf kürzer gemacht der muss nicht immer dort unten an der Stelle sein der Part hier der kann wirklich manchmal so unterschiedlich ablaufen das kann manchmal so anders abgehen manchmal taucht er dort gar nicht auf manchmal steht er dann hier oben ja das ist halt wirklich muss ich auf die Situation natürlich ein bisschen anpassen aber ich denke das wird dir nicht schwerfallen dann hast du gesehen nachdem wir diese beiden Geschütze da umgelegt haben oder umgestellt haben sind wir auch ganz ganz easy und ganz schnell da durchgekommen ja hier die Gegner auf jeden Fall platt machen er schießt die manchmal kann das auch sein dass wenn du jetzt hier zum Beispiel durchgehst und du hast den Typen mit der Schweinsmaske im vorigen Bereich nicht gekillt dass du dann hier an der Stelle von ihm verfolgt wirst da musst du einfach nur aufpassen dass er dir natürlich nicht in den Rücken fällt ja und dann kannst du hier nochmal den Signature Move raushauen und hast dann hier wirklich auch ganz cool die ganzen Gegner gekillt ja wir klettern weiter hier nach oben und hier kannst du dann jetzt zum Beispiel natürlich auch den ein oder anderen noch killen musst du nicht unbedingt du kannst die hier auch komplett alle ignorieren ich habe das an der Stelle nur deshalb gemacht weil wir hier natürlich auch die Möglichkeit haben nochmal ein bisschen was zu bekommen du siehst nochmal 800 PZ jetzt in meinem Fall nochmal ein bisschen Munition ist halt ganz cool alle Stuff den wir gebrauchen können um vielleicht noch das ein oder andere zu verbessern dann gibt es jetzt hier den Typ mit dem Raketenwerfer und wenn du hier wirklich direkt nach der Zwischensequenz einfach hier rüber rennst kannst du hier einfach drüber springen auch hier kannst du dann weiter geradeaus laufen hier oben schießt auf das Fass dadurch werden die kurz so ein bisschen betäubt und dann sollte das auf jeden Fall für dich auch so auf dem Weg und in etwa funktionieren wie ich es dir jetzt hier gezeigt habe und dann bist du auch relativ schnell durch den Bereich gerade eben durch da oben der will hier noch hinterher aber der wird nicht weiter kommen der ist wirklich nur auf den Bereich begrenzt in dem wir gerade eben durch sind ja und dann können wir hier direkt links eigentlich gehen aber wir suchen hier unten nochmal ein bisschen die Challenge mit den drei Idioten die hier dann rumlaufen denn da gibt es dann auch wieder die Möglichkeit nochmal eine elegante Krone mitzunehmen und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen beziehungsweise es sind nicht nur drei Gegner sondern es sind sogar vier Stück ja das empfehle ich dir auf jeden Fall denn mit den mit der eleganten Krone hast du halt einfach schneller die Möglichkeit nochmal das ein oder andere vielleicht gleich zu verbessern ja wie gesagt den hier mit dem Raketenwerfer den killst du auch schnell und dann gibt es hier hinten auch schon die Schatztruhe die nimmst du mit und dann hast du hier auch die elegante Krone ja herzlichen Glückwunsch wie gesagt das ist die zweite elegante Krone die du im Game bekommen kannst die du auf jeden Fall natürlich auch mitnehmen solltest damit du halt das ein oder andere noch verbessern kannst nochmals beim Entler kaufen kannst und ja bringt dir sicherlich noch einen Vorteil also es lohnt sich auf jeden Fall hier unten vorbeizugehen und du siehst auch jetzt wir haben hier schon wieder knapp 100.000 Peseten auf unserem Konto also auf jeden Fall relativ gut hier hinten gibt es C4 schießt das ab dann kommst du hier rein und hier drin hier ist nochmal ein Koffer da ist nochmal ein Seidenkristall drin den nimmst du am besten auch noch mit dann gibt es hier glaube ich nochmal irgendwo eine Kiste oder so ja schau dich da einfach in Ruhe um und dann hier nach oben gehen und dann den Typen ruhig abschießen das C4 explodiert jetzt hier an der Stelle alles gut dadurch haben wir jetzt durch diesen ganzen Krach hier auch die zwei Typen geweckt die hier in dem Kontrollraum stehen auch die ballern wir einfach nur über den Haufen und dann hast du hier hinten auch den Hebel freigelegt du kannst auch auf einem anderen Weg hier durchkommen kannst da eher so ein bisschen schleichen aber dadurch dass wir die Chicago Sweeper dabei haben und die Gegner relativ schnell auch wirklich hier besiegen können lohnt sich das einfach hier wirklich auch ja die auf dem Weg platt zu machen damit haben wir unten die Tür geöffnet und gehen jetzt hier einfach nur direkt in den nächsten Raum da ist auch die Kiste die wir gerade eben noch gesucht haben und hier im nächsten Raum sehen wir dann auch schon hier wo Ashley eingesperrt ist das Ganze überspringen wir natürlich an der Stelle und wenn wir jetzt auch hier von springen sprechen springen wir direkt nach unten und hier gibt es auch wieder so einen mit einer das ist keine Schweinsmaske das ist wieder so eine Ochsenmaske und auch den relativ schnell einfach über den Haufen ballern und dann bekommst du hier auch nochmal ein Seidenkristall von ihm und kannst dann direkt weiter du kannst die theoretisch auch ignorieren aber in dem Fall ja das war fast genauso schnell wie wenn du einfach da vorbei gerusht wärst also von daher alles cool dann den hier einfach nur platt ballern da haben wir dann auch nochmal Pistolenmunition hier können wir ruhig mal mit dem Messer ein bisschen nachhelfen dann kommt hier hinten nochmal einer mit dem Schocker auch den ballern wir über den Haufen und dann gibt es hier nochmal eine Kiste alles Zeug das wir mitnehmen können es lohnt sich wirklich hier ein bisschen sich die Zeit auch zu nehmen und hier wirklich den ganzen Kram noch einzusammeln den da hinten der ist relativ weit weg aber auch den erledigen wir jetzt hier auf dem Weg schnell und dann müssen wir aufpassen hier links in dem Raum da war auch noch einer irgendwo ne den haben wir schon aber da ist zumindest noch ein weitere ich hab gedacht Seidenkristall aber es ist jetzt hier Pistolenmunition gewesen ja nehmen wir natürlich trotzdem alles mit alles was wir tragen können nehmen wir natürlich mit und ja dann gibt es hier nochmal einen Spind auch da drin da befindet sich nochmal ein bisschen NP-Munition und da noch ein Fass ja alle Sachen die uns glücklich machen nehmen wir natürlich auf jeden Fall gern mit dann aufpassen hier gibt es noch so einen Mülleimer und darin befindet sich noch eine Handgranate da ist immer eine Handgranate drin von daher lohnt sich das auf jeden Fall hier für dich nochmal einen Stop einzulegen und dann aufpassen im nächsten Raum gibt es hier diesen diesen Ofen und daraus kommt ein Gegner der brennt und den auch einfach schnell platt machen und dann hast du hier auch deine Ruhe ja hier direkt links da gibt es noch einen Schrank den öffnen wir darin befindet sich noch eine Forelle die kannst du nehmen nehmen wir auch direkt die heilt uns nochmal ein bisschen und hier gibt es dann einen Händler hier kannst du natürlich auch nochmal speichern und hast dann da einfach nochmal einen zusätzlichen Checkpoint für dich ja jetzt kommen wir auch hier in den Bereich in dem gleich die Regeneratoren auf uns warten das erste Mal dass wir den Gegnertyp jetzt hier kennenlernen im Game und die können es doch ordentlich in sich haben wenn du wirklich jetzt hier irgendwie bei dem ganzen Part es geschafft hast noch genug Spinell einzusammeln um dann auch wirklich das ewige Messer über das Spezial-Upgrade-Ticket zu einem unzerstörbaren Messer werden zu lassen dann ist das natürlich umso besser denn mit einem Messer ist es tatsächlich relativ easy die zu killen aber wir werden das auch hier mit der Chicago Sweeper hinbekommen wird uns vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen nerven kosten aber du wirst sehen es wird trotzdem relativ easy funktionieren hier hinten ruhig nochmal schauen da gibt es glaube ich noch einen Edelstein genau ein roter Berill den nehmen wir natürlich noch mit und dann müssen wir hinten durch die Tür und hier aufpassen hier gibt es das Muster das du so einhalten musst das links musst du zweimal drücken dann das musst du auch zweimal drehen und das auch noch zweimal und dann hast du alle drei Knoten mit Strom versorgt und hast das System wieder hergestellt dadurch kommst du hier hinten in den Raum und bekommst die Schlüsselkarte von der Stufe 1 die brauchen wir natürlich und da hinten durch die Tür siehst du auch schon da haben wir nun einmal hier den ja den Regenerator freigelegt und das ist so der Worst Case wenn er wirklich hier unten am Boden liegt und dich auf diese Art und Weise anspringt dann hast du wenig Chancen hier tatsächlich durchzukommen hier ist es jetzt so wenn du jetzt mit der Chicago Sweeper hier die ganze Zeit drauf hältst dann bearbeitest du ihn einfach so dass er auch gar nicht aufstehen kann oder wird das bedeutet hier bietet es sich einfach manchmal an auch hinzugehen und vielleicht auch erst mal den Gegner irgendwie nochmal aufstehen zu lassen denn es ist wirklich so es ist manchmal nicht ganz easy nicht ganz so einfach wenn die am Boden sind dadurch dass die dann im Prinzip auf dem Bauch liegen und du nicht an diese ja an diese Punkte kommst die du halt erledigen musst um den Regenerator wirklich ausschalten zu können wenn du halt nicht da dran kommst dann ist es halt relativ schwer hier hat es jetzt funktioniert und ja wir nehmen jetzt hier hinten ich weiß gar nicht was hier drin ist ein Goldbarren ist hier glaube ich noch den nehmen wir auch noch mit und dann haben wir die Möglichkeit jetzt in den nächsten Raum zu gehen hier wollte ich auch nochmal nachladen wie gesagt manchmal mache ich dann diesen Signature Move an der Stelle und ja jetzt müssen wir natürlich erst den Stromkreis nochmal umlegen das dürfen wir nicht vergessen machen wir natürlich gehen hier unten nochmal an den Hebel dran und haben dann auch hier wieder das Ganze so umgeleitet dass in dem anderen Areal vom Gebäude dann der Strom fließt und dort können wir dann jetzt auch gleich die Schlüsselkarte von der Stufe 1 auf die Stufe 2 umschreiben wie gesagt gehen jetzt hier einfach in den Raum hinein und du kannst jetzt hingehen kannst zuerst hinten an den Automat rennen kannst das Ganze umschwellen also umschreiben lassen oder aber du nimmst dir jetzt hier diesen Sack vor dadurch ploppt jetzt hier dieser Regenerator raus und du fängst an ihn hier auf diese Art und Weise dann zu bearbeiten du siehst er hat jetzt hier so ein paar von diesen Knoten auf dem Rücken auch was natürlich sehr gut ist gerade wenn er die ganze Zeit auf dem Bauch liegt aber es ist trotzdem immer noch eine gewisse Herausforderung und nicht ganz so einfach wobei das jetzt hier doch relativ gut geklappt hat in dem Raum dort rechts da kannst du auch nochmal reinschauen da gibt es noch eine Waffe brauchen wir aber nicht können wir vernachlässigen können wir da liegen lassen und wir schauen lieber nach dass wir hier hinten das Stiefelmesser mal noch mitnehmen und dann hier an der Stelle natürlich auch die Karte umschreiben und eigentlich ist es so vom Spiel gewollt dass du natürlich erst hier hinter gehst die Karte umschreibst und in der Zwischenzeit fällt dann hier der Regenerator aus dem Sack und du hast dann ja im Prinzip deinen Spaß während die Karte umgeschrieben wird wir haben jetzt unseren Spaß auf diese Art und Weise können hier noch ein paar Dance Moves raushauen und ja auf dem Weg haben wir natürlich auch die Zeit ein bisschen überbrückt aber wie gesagt das sind natürlich so Feinheiten würde man jetzt in einem Speedrun natürlich nie so machen dass man hier erst den Dude killt und dann die Karte umschreiben lässt nein du würdest die Karte umschreiben sich um den Typen kümmern und direkt wieder raus nachdem du die Karte dann geholt hast kannst du es halt gut miteinander kombinieren ist jetzt nicht so schlimm dass wir das hier nicht gemacht haben ist kein Weltuntergang war jetzt einfach wirklich die sichere Art das Ganze hier anzugehen haben jetzt hier mit dem Stufe 2 Schlüssel die Tür öffnen können ja und begeben uns jetzt auf den Weg dann daraus eine Level 3 Karte zu machen hier eine schwere Granate die sollten wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen bedeutet wir können hier auch mal irgendwie zum Beispiel die Pistole jetzt an unsere Aufbewahrung schicken das ist überhaupt kein Problem denn das meiste was wir jetzt hier machen wird sowieso nicht mehr auf Distanz passieren also wir werden die Pistole eigentlich so gut wie gar nicht mehr brauchen du siehst relativ viel passiert jetzt hier nur noch mit vielen Gegnern und mit Gegnern die dir sehr nah sind in engen Räumen und auch hier da hat noch mal irgendwo einer rum gegrummelt hier noch das gelbe Kraut da ist er auch da hinten läuft er rum und auch den haben wir platt gemacht wie gesagt das gelbe Kraut noch mitnehmen das kannst du natürlich noch mal gut kombinieren hier drin gibt es auch noch mal ein bisschen MP Munition hier gibt es noch mal Schießpulver alles Kram den du richtig richtig gut gebrauchen kannst so und dann hier in dem nächsten Raum ist es so da ist so ein bisschen Glück spielt da mit rein denn du siehst jetzt hier gleich vier große Behälter in denen du jeweils einen Regenerator findest und in einem dieser vier Regeneratoren befindet sich der Schraubenschlüssel den du brauchst um den Automat hinten freizulegen indem du die Stufe 2 Karte in Stufe 3 Karte umschreiben kannst ich bin jetzt hier einfach hingegangen hab einfach den Erstbesten hier anvisiert hab den quasi dann gekillt und war halt einfach in der Hoffnung so ja da wird schon der Schraubenschlüssel drin liegen wir werden das schon auf dem Weg dann auch packen und ich meine an der Stelle hatte ich sogar wirklich Glück gehabt denn hier war dann auch direkt in ihm schon der Schraubenschlüssel drin genau da ist er auch falls das bei dir halt jetzt nicht der erste ist den du dir ausgesucht hast dann musst du das halt mit den anderen dann auch nochmal aufnehmen es ist nicht wahnsinnig tragisch wie gesagt mach dir da keine gedanken auch wenn du da hier jetzt irgendwie fünf minuten länger brauchen solltest das ist nicht wirklich schlimm ich denke du wirst hier auf jeden fall noch genug zeit haben wir haben jetzt noch nicht mehr ganz eine stunde vor uns bis wir das game abgeschlossen haben von daher mach dir keine gedanken du wirst das sicherlich ganz easy hinbekommen hier das visier das kannst du mitnehmen das kannst du dann zum beispiel auch verkaufen wichtig ist natürlich wie gesagt jetzt hier dass wir auf jeden fall die schlüsselkarte umschreiben wir stecken die jetzt ein jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen jetzt kommen natürlich hier wieder so ein paar gegner wir zerschießen hier nochmal diese diese fesse mal gucken was gibt es hier noch auch nochmal ein bisschen mp munition nichts was wir hier zu großartig gebrauchen können und dann warte ruhig bis die hier die tür reinkommen und bearbeite die dann wirklich nach und nach so wie die hier in den raum eintreten ist mit eine ganz gute taktik kann so funktionieren der ein oder andere wirft dann auch nochmal ein bisschen dynamit den hinten in den rücken also die sind auf jeden fall richtig gute kollegen scheint mir und auf jeden fall geht das ganze so du musst nur aufpassen die befreien natürlich auch den ein oder anderen regenerator du wirst jetzt sehen da kommt gleich hier eine in den raum hinein und ja der hat uns jetzt hier auch gleich nochmal hitten da war es auch schon und ja dann in dem moment sobald du die karte hast mach dir wirklich keine gedanken mehr um die ganzen gegner sondern verschwinde einfach so schnell es geht hier aus dem raum jetzt war das natürlich ein bisschen pech dass wir hier wieder einen abbekommen haben und dann hier einfach aus dem raum raus und direkt nach rechts ich habe früher in meinen speedruns beziehungsweise ja in meinen läufen in dem wir natürlich auch den speedrun mit messe und pistole gemacht haben oder den speedrun mit auf dem schwierigkeitsgrad profi nur mit dem raketenwerfer da bin ich hier nie lang gegangen ich bin den kompletten weg wieder zurück und damals hat im live stream Alex mir dann auch wie man kann direkt rechts laufen ja und so war es dann auch tatsächlich wir sehen es jetzt hier du kannst direkt rechts abbiegen und hast das kapitel dann echt super schnell hinter dich gebracht wir eine kleine abkürzung abkürzung heißt jetzt vielleicht nicht unbedingt aber so ein bisschen einen leichteren weg gehst als das eigentlich so vom spiel vorgesehen ist wir werden das gleich sehen ja jetzt hier erstmal ashley natürlich hier oben durchklettern lassen und sie braucht relativ lange um die tür jetzt dort öffnen zu können das bietet uns aber die möglichkeit zum beispiel hier im spinnt man nachzusehen hier gibt es noch ein Messer falls du Platz hast nimm es gerne mit oder stell irgendwas her wie blendgranaten sehr gut können wir immer gebrauchen dann hier hinten da gibt es noch eine kiste auch da hast du noch ordentlich zeit die mitzunehmen weil wie gesagt ashley ist wirklich super langsam unterwegs bis sie da die tür aufgemacht hat sie feiert sich auch noch weil sie sagt sie hat schon paar mal gemacht also von und da nochmal ein paar peseten mitnehmen noch ein bisschen pistolen munition dann haben wir hier einen händler und da verkauf ruhig erst mal das ein oder andere was wir hier nicht mehr brauchen hier kannst du jetzt zum Beispiel eine krone nehmen und hier hast du die Möglichkeit jetzt wirklich hinzugehen und kannst die jetzt hier zum Beispiel mit drei unterschiedlichen Steinen zum Beispiel versehen wir machen das jetzt einfach mal hier an der Stelle dass wir alle Steine unterschiedlicher Farben nehmen ich habe jetzt hier erst ein bisschen anders versucht aber wir machen das jetzt mal hier so wir setzen jetzt hier noch den grünen Stein gleich ein wir schauen noch mal in die Tabelle genau 5 Farben bringt nämlich den Faktor 2,0 wenn du alles in einer Farbe hättest dann hättest du die ja dann hättest glaube ich 1,9 als Faktor aber so hast du hier die Möglichkeit mit verschiedenen Farben jetzt wirklich hier die 100.000 pesetas rauszuholen und das wäre jetzt auch eine Trophy die du freischalten kannst wenn du die noch nicht hast da musst du nämlich mit einem verkauften Artikel mindestens 100.000 peseten beim Händler holen haben wir halt schon mal in irgendeinem anderen Run genauso gemacht da haben wir sogar 108.000 peseten rausgeholt jetzt hier in dem Fall die 100.000 natürlich auch mega nice super dass das so geklappt hat ja den seltsamen quad da oben unseren Schlüssel den können wir verkaufen den Schraubenschlüssel auch Stufe 3 Schlüsselkarte können wir verkaufen brauchen wir alles nicht mehr kleine Schlüssel haben wir drei Stück könnten wir theoretisch auch erstmal los werden weil ich meine wir werden glaube ich nichts mehr großartig freischalten also öffnen müssen und wir bekommen halt jetzt auch nochmal ordentlich hier was spendiert und können natürlich hier zum Beispiel das Messer nochmal verbessern können jetzt hier auch die Angriffskraft von der Chicago Sweeper natürlich komplett auf Stufe 5 heben und ja das bringt uns alles natürlich schon einen gewissen Vorteil können hier unten zum Beispiel auch die Haltbarkeit vom Messer vom ewigen Messer nochmal ein bisschen verbessern können uns aber auch zum Beispiel die Handcannon nochmal zurückkaufen wenn du da Magnum Munition natürlich hast dann mach das ruhig ja und so siehst du einfach so kannst du dich jetzt wirklich hier nochmal auf das ein oder Spaß machen hier an der Stelle wieder ordentlich Geld beim Händler auszugeben ja und jetzt siehst du hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal die Haltbarkeit ein bisschen verbessert und du musst es nicht unzerstörbar machen das Messer wirklich nicht brauchst du nicht du hast das für wenig per seten auch beim Händler schnell mal wieder repariert und ja läuft auf jeden Fall auf dem Weg auch und wenn du hier beim Händler nochmal speicherst dann hast du sowieso alles richtig gemacht also von daher machen wir uns einfach weiter auf den Weg und hier kommt jetzt gleich ein Part ja wenn du hier glitschen wollen würdest dann könntest du natürlich einen riesen Part einfach mal so hinter dir lassen hier gibt es noch mal einen gold arm reif nimm das ruhig auch mit aber wie gesagt wir glitschen natürlich nicht hier der gepanzerte Dude den machen wir auch noch platt wir glitschen natürlich gar nichts wir gehen hier wirklich den Weg so wie es vorgesehen ist so wie es richtig sein soll und hier da hinten die schießen wir auch ab du könntest theoretisch auch erst mit Ashley hochrennen an den Schalter könntest sie dann umlegen lassen und würdest würde ich heute wahrscheinlich an der Stelle auch anders machen habe ich jetzt hier so nicht gemacht weil ich im Tunnel ein bisschen war und einfach nur daran gedacht habe ich muss erstmal Gegner platt machen platt machen platt machen Hauptsache erstmal dass uns keiner mehr hier anfallen kann und wie gesagt du kannst das Ganze halt auch ein bisschen gut miteinander verbinden indem du auf jeden Fall erstmal hier hochrennst Ashley den Schalter umlegen lässt dann nach draußen springst und den anderen einfach in den Rücken schießt und dann hast du die auch relativ schnell und sauber diese Stelle hinter dich gebracht jetzt springen wir halt so durch wie gesagt wären jetzt noch mal knapp eine Minute gewesen die wir vielleicht dann gespart hätten ja indem wir jetzt hier nach draußen gehen gibt es jetzt hier auch wieder die Möglichkeit in der Ashley zumindest mal gegriffen wird ich glaube sie kann hier nicht entführt werden ich glaube sie wird siehst jetzt hier er kann Ashley nicht greifen also es geht wirklich nicht und ja das passt alles so haben wir jetzt hier den Typ auch noch gekillt da gibt es noch mal eine Kiste die nehmen wir auch noch mit ja und dann kommen wir jetzt hier auch schon zu der Treppe wo noch mal so ein Axtwerfer steht auf den einfach nur platt machen einfach nur nieder semmeln und dann sind wir da auch schon weiter hier oben kommen jetzt noch mal drei Gegner einer hat ein Schild da halt auf die Füße schießen der andere hat eine Keule bei sich oder so ein Baseball Schläger oder was auch immer das ist und dann gibt es hier noch mal so ein paar von diesen ja von diesen Flagen die da so rum rumspringen ich weiß den Namen von den Typen nicht genau aber auf jeden Fall auch ziemlich eklig geklettert bist dann gibt es hier hinten noch mal einen Smaragd den solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen und dann kannst du hier nach oben springen und dann hast du hier auch die Möglichkeit jetzt durch die Tür zu kommen und hier ist natürlich wieder Timing alles und auch hier die Besonderheit auf Assistant und Standard funktioniert das Ganze etwas langsamer da bewegen sich die Pfeile etwas langsamer es wird dir halt mehr verziehen vom Timing her aber der Delay den Leon hier an den Tag liegt der ist schon relativ groß und musst echt aufpassen ja und hier haben wir jetzt noch mal eine Handgranate und du siehst auch wir haben noch mal vier schwere Granaten bei uns und die werden wir auch gleich noch gebrauchen bei einem Part an dem wir aber noch ankommen wie gesagt Kapitel Nummer 14 ist ein bisschen länger aber mach dir nicht zu viele Gedanken auch das werden wir relativ schnell hinbekommen hier noch mal der Regenerator auch da siehst du wieder sobald die am Boden da rumkriechen wird es einfach schwerer die auszuschalten und es ist besser wirklich bei den Regeneratoren mit dem Messer in den Fight zu gehen und die wirklich so quasi niederzustechen indem du wirklich auch nicht diesen Schwenk Move nimmst also den Arm so von links nach rechts oder rechts nach links schwenkst sondern indem du einfach wirklich mit L2 anvisierst und mit R2 zustichst sodass du dann die Möglichkeit hast da auch wirklich gezielt auf diese ja auf diese Punkte einzugehen weil du siehst der kriecht jetzt hier auch ewig und drei Tage am Boden rum und die Punkte auch hier sehen wir es wieder die sind halt am Bauch und das ist halt ja ist halt mega nervig ja wenn er dann die ganze Zeit hier auf dem Bauch rumliegt da hat es jetzt tatsächlich irgendwann mal geklappt und es hat mal einer wieder geploppt und jetzt hier ist er so modifiert hat er sich so verwandelt dass jetzt aus ihm hier quasi so ein stärkerer Regenerator geworden ist und der dann explodiert mit den ganzen Pfeilen und ja dann haben wir ihn zumindest hier mal weg und haben noch einen roten Brille wenigsten dafür bekommen auch hier wieder Timing ist alles und da müssen wir ein bisschen aufpassen der Bereich wird natürlich ultra klein und da waren wir tatsächlich ein bisschen zu schnell müssen es einfach nochmal versuchen und da hat es geklappt und die Pfeile die haben fast fast an der gleichen Position gestanden hier nochmal ein paar Kisten auch die schießen wir platt und dann kommen wir jetzt gleich an eine Stelle und zwar hier muss Ashley das Rad bewegen und genau wenn sie das gemacht hat dann wird hier die Brücke oder dadurch hebt sich hier diese Brücke und durch das Heben der Brücke haben wir dann jetzt hier gleich die Möglichkeit auf die andere Seite zu kommen da müssen wir dann den Schalter umlegen und dann werden wir auch die Energie wiederherstellen und es wird aber natürlich wieder die eine oder andere Überraschung geben hier gibt es jetzt nochmal so eine Halskette mit vier Einfassungen kunstvolle Halskette da kannst du natürlich auch nochmal mit den Edelsteinen ein bisschen arbeiten kannst das ein oder andere verbessern und ja jetzt sind wir hier drüben angekommen hier gibt es noch ein paar Fässer auch da auf jeden Fall nochmal drauf schießen und das ein oder andere mitnehmen hier links liegt auch nochmal eine Forelle die solltest du auch mitnehmen und dann bist du hier hinten am Schalter sobald du den Schalter umgelegt hast dann dreh dich hier nach links und ja jetzt ist es so jetzt tauchen hier ein paar Gegner auf die haben es nur auf Ashley abgesehen und wenn du diese ganzen Gegner hier an der Stelle schon platt machst du siehst zwei von ja zwei Stück haben wir schon platt den dritten haben wir jetzt hier auch platt und ja hier war ich jetzt der Meinung es gibt nur vier Gegner an der Stelle hab das schon gefeiert und es ist nämlich jetzt so nachdem du die Gegner platt gemacht hast rennst du zurück jetzt siehst du auf einmal oh Gott da schiebt sich so ein Regenerator nach unten und wie gesagt ich war der Meinung es gibt hier nur vier Gegner vier von den Dudes die in irgendeiner Form Ashley dann davon abhalten wollen dass sie weiter hier die Brücke bewegt hier vom Regenerator angegriffen werden können und ja das natürlich nicht so nice also wenn wir die ganzen anderen Typen auch den fünften typ natürlich jetzt schon durch das Gitter gekillt hätten dann hätten wir leichtes Spiel gehabt und Ashley hätte einfach die Brücke weiter oben gehalten und wir hätten hier uns nicht nochmal irgendwie mit dem Regenerator rumschlagen müssen ist jetzt auch so ist ich kann es nicht genau sagen ich weiß es nicht aber auf jeden Fall da ist der Regenerator dann auch die Brücke runter gefallen und dann sind wir hier auch durch hier musst jetzt aufpassen hier musst du die Symbole so anordnen wie ich dir das gerade zeigt du hast gesehen wir haben es zweimal gedreht das erste das zweite einmal dann hier das glaube ich jetzt drei tief sind falls du da hier jetzt irgendwie Probleme haben solltest skip halt einfach an die Stelle im Video nochmal und mach dann Pause und dann kannst du das so anordnen und ja dann passt das auf jeden Fall und jetzt gleich kommt eine Stelle die kann auf jeden Fall auch ordentlich Nerven kosten aber wir sehen jetzt gleich wir haben hier einen richtig guten move gleich oder wir haben eine richtig gute du kannst hier auch beim Händler das ein oder andere vielleicht noch verbessern falls du keine schweren Granaten hast hast aber genug Stuff um sie vielleicht herzustellen und dir fehlt noch das Rezept dann kauft das vielleicht auch einfach beim Händler denn das was wir jetzt machen wir aktivieren hier den kran damit diese komplette sequenz hier an an diesem Schrottplatz beziehungsweise an dieser Halde hier und wenn du jetzt hingehst und hier auf diesen Punkt einfach schon mal zwei Granaten zwei schwere Granaten wirfst dann hilfst du damit Ashley ungemein und du brauchst eigentlich nur noch ein oder zweimal die Kugel von Ashley gegen die Wand schleudern zu lassen und hast dadurch dann einfach viel viel schneller diesen Part hinter dich gebracht du wirst jetzt gleich sehen die zwei schweren Hand Granaten die haben jetzt hier noch nicht gereicht wir werfen hier einfach noch mal ein bisschen was drauf und dann sollte das jetzt auch schon gereicht haben das war jetzt die dritte schwere Granate machen jetzt den Typen platt jawohl und es hat gereicht und wir können hier durch und müssen uns überhaupt nicht mehr mit den ganzen Gegner hier irgendwie auseinandersetzen hier kommt jetzt noch mal einer hinterher der hat dann der war anscheinbar der meinung er müsste uns irgendwie noch mal folgen ich weiß nicht manchmal kommen die auch überhaupt nicht erst hier hinterher und da siehst du auch schon wieder einen mit so einem schweren hammer aber alles cool wir sind relativ gut hier durch gekommen er schlägt sich auch darüber und ja passt alle sind happy da kommt der Aufzug und wir können hier komplett im Kapitel weitermachen haben jetzt ungefähr Halbzeit von dem Kapitel bedeutet wir werden jetzt gleich hier noch das ein oder andere natürlich auch angehen müssen wird noch mal interessant an der einen oder anderen Stelle aber an und für sich nichts wildes nichts wirklich gravierendes Ashley will hier noch mal ein bisschen Teambuilding betreiben das freut uns das Game dann im Großen und Ganzen auch wirklich abgeschlossen haben also sind jetzt hier megamäßig auf der Zielgeraden und es kann eigentlich nichts mehr schief gehen wirklich die ganz großen Brocken die ganz schlimmen Dinge die haben wir hinter uns gebracht und du bist jetzt hier wirklich auf der Zielgeraden jetzt kommen wir hier ins Bernstein Zimmer und hier links gibt es noch mal ein gelbes Kraut das kannst du auf jeden Fall noch mitnehmen würde ich dir empfehlen kombiniere es auch einfach gleich wenn du da schon was vorbereitet hast oder noch ein anderes Kraut hast hier gibt es noch mal ein Rohkristall nimm den ruhig auch mit ja und dann kannst du auch hier hinten schon an den großen Bernstein ran und dann wird automatisch die Zwischensequenz getriggert die du dann überspringen kannst und du bist wieder alleine unterwegs allein 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 ja so ist das halt aber ist nicht weiter schlimm wobei Ashley uns wirklich mit der Rüstung eine mega Unterstützung ist weil sie halt einfach nicht ja nicht verwundbar ist sie ist nicht verwundbar und lenkt aber trotzdem die ein oder anderen Gegner natürlich ab das was ich jetzt hier gemacht habe musst du nicht unbedingt machen hier nochmal durchrennen und den ganzen Kram mitnehmen wenn du jetzt sagst du willst hier Zeit sparen dann lauf ruhig wirklich schon weiter lauf wirklich zu dem Punkt an dem wir jetzt gleich gegen Krauser kämpfen werden denn ich habe das hier nur gemacht um noch mal ein paar Peseten mitnehmen zu können aber du wirst am Ende auch sehen wir haben dann noch genug übrig und wir brauchen da gar nicht weiter großartig was ja das ist jetzt wirklich nur so ja ich hab halt gedacht ich bräuchte an der Stelle mehr aber da mach dir keine Gedanken da wirst du wenn du jetzt Bock hast ein bisschen Zeit aufholen zu wollen wirst du hier auf jeden Fall was rausholen können siehst auch hier nehmen wir noch mal ein bisschen von Rohstoff L mit und so weiter und so fort ja einfach um vielleicht auch noch mal ein paar Blend Granaten herzustellen ja look alive wir sehen auch auf jeden Fall noch lebendig aus und was da überlegst du dann schon was kannst jetzt vielleicht noch hier irgendwie herstellen um ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen nehmen jetzt einfach eine Blend Granate und können auch hier an der Stelle direkt noch mal speichern würde ich dir auch empfehlen nimm es einfach mit denn falls jetzt irgendetwas hier gleich schief gehen sollte im Kampf gegen Krauser was ich nicht glaube dann bist du einfach direkt wieder am Kampf dran natürlich immer wenn einfach das Spiel in dem du natürlich wieder raus gehst ins Hauptmenü und dann von dort aus lädst sodass du keine Strafzeit aufgepumpt bekommst so hier haben wir jetzt Krauser natürlich schön in der Bearbeitung mit unserer Chicago Reaper Chicago Sweeper und ja wir haben ihn relativ schnell hier bearbeitet er hat dann seine Blend Granate geworfen ist verschwunden und wir haben unsere Ruhe so soll es auch sein wir sollen uns hier gar nicht an den Stellen großartig mit ihm beschäftigen in einem Pistolen und Messer Lauf da ist das natürlich schon eine ordentliche Herausforderung da kann das nerven kosten mit ihm zusammen hier aber so jetzt hier mit der Chicago Sweeper ist das echt überhaupt kein Problem auch hier jetzt einfach nur schnell da hinten die Tür heben und dann können wir da durch und wie gesagt ist jetzt hier wirklich kein Problem müssen einfach nur so ein paar Sachen beachten er wird jetzt gleich an so ein paar Punkten auftauchen und da will er uns natürlich ärgern aber wir werden das nicht zulassen hier in dem Raum gibt es jetzt noch mal so eine Miene die werden wir auch zerstören und wenn wir hier runter gesprungen sind dann gehen wir direkt hier hinten an die Kiste drehen uns dann um und visieren hier schon mal auf diesen Punkt an dort landet nämlich Krauser und wenn du ihn dann bearbeitet hast dann wirft auch hier wieder nur eine Blend Granate und dann bist du auch hier gut und schnell durch als nächstes dann hier hinten um die Ecke auch hier aufpassen da unten ist eine Bärenfalle da oben taucht er dann wieder auf auch da können wir natürlich ihn entweder abschießen oder wir warten einfach nur bis er seinen Pfeil auf uns geschickt hat oder gegen die Wand und dann gehen wir einfach nur hier hinten entlang hier unten aufpassen am Boden da ist auch noch mal eine Bärenfalle da unten links wir können uns ganz rechts halten dann kann uns nichts passieren ja und dann hier einfach nur da hinten um die Ecke da haben wir eine Mine da können wir das abschießen und da auch wieder aufpassen die Bärenfalle nicht reintreten und dann haben wir da noch eine Kiste ja eigentlich alles nichts schweres nichts schlimmes was hier passieren kann an der Stelle Achtung hier oben noch eine Selbstschussanlage da unten wieder eine Bärenfalle natürlich ja hat hier wirklich Browser das Ganze schon ordentlich vermint beziehungsweise ja mit irgendwelchen Fallen aufgebaut oder ausgestattet dass uns das natürlich versucht wird hier schwer zu machen aber wir lassen das Ganze nicht zu ja jetzt hier können wir nochmal das lila grau das können wir kombinieren wie gesagt du wirst hier wahrscheinlich ein bisschen andere Sachen finden aber alles nichts schlimmes hier hinten da können wir jetzt nochmal ein paar Peseten mitnehmen machen wir auch und dann gehen wir nach oben und hier oben müssen wir eigentlich nur ein bisschen aufpassen dass wir hier die Deckung gleich natürlich nehmen auch auf die Bären fallen hier am Boden müssen wir aufpassen und ihr wisst jetzt gleich sehen ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht gehabt und zwar jetzt gleich wenn wir nachdem wir das grüne Kraut hier eingesammelt haben da habe ich dann irgendwie keine Ahnung mich doch einfach weitergelaufen genau und dann hat er mich da nochmal getroffen war ein bisschen doof muss halt aufpassen dass dir sowas an der Stelle hier nicht passiert aber ich denke ja das wird auf jeden Fall bei dir ganz easy gelingen hier können wir jetzt einfach nochmal ein bisschen was an Heilung benutzen und da da ist die Mine da schießen wir das Ganze auch noch ab hinter dir kannst du natürlich die ein oder andere Kiste ausgestattet hier an der Stelle nehmen nochmal eine weitere Blendgranate haben jetzt glaube ich schon insgesamt fünf Stück oder so passt auf jeden Fall ja wenn du jetzt hier oben reingegangen bist dann aufpassen hier oben taucht er gleich auf einfach so ein bisschen hinter der Säule deckung suchen und wenn du ihn oft genug getroffen hast dann hast du hier auch ganz schnell ihn dort oben runter geholt und dann schießt er schon mal nicht auf dich und du kannst dann hier einfach versuchen ihn auch die ganze Zeit weiter zu bearbeiten einfach hier versuchen wenn es geht natürlich mit R3 auszuweichen natürlich auch das ein oder andere von ihm hier zu parieren und dann wird er relativ schnell hier die Flucht antreten und du kannst dann auch in den finalen fight gleich mit ihm einsteigen sind wir hier unten erst mal im dunkel angekommen hier aufpassen hier taucht da auf schnell mit L1 parieren hier ist unser kriegt hier wieder Platz im Inventar und dann gehen wir hinten durch da gibt es noch ein grünes Kraut auch das nehmen wir mit und da drin da ist noch ein bisschen was das haben wir hier noch ein bisschen Rohstoffe in S das können wir natürlich vielleicht auch noch mitnehmen kombinieren hier noch ein bisschen was ja passt perfekt so hier drüber springen und dann hier aufpassen mit R3 nochmal ausweichen und dann kannst du ganz schnell hier nach vorne und da bekommen wir auch noch mal ein bisschen was du siehst jetzt wirklich wir sind schon randvoll vom Inventar nehmen wir uns hier lieber mal dieses Kraut noch mit das ist wichtig für uns und bei dem einen oder anderen hier Pistolen Munition bei Fight mit Krause und hier einfach nur ausweichen das ist immer gleich und dann einfach drauf halten und parieren dann wieder drauf halten und nach Möglichkeit parieren beziehungsweise auch hier nochmal so ein Nahkampf Angriff einfach auch hier wieder zack drauf parieren das kannst du leider nicht parieren da hättest du wegrennen müssen oder im Winkel so stehen müssen dass er ins leere greift aber ansonsten mit Chicago Sweeper ist das wirklich relativ easy also fast so einfach wie wenn du wirklich One Shot mit einem Raketenwerfer ihm da ein paar über die Mütze ziehst ja jetzt haben wir hier von ihm noch so ein Special Knife bekommen und ja ich hatte da jetzt erstmal überlegt was können wir noch machen um ein bisschen Platz zu bekommen ich kann jetzt hier Pistolen Munition herstellen aber ich würde das dann auch direkt an deiner Stelle irgendwie an die Aufbewahrung schicken weil wir müssen das nicht jetzt noch mit uns rumtragen also es ist nicht unbedingt notwendig bringt uns nichts ja und damit haben wir auch das Kapitel hinter uns gebracht und sind damit jetzt wirklich nur noch zwei Schritte an und für sich vom Abschluss entfernt du siehst wir haben jetzt 23 Minuten gebraucht relativ lang das Kapitel wie wir es ja auch schon gesagt hatten am Anfang und wir sind jetzt insgesamt 4 Stunden 12 Minuten bedeutet ja wir werden das auf jeden Fall hinbekommen denn die nächsten beiden Kapitel die sind relativ kurz und da werden wir auch sehr schnell durch sein ja jetzt im Kapitel Nummer 15 angekommen hier erstmal die zwei Fässer noch abschießen und natürlich immer schauen was können wir noch irgendwie verbessern vielleicht beziehungsweise was können wir an die Aufbewahrung auch schicken was können wir herstellen und so weiter und so fort und hier brauchst du jetzt nicht irgendwie mit dem Fernglas schauen du kannst das ja alles schon und dann können wir hier natürlich auch noch mal ein bisschen was mitnehmen hier unten haben wir noch einen Händler falls du noch irgendwas herstellen möchtest oder irgendwie was verkaufen willst dann mach das hier auf jeden Fall kann sich für dich natürlich auch verschafft uns alles wieder Platz im Inventar du siehst wir haben wieder ein bisschen was aufgebaut hier natürlich auch noch mal den ein oder anderen Edelstein einsetzen mit Viereck noch mal schauen was können wir wie kombinieren damit es uns natürlich das Maximum an den ja an möglichen an möglichen Peseten beim Händler bringt wenn du halt nur diese Steine so zur Verfügung hast dann nimm die falls du Stück beim Händler dann irgendwie so eintauschen dass du vielleicht noch so einen roten Beryl oder irgendwie sowas bekommst und ja so probiere dich einfach aus und dann wird das auf jeden Fall ganz easy sein du das Einsatz Messer vom Crowser das kannst du eigentlich auch schon an die Aufbewahrung schicken und da hast du noch mal gesehen was du vielleicht noch eintauschen kannst ja das passt auf jeden Fall soweit hier das schicken wir jetzt an die Aufbewahrung haben dadurch ein bisschen mehr Platz im Inventar und sind ansonsten gut ausgestattet eine Menge Blend Granaten ein paar schwere Granaten paar normale Handgranaten und dann kannst du hier auf jeden Fall auch speichern wenn du Bock hast wenn du jetzt zum Beispiel die Chicago Sweeper beziehungsweise die Handcannon einfach nur an die Aufbewahrung geschickt hast dann kannst du die natürlich da auch wieder mit zum Beispiel hier ins Inventar holen oder aber du kaufst sie dir zurück wenn du sie verkauft hast wir haben ja jetzt auf jeden Fall genug Peseten und da musst du dir keine Gedanken machen ja hier oben gibt es dieses Geschütz du kannst den Typen auf jeden Fall auch glatt machen entweder mit der normalen Pistole oder aber halt mit der Chicago Sweeper das geht auf jeden Fall das so dass du keine Hits kassierst aber selbst wenn du so ein paar Treffer bekommst ist das nicht weiter schlimm hier in das Haus hinein dann hier erstmal diese Dinge abschießen die beiden Kisten und dadurch wird auch hier jetzt quasi diese Sequenz getriggert die du nicht überspringen kannst und danach erscheinen jetzt gleich ein Haufen Gegner hier oben geht es schon los und da einfach nur schauen dass du die so schnell wie möglich platt machst die haben natürlich einen gewissen Vorteil weil die jetzt den Higher Ground haben aber wir werden auf jeden Fall mit unserer Chicago Sweeper das Ganze so ausgleichen dass sie eigentlich den nächsten kommen Mike im Helikopter er hilft uns natürlich noch ein bisschen das ist auf jeden Fall auch schon mal richtig nice und dann siehst du hier haben wir echt leichtes Spiel wir haben wirklich leichtes Spiel ich meine hier oben oder hier hinten da gibt es glaube ich auch noch irgendwie einen Schatz oder so kannst du mitnehmen aber ansonsten sind wir direkt auch hier durch und hier unten müssen wir jetzt mal aufpassen hier sagt er ja wir sollen uns mal kurz eine Auszeit gönnen sodass er da irgendwie hier oben den Turm bearbeiten kann aber Mike braucht da relativ lang für und so versuchen wir auf jeden Fall schon mal hier uns natürlich auch ein bisschen dagegen zu wehren aber er macht dann hier auch wieder kurz einen Prozess ja nehmen hier noch mal ein bisschen Heilung und ich meine hier vorne gibt es auch noch mal ein Erste Hilfe Spray ja da hinten steht es schon das nehmen wir natürlich auch gerne noch mit da rechts da haben wir es mitgenommen und dann sind aber ist okay er hier er kriegt auch noch mal ein bisschen was er wollte es unbedingt er hätte doch einfach runterspringen können wir hätten ihn ignoriert aber er wollte hinten gibt es nochmal ein grünes Kraut wenn du das gebrauchen kannst nimm das ruhig auch noch mit und dann hier oben da hängt noch ein Schatz den kannst du mitnehmen und ansonsten kannst du jetzt hier zum Beispiel dieses Geschütz das oder schwere Granaten dann kannst du die hier hoch werfen und kannst auf dem Weg auch wirklich das Schütz ausschalten ich zeige dir jetzt kurz oder den Beweis den zeige ich dir gleich dass es tatsächlich geht denn wir gehen jetzt mal den ganz normalen Weg und du siehst gleich dass das Geschütz jetzt durch unsere drei Handgranaten auf jeden Fall schon ordentlich am Rauchen ist gleich bedeutet wir haben dem auf jeden Fall auch Schaden hinzugefügt und es hat halt einfach jetzt noch nicht gereicht wir hätten wahrscheinlich einfach noch eine vierte Handgranate oder noch eine schwere Granate draufwerfen müssen damit es dann tatsächlich funktioniert hinten in der Ecke gibt es noch ein gelbes Kraut nimm das ruhig auch noch mit kombiniere das auch am besten gleich hier unten mit unserem grünen Kraut und dann gehen wir jetzt das spart dir natürlich eine Menge Zeit wenn du jetzt nicht nochmal hier hoch gehen musst weil du das Geschütz von unten schon ausgeschaltet hast dann geht es natürlich um einiges schneller mit Mike zusammen und du siehst jetzt hier die Gegner das ist jetzt einfach nur noch die Masse die es hier machen soll die dich hier ausschalten soll aber wir werden uns trotzdem hier den Weg bahnen macht dir keine Gedanken macht dir keine Sorgen auch wenn das ganze jetzt hier versucht wird und man ja irgendwie noch die Chance bei den Gegnern verspürt uns hier von unseren Mission abzuhalten es wird auf jeden Fall denen nicht gelingen und wir haben die hier auch bald down wie gesagt es ist jetzt hier einfach nur noch über die Masse und natürlich auch die engen Räume und so weiter und so fort ja er hier mit seiner Axt versucht nochmal sammeln hier natürlich auch noch ein bisschen was ein das kommt uns immer noch zugute an der Stelle und dann gibt es hier drüben den Typen mit dem Raketenwerfer da schießt er einfach mal auf das Fass so dass er da schon ein bisschen am taumeln ist ja und dann hast du hier da siehst du das geschütz und das ist halt schon ordentlich am qualmen weil wir halt schon ein paar Granaten drauf geworfen haben und dann brauchst auch wirklich nicht mehr viel an Treffern von dieser Geschützstation und dann haben wir auf dem Weg das Ganze auch ausgeschaltet das war so das Ziel für Mike und ja wie gesagt ist nicht so schlimm dass wir es jetzt hier auf dem Weg gemacht haben so siehst du einfach nochmal das ist halt auch wirklich egal auf welchem Weg funktioniert aber du kannst natürlich eine Menge Zeit sparen also in einem Speedrun in dem es natürlich darauf ankommt hier die Sekunden noch auszuholen da würde ich immer empfehlen das Geschütz von unten dann zu zerstören ja und hier wirst du jetzt sehen es ist gut dass wir nochmal ordentlich Heilung dabei haben ich hätte hier einfach eine Blendgranate reinwerfen sollen ja das hätte uns den ganzen oder hätte denn du siehst jetzt hier ja eine nach dem anderen geht uns jetzt hier an die wäsche wir kriegen hier wirklich nur noch auf die mütze und eine Heilung nach der anderen geht drauf das war halt ein bisschen ein Fehler jetzt von mir deshalb da einfach mit einer Blendgranate direkt rein und dann hast du deine Ruhe du rennst einfach nur durch und hast hier direkt die Möglichkeit im nächsten Areal voranzukommen an den ganzen Kram den du noch bei dir hast ja von daher es ist nicht schlimm dass wir das jetzt so gemacht haben du siehst es funktioniert trotzdem aber mit einer Blendgranate wäre es wesentlich einfacher gewesen ja jetzt hier hörst du schon da kommt wieder so eine mit der Schweinsmaske und die haben natürlich immer den Effekt dass die auch noch direkt dieses Armmaschinengewehr da bei sich haben oder was das für ein Teil ist in dem die relativ viele Patronen auf einmal auf dich schießen können ja und hier siehst du jetzt wir sind auch relativ schnell hier durch sind am zweiten Schalter dann angekommen und damit ist hier unten zumindest schon mal die Tür geöffnet und auch hier würde ich dir einfach empfehlen falls es hier ein bisschen brenzlig werden sollte und du hast Blendgranaten bei dir dann setz die einfach ein denn das was hier abgeht das ist wirklich nicht mehr normal es ist einfach nur die schiere Masse die hier versucht irgendwie dich den man on mission hier noch irgendwie aufzuhalten aber es gelingt ihnen einfach nicht sie haben überhaupt keine Chance wir sind einfach übermächtig geworden siehst auch hier wir gehen den Dingen einfach so aus dem Weg auch so ein Pfeil im Arm der noch brennt der hier da kommt nochmal der Typ mit der Schweins Maske und sind der her wirklich richtig nah aber auch du siehst hier es braucht nicht mehr viel mit der Chicago Sweeper wir haben den erledigt bekommen auch hier noch einen roten Brill nehmen wir natürlich gerne mit und dann sind wir auch hier schon oben angekommen an dem Mike uns jetzt eigentlich mit dem Shopper antreffen will und wir bekommen sogar noch die Einladung auf einen Drink aber leider werden wir den nie zusammen mit Mike irgendwie ja einnehmen können denn das Ganze ging jetzt ein bisschen anders aus wir haben das Ganze aber geskippt in der Zwischensequenz und rennen jetzt ganz ganz schnell hier hinten in das Gebäude und hier gibt es jetzt auch wieder ein paar Regeneratoren die in diesen Säcken hängen und da macht ihr nicht so viele drüber schleich hier einfach durch das Schleichen scheint erstmal viel Zeit zu kosten aber es kostet dich wesentlich mehr Zeit wenn du es tatsächlich hier mit dem Regenerator an der Stelle aufnimmst hier hinten gibt es nochmal einen Schatz den solltest du auf jeden Fall auch mitnehmen in dem Fall ist nochmal ein prächtiger Armreif kannst du auch wieder ausstatten mit ein paar Edelsteinen und dann einfach hier ans Tor und das ganze hier aufsperren und dann bist du hier schon mal durch den Bereich durch in dem eine von ja ein Regenerator auftauchen kann und jetzt kommst du hier in dieses Kühl oder in den Kühlbereich in dem ja zwei Regeneratoren auftauchen können da zappelt auch schon einer in seinem Sack herum deshalb hier wirklich schleichen das bringt dir einen mega Vorteil es scheint Zeit zu kosten aber es spart tatsächlich eine Menge denn du musst dich hier mit niemandem rumärgern einfach hier durchschleichen einfach dem Weg so weit folgen wie ich ihn dir zeige und wenn du dann hier hinten auch am Rad wieder angekommen bist dann hast du die Möglichkeit hier die nächste Tür aufzusperren und sobald du wirklich hier die Maximalposition erreicht hast du siehst jetzt hier viermal drehen von Leon das reicht schon dann kannst du einfach losrennen dann kannst du die Beine in die Hand nehmen und irgendwie dann werden die auch gar nicht richtig wach die Regeneratoren also scheinbar kriegen die das dann gar nicht so mit ja hier unten durch die Lücke das hat gerade so noch gepasst und zack dann hier dann sind wir auch im nächsten Raum und haben diesen doch etwas schwereren Part hinter uns gebracht ich empfehle dir hier an der Stelle nochmal zu speichern denn auch das nächste was jetzt kommt ist einfach nur noch vom Game über Masse also man versucht wirklich nur noch über die Masse an Gegnern irgendwie eine Übermacht Herr zu werden man bekommt es natürlich nicht hin wir reparieren hier einfach nochmal das ewige Messer du musst jetzt hier nicht mehr großartig irgendwas kaufen wir sind hier wirklich im Endgame hier nochmal so ein Käfer gekillt den jetzt hier bekommen ein grünes Kraut das nehmen wir natürlich noch gerne mit hier hinten müssen wir aufpassen da ist der nächste Käfer das war ein bisschen doof da standen wir zu nah am Pass dran und das Ganze ist dann so explodiert so ein Typ mit der Wildschwein Maske da siehst du da steht auch nochmal ein gelbes Kraut das kannst du natürlich auf jeden Fall auch noch gerne mitnehmen aber du siehst auch schon wir sind jetzt schon am Maximum angekommen was unsere Lebensenergie hier betrifft aber trotzdem immer nochmal gut zu wissen hier müssen wir uns auch gleich heilen da kommt noch ein Käfer den haben wir irgendwie noch in der letzten Sekunde gekillt ja hier noch ein Kraut nehmen wir einfach mal ein beziehungsweise nein wir nehmen es nicht denn hier hinten liegt nämlich noch ein Barsch genau ein Forellenbarsch das wusste ich an der Stelle nämlich sogar noch ja den haben wir mitgenommen und dann hier haben wir dann auch das gelbe Kraut noch dabei ja wie gesagt so kannst du dich natürlich noch mal besser pimpen kannst natürlich deine Lebensenergie deine auch hier der will auch noch mal mitreden aber das hilft alles nichts die können uns nicht mehr besiegen wir sind unzerstörbar geworden zumindest in unserem willen das ganze hier in der Zeit zu schlagen in der wir das machen müssen um auch weiter zu kommen da ruhig mal eine Handgranate reinwerfen wir haben genug bei uns wir können jetzt wirklich spendabel sein mit allem was wir auf die Gegner werfen hier kommen noch mal ein paar aus der Tür auch da hätte man einfach mal eine Granate reinwerfen können oder mal so eine Blendgranate benutzen können hätte viel Zeit gespart du kannst hier in dem Kapitel echt wirklich noch mal eine ganze Menge an Zeit sparen indem du ja einfach ein bisschen smarter als ich das hier zeige noch die Waffen einsetzt aber ich will dir jetzt hier an der Stelle zeigen eine Möglichkeit mit der Chicago Sweeper sich hier hinten in die Ecke zu stellen wie ich dir das gerade eben gezeigt habe bei dem Stacheldraht und dann kannst du hier rechts auf die Tür schießen und auch das was von links kommt kannst du relativ schnell erledigen und dann sollte das kein Problem sein deshalb ich und das wäre natürlich ein bisschen blöd und ja nicht dass du dann vielleicht auch irgendwie an der Stelle dann sagst ja was was zeigt er mir jetzt hier ich bin ja an der Stelle ganz anders ausgestattet ja einfach vielleicht nochmal so als zusätzlichen Tipp an dich halt auch wie es dann gehen kann du hast gesehen da war jetzt auch wieder einer mit so einer Wildschwein Maske auch hier noch mal springen du musst dich hier gar nicht mit den ganzen Typen auseinandersetzen ich hab jetzt hier mehr oder weniger das Areal schon fast auf 100% gecleart aber auch einfach nur weil wir es halt können weil wir halt wirklich mit der Chicago Sweeper überhaupt keine Anstalten machen müssen um uns hier irgendwie zurückzuhalten und wie gesagt von der Zeit her passt es auch wirklich also mach dir keine Gedanken du hast genug Zeit du siehst wir bekommen jetzt hier auch nochmal ein paar Handgranaten ähm ja alles cool du kommst hier wirklich ganz ganz leicht durch glaub mir da einfach wenn du hier mit der Chicago Sweeper jetzt unterwegs bist und die auch für dich wirklich auf Stufe 5 von der Angriffskraft gelöffelt wurde dann bist du hier wirklich ganz ganz schnell durch ja jetzt sind wir hier auch schon in dem Bereich angekommen in dem wir jetzt gleich Ashley dort hinten von diesem Altar herunternehmen und dann gibt es eigentlich so ein paar Passagen die sind ja eher relativ ruhig also da müssen wir jetzt wie gesagt ja auch nur diese Zwischensequenzen überspringen und ja jetzt können wir uns hier nicht schneller bewegen leider es gibt eine Möglichkeit dafür musst du allerdings im Vorfeld geglitscht haben und ja ich stehe nicht so da drauf mit Glitches das ein oder andere dann so ein bisschen so zu machen weil zum einen wird das rausgepatcht und zum anderen also früher oder später rausgepatcht und zum anderen ist es natürlich auch so dass es dir irgendwie einen Vorteil verschafft der eigentlich so nicht vorgesehen ist ich meine alles das was wir jetzt machen hier mit mit zum Beispiel dem Helm von Hunk oder der Ritterrüstung von Ashley hier oder aber auch der Chicago Sweeper mit unendlich Munition das sind ja keine Sachen die wir uns irgendwie ermogelt haben sondern das sind Sachen die wir uns vom Game so freigespielt haben und auf die die Entwickler auch so gesetzt haben also was extra so ins Game eingeführt wurde damit man sagt okay es ist eine Möglichkeit wie jemand dann sich das wirklich so erspielen kann und klar warum nutzen sollen wir das dann auch nicht nutzen aber einen Glitch oder irgendwie einen anderen Fehler vielleicht im Game zu provozieren oder auszunutzen um dann an einen gewissen Erfolg zu kommen finde ich nicht ganz so cool ich finde es immer ganz interessant herauszufinden was ist möglich in einem Game deshalb schaue ich mir Dinge auch an ich habe auch früher mal bei dem einen oder anderen Game zum Beispiel bei Kena Bridge of Spirit heißt es glaube ich ist jetzt aktuell auch Playstation Plus Abo glaube ich für Umme drin da habe ich dann auch mal so einen Glitch gezeigt wie man dann ganz easy an die Platin kommt ohne den höchsten Schwierigkeitsgrad tatsächlich nochmal durchspielen zu müssen und das ist natürlich dann schon ja das ist schon echt arg grenzwertig und ich habe auch gesehen das kommt bei den Leuten dann eigentlich nicht so gut an denn ja mit Glitchen sich wie gesagt einen Vorteil zu verschaffen finde ich nicht so cool kann ich auch verstehen dass es andere nicht so cool finden und deshalb machen wir das hier wirklich auf die herkömmliche Art und Weise wie es von den Entwicklern für uns so programmiert wurde und so vorgesehen ist und wie es halt auch irgendwo die Herausforderung nachher mit sich bringt so genug erklärt genug erzählt wir sind mit Kapitel Nummer 15 fertig haben hier eine neue Topzeit aufgestellt 18 Minuten 33 haben jetzt eine insgesamte Zeit von 4 Stunden 31 Minuten das Video ist jetzt hier schon ja 4 Stunden und 45 Minuten lang aber alles nicht schlimm speicher hier ruhig nochmal du hast jetzt hier auf jeden Fall noch genug Zeit um den letzten Part hinter dich zu bringen und das letzte Kapitel das ist wirklich ja eigentlich jetzt hier mit dem wie wir uns gleich ausstatten werden ein Witz es ist wirklich ein Witz es ist wirklich so easy wir müssen uns überhaupt keine Gedanken machen nimm dir hier ruhig noch die ein oder anderen Peseten mit 160.000 solltest du jetzt irgendwie zusammenkratzen können die werden wir nämlich gleich brauchen und dann wirst du sehen geht das auch ganz ganz leicht um hier weiterzukommen hier mache ich einfach nochmal ein bisschen Munition stelle nochmal ein bisschen Munition her um die dann auch verkaufen zu können um jetzt hier nochmal zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Spray mitzunehmen falls du jetzt natürlich nicht genug Peseten bei dir haben solltest dann solltest du aber in irgendeiner Form zum Beispiel Handgranaten mit dir rumtragen oder du solltest hier Blendgranaten mit dir rumtragen du solltest das herstellen können also ich glaube ganz ohne etwas wirst du gar nicht hier an diesen Punkt kommen das Game wird dich automatisch mit verschiedenen Dingen versorgen und wenn du dem Guide soweit gefolgt bist hier an der Stelle dann wirst du auch definitiv eine ganze Menge mit dir rumtragen können wirst sowieso die Chicago Sweeper haben was dir auch jetzt im letzten Fight einen gewissen Vorteil bringt mach dir da keine Gedanken und ja dann wirst du auf jeden Fall es ganz easy hinbekommen den leichtesten Weg den zeige ich dir jetzt gleich denn der ist wirklich innerhalb von Sekunden da ist der der ist der Boss wirklich innerhalb von Sekunden gelegt da ist Settler innerhalb von einer Millisekunde wirklich platt und dann sind wir ganz ganz schnell durch hier ist wirklich nicht mehr viel zu machen wir folgen jetzt einfach hier dem Weg hier unten links falls du dort nochmal irgendwie einen Edelstein brauchst oder sowas da müsste auch noch etwas liegen und außerdem gibt es hier hinten gleich noch eine Schatzkiste da gibt es dann auch nochmal glaube ich einen Goldbarren hier da killen wir noch die beiden ja die beiden Käfer und hier hinten beim Händler da wirst du gleich sehen da rechts da ist nochmal eine Kiste und ich meine da ist ein Goldbarren drin irgendwie sowas jawohl genau der Goldbarren den nehmen wir auch noch mit und dann solltest du das auf jeden Fall auch alles hier beim Händler verkaufen können und was du jetzt auch machen kannst du musst es nicht machen aber was du machen kannst falls du jetzt irgendwie gar keine Knete bei dir hast gar keine Peseten mehr verkauf zur Not die Chicago Sweeper speicher allerdings zuerst natürlich also generell würde ich dir natürlich empfehlen bevor du jetzt hier irgendetwas tust und irgendwas verkaufst speicher vielleicht einfach nochmal und anschließend ja hast du dann natürlich hier die Möglichkeit das ein oder andere zu verkaufen wie gesagt du siehst jetzt hier die Chicago Sweeper gibt 642.000 ja das ist natürlich schon der Oberhammer wenn du die verkaufst dann kannst du dir natürlich gleich ein paar Raketenwerfer holen denn das ist das mit dem wir jetzt in den finalen Kampf einziehen werden wir werden jetzt hier mit den 160.000 die wir da investieren uns den Raketenwerfer holen und ja haben dann wirklich mega leichtes Spiel gegen Settler ich habe jetzt hier nochmal geguckt keine Ahnung was ich da genau jetzt geguckt habe aber ich habe irgendwie doch noch ein bisschen was verkauft es hätte überhaupt nicht ja ich hätte es überhaupt nicht gebraucht aber vielleicht wollte ich es auch einfach nur loswerden um hier irgendwie Platz im Inventar zu schaffen auf jeden Fall ganz gut dass wir den Kram da jetzt los sind du siehst hier 513.000 also wir können es hier locker auch über eine Million Peseten bringen um dann ja um dann hier auch wirklich alles mögliche kaufen zu können holen jetzt einfach hier mal den Raketenwerfer genau das war das Problem es war kein Platz wir sortieren das alles neu und damit ziehen wir dann hier auch in den finalen Kampf ein wie gesagt ich hoffe du hast auch im Vorfeld natürlich nochmal gespeichert kannst auch danach nochmal speichern nachdem du dann das ganze verkauft hast alles kein Problem du siehst jetzt insgesamt ist das hier der 33. Speichervorgang natürlich wenn du das ganze auf Profi spielst und im S-Plus-Rang freischalten möchtest dann darfst du natürlich nur maximal 15 mal gespeichert haben aber darum ging es ja jetzt hier im Video an für sich nicht und da springt auch Settler schon hier vor und jetzt einfach nur mal mit dem Raketenwerfer reinhalten ein Treffer und jetzt haben wir ihn hier auch schon gelegt jetzt gibt es hier nochmal ein paar Zwischensequenzen wir kommen hier in die finale Szene und müssen jetzt hier wirklich nur einfach diesen ja Tentakeln von ihm so lange ausweichen bis wir dann von Ada natürlich auch die Unterstützung erhalten und hier ja das ist halt auch ganz cool gemacht hier müssen wir aufpassen es gibt so ein paar Tentakel den können wir nicht zur R3 ausweichen da müssen wir aufpassen dass wir halt nicht getroffen werden so wie jetzt hier in dem Fall gerade eben aber es ist an und für sich auch kein Problem passt halt jetzt zum Beispiel hier noch ein Erste-Hilfe-Spray dabei oder irgendwie grünes Kraut oder sowas irgendwas bist du sicher noch mit dir rumtragen und dann kannst du dich hier an der Stelle auch heilen und wie gesagt einfach diesen größeren und langen Tentakeln die er so nach oben schleudert da einfach ausweichen und dann siehst du die Frequenz erhöht sich natürlich auch und je höher die wird desto wahrscheinlicher kommt dann hier die Szene zusammen mit Ada in der du dann hier den Raketenwerfer Spezial bekommst abdrücken und du hast das Ganze hinter dich gebracht es kann dich jetzt wirklich nichts mehr aufhalten du bist jetzt hier wirklich am Ende im Prinzip angekommen du weißt genau du hast alle Gegner soweit besiegt bis auf einen einer wird gleich noch kommen aber der wird dir auf jeden Fall nicht mehr den Sieg nehmen können das Schlimmste hast du hinter dir und muss dann anschließend auch nur noch mit dem Jetski aus der einstürzenden Insel entkommen ja und dann haben wir auch wirklich alles mitgenommen wir werden dann auch belohnt natürlich und ja auf jeden Fall jetzt an der Stelle kann ich schon mal sagen dass es mich natürlich riesig gefreut hat dass du hier beim Guide auch mit dabei warst hier kommt jetzt nochmal der letzte Gegner den kannst du noch platt machen und ja ansonsten hat es mich auch megamäßig gefreut oder würde mich natürlich auch freuen wenn du bei den anderen Guides vielleicht mal mit reinschaust falls du noch nicht gemacht hast wie gesagt unten findest du die Links zu den weiteren Guides rund ums Resident Evil 4 Remake und ansonsten schau dich auch auf jeden Fall gerne mal hier auf dem Kanal um es gibt immer neue Guides zu ja neuen Games natürlich manchmal habe ich auch das ein oder andere Indie Game mit drin manchmal habe ich auch ältere Games mit drin je nachdem wie ich auch dazu komme und was aktuell natürlich so angesagt ist oder am Start ist schau dich einfach gerne auf dem Kanal um würde mich natürlich riesig freuen wenn du auch bei weiteren Projekten hier wieder mit dabei bist ja jetzt entkommen wir hier einfach nur noch mit dem Jetski und schon richtig coole Szene wie Ashley hier mit der Ritterrüstung mit auf dem Jetski hofft schon richtig früh gemacht und ja nichts kann uns mehr aufhalten wir sind wirklich einfach ja unbesiegt wir sind nicht einmal gestorben zumindest was die Statistik angeht wenn wir natürlich mit dem ein oder anderen Safe Game gearbeitet haben weil wir dann doch mal drauf gegangen sind dann wird das aber zumindest in der Gesamtübersicht nicht geführt und es sieht so aus als ob wir wirklich ohne zu sterben komplett durchgekommen sind und das unter fünfeinhalb Stunden wir sind jetzt wie gesagt bei vier Stunden und vierzig Minuten und ja wie gesagt es geht viel viel schneller aber wir haben das Ganze jetzt auch sehr sehr ausführlich hier behandelt und ich denke und hoffe einfach mal dass so keine Fragen mehr offen bleiben und du auch relativ schnell da durchkommst Knackpunkt für den ganzen Run war wirklich nur am Anfang ja das Dorf dass wir dort auch alles an Aufträgen abarbeiten damit wir dann direkt ab Kapitel 7 wenn das Spezial Upgrade Ticket freigeschaltet wird beim Händler dieses kaufen können und dann unendlich Munition bei der Chicago Sweeper erhalten damit sind wir durch im Game damit haben wir das Ganze geschafft wir bekommen jetzt hier von Hannigan nochmal die Übersicht und sehen Veteran vier Stunden 39 11 Sekunden 33 Speichervorgänge S Plus und das im ersten Durchgang damit bekommst du die Trophy S Plus Klasse Ermittler herzlichen Glückwunsch du bekommst natürlich auch hier nochmal ein paar Abschlusspunkte und du bekommst auch gleichzeitig noch den Hühnerkopf vielen Dank dass du jetzt hier mit dabei warst und ja würde mich freuen wenn du beim weiteren Guide am Kanal wieder mit am Start bist also in diesem Sinne hau rein und mach's gut